Kapitel 24 Der Eisbruch Donnerstag, 28. April Am nächsten Tag war schönes Wetter und heller Sonnenschein. Es wehte freilich ein starker Westwind, aber darüber konnte man sich nur freuen, denn er trocknete die Wege, die von dem heftigen Regen des vorhergehenden Tages ganz aufgeweicht waren. Früh am Morgen kamen die beiden Kinder aus Smorland, das Gänsemädchen Aase und der kleine Matz die Landstraße gegangen, die von Sörmland nach Nerke hineinführt. Der Weg ging an dem südlichen Ufer des Jelmar entlang und die Kinder betrachteten das Eis, das noch den größten Teil des Sees bedeckte. Die Morgensonne warf ihren hellen Schein auf das Eis und es sah gar nicht so dunkel und unheimlich aus, wie sonst das Frühlingseis, sondern es schien weiß und verlockend. Soweit sie darüber hinsehen konnten, lag es fest und trocken da. Das Regenwasser war schon in die Löcher und Spalten hineingelaufen oder auch von dem Eis selbst aufgesogen. Sie sahen nichts als die herrliche Eisfläche. Das Gänsemädchen Aase und der kleine Matz waren auf der Wanderung gen Norden begriffen und sie mussten unwillkürlich denken, wie viele Schritte ihnen erspart werden würden, wenn sie quer über den großen See gehen könnten, statt rund um ihn herumzuwandern. Sie wussten wohl, dass Frühlingseis heimtückisch ist, aber dies sah ja so vollkommen sicher aus. Sie konnten sehen, dass es drinnen am Lande mehrere Zoll dick war und sie sahen auch einen Weg, den sie verfolgen konnten und das gegenüberliegende Ufer erschien so nah, dass sie in einer Stunde hinüber gelangen mussten. »Komm, lass es uns versuchen«, sagte der kleine Matz. »Wenn wir nur Acht geben, dass wir nicht in eine Wake hineinplumpsen, so wird es schon gehen.« Und damit begaben sie sich auf den See hinaus. Das Eis war nicht allzu glatt, es ging sich sehr angenehm darauf. Es stand freilich mehr Wasser darauf, als sie vom Wege aus hatten sehen können und hier und da waren Blasen im Eis, wo das Wasser auf- und niederquoll. Vor den Stellen musste man sich in Acht nehmen, aber das war ja eine Kleinigkeit mitten am Tage in dem hellen Sonnenschein. Es ging schnell und leicht vorwärts und die Kinder sprachen von nichts weiter, als wie klug sie gewesen waren, übers Eis zu gehen, statt die aufgeweichte Landstraße zu verfolgen. Als sie eine Strecke gegangen waren, kamen sie in die Nähe von Wienö. Da sah eine alte Frau sie von ihrem Fenster aus. Sie trat in die Tür hinaus, winkte ihnen und rief etwas, das sie nicht hören konnten. Sie verstanden sehr wohl, dass sie sie warnte, ihre Wanderung fortzusetzen, aber sie, die selbst draußen auf dem Eis waren, konnten ja sehen, dass keine Gefahr vorlag. Es würde ja dumm sein, an Land zu gehen, wenn alles so vorzüglich ging. Sie wanderten also an der Wienö vorüber und hatten nun eine meilenweite Eisfläche vor sich. Hier draußen war stellenweise so viel Wasser auf dem Eis, dass die Kinder große Umwege machen mussten, aber das fanden sie nur ergötzlich. Sie wetteiferten, ausfindig zu machen, wo das Eis am besten war. Sie waren weder müde noch hungrig. Sie hatten den ganzen Tag vor sich und sie lachten nur, wenn sie auf neue Hindernisse stießen. Von Zeit zu Zeit sahen sie nach dem gegenüberliegenden Ufer hinüber. Es schien noch so weit weg, obwohl sie schon eine gute Stunde gegangen waren. Sie waren ein wenig erstaunt, dass der See so breit war. »Es ist, als wenn das Ufer vor uns wegliefe«, sagte der kleine Matz. »Hier draußen war kein Schutz gegen den Westwind. Er wurde mit jedem Augenblick heftiger und hüllte sie so fest in ihre Kleider, dass es ihnen schwer wurde, sich zu bewegen. Der starke Wind war die erste wirkliche Unannehmlichkeit, die ihnen auf der Wanderung begegnet war. Es wunderte sie, dass der Wind so merkwürdig stark dröhnte, als habe er den Lärm aus einer großen Mühle oder einer Fabrik mitgenommen. Aber so etwas gab es ja doch nicht da draußen auf der Eisfläche. Sie waren westlich um die große Insel Walen herumgegangen und nun meinten sie merken zu können, dass sie sich dem nördlichen Ufer näherten. Gleichzeitig aber wurde der Wind heftiger und das gewaltige Bullern, das ihn begleitete, nahm so stark zu, dass sie anfingen, unruhig zu werden. Auf einmal kam ihnen der Gedanke, dass der Lärm, den sie hörten, von Wellen kommen könne, die schäumend und brausend gegen eine Küste schlugen, aber das war ja unmöglich, da der See noch mit Eis bedeckt war. Trotzdem blieben sie stehen und sahen sich um. Ganz draußen, nach Westen zu, bei Björnö und Göckholmsland, gewahrten sie eine weiße Mauer, die quer über den See ging. Erst glaubten sie, es sei ein Schneerand, der an einem Wege entlang laufe, aber sie begriffen bald, dass es Schaum von Wellen war, die gegen das Eis schlugen. Als sie das sahen, gaben sie sich die Hände und fingen an zu rennen, ohne ein Wort zu sagen. Der See war nach Westen zu offen und sie glaubten sehen zu können, dass der Schaumrand schnell nach Osten zuvor rückte. Sie wussten nicht, ob das Eis im Begriff war, überall aufzubrechen oder was geschehen könne, aber sie fühlten, dass sie nun in Gefahr waren. Plötzlich schien es ihnen, als höbe sich das Eis gerade an der Stelle, wo sie liefen, als höbe es sich und sinke wieder, als habe jemand von unten dagegen gestoßen. Dann hörten sie einen dumpfen Knall im Eis und gleich bildeten sich nach allen Seiten Risse darin. Die Kinder konnten sehen, wie sie durch die Eiskruste liefen. Nun wurde es einen Augenblick still auf dem Eis, dann aber spürten sie wieder dasselbe Heben und Senken. Nun begannen die Risse sich zu spalten, zu erweitern, durch die man das Wasser hervorquellen sah. Gleich darauf wurden die Spalte zu rinnen und die Eiskruste teilte sich in große Schollen. »Ase«, sagte der kleine Matz, »ich glaube, dies ist Eisbruch.« »Ja, das ist es, kleiner Matz«, sagte Ase, »aber wir können das Ufer noch erreichen. Laufe so schnell du kannst.« In der Tat hatten der Wind und die Wellen noch genug damit zu tun, das Eis von dem See zu entfernen. Die schwerste Arbeit war freilich getan, wenn erst die Eiskruste zerbrochen war, aber alle die Stücke sollten wieder geteilt und gegeneinander geworfen und zertrümmert und zerrieben und aufgelöst werden. Es war noch eine Menge hartes, festes Eis vorhanden, das große, ganze Schollen bildete. Die größte Gefahr für die Kinder aber war, dass sie keinen Überblick über das Eis hatten. Sie vermochten nicht zu sehen, wo die Spalte so breit waren, dass sie nicht darüber hingelangen konnten. Sie wussten nicht, wo sie die großen Eisschollen finden sollten, die sie tragen konnten. Daher wankten sie aufs Geratewohl hin und her. Sie kamen weiter auf den See hinaus, statt sich dem Ufer zu nähern. Sie wussten nicht aus noch ein da draußen auf dem berstenden Eis und sie waren so bange, dass sie schließlich stehen blieben und weinten. Da kam eine Schar wilder Gänse in gestrecktem Flug über ihren Köpfen daher. Sie schrien laut und stark und das Sonderbare war, dass die Kinder deutlich die Worte hörten »Ihr müsst nach rechts gehen, nach rechts, nach rechts!« Sie setzten sofort ihre Wanderung fort, den Rat befolgend, aber es wehrte nicht lange, da standen sie wieder zögernd vor einem breiten Spalt. Wieder hörten sie die Gänse über ihren Köpfen schreien und aus ihrem Gegacker konnten sie einige Worte unterscheiden. »Bleibt, wo ihr seid!« »Bleibt, wo ihr seid!« »Bleibt, wo ihr seid!« Die Kinder sprachen kein Wort miteinander über das, was sie hörten, aber sie gehorchten und standen still. Nach einer Weile glitten die Eisschollen zusammen und sie konnten über den Spalt gelangen. Dann gaben sie sich wieder die Hände und liefen weiter. Sie ängstigten sich nicht nur vor der Gefahr, sondern auch vor der Hilfe, die ihnen zuteil wurde. Bald standen sie wieder still und besannen sich, aber sofort hörten sie eine Stimme von oben aus der Luft. »Geradeaus! Geradeaus! Geradeaus!« sagte die Stimme. So ging es ungefähr eine halbe Stunde weiter, da aber hatten sie die lange Lungarsodde erreicht und konnten das Eis verlassen und an Land warten. Es war deutlich zu sehen, wie bange sie gewesen waren, denn als sie an Land gekommen waren, blieben sie nicht einmal stehen, um sich den See anzusehen, auf dem die Wellen jetzt immer gewaltsamer mit den Eisblöcken herumtummelten, sondern sie eilten nur weiter. Aber als sie eine Strecke auf die Landzunge hinaufgekommen waren, stand Ase plötzlich still. »Warte mal, kleiner Mats!« sagte sie. »Ich habe etwas vergessen!« Und sie gingen wieder hinab an den See. Dort begann sie in ihrem Beutel zu wühlen und zog schließlich einen kleinen Holzschuh heraus. Den stellte sie auf einen Stein, wo man ihn ganz deutlich sehen konnte, und dann kehrte sie zu Mats zurück, ohne sich noch einmal umzuwenden. Kaum aber hatte sie dem See den Rücken gekehrt, als eine große weiße Gans wie ein Blitz aus der Luft herunterschoss, den Holzschuh ergatterte und mit derselben Eile wieder in die Luft hinausschoss. Kapitel 25 Die Erbteilung Donnerstag, 28. April Als die Wildgänse dem Gänsemädchen Ase und dem kleinen Mats über den Jellmarn geholfen hatten, flogen sie geradewegs gen Norden, bis sie nach Westmannland hineingelangten. Dort ließen sie sich auf einem der großen Felder im Vellingsbroer Kirchspiel nieder, um auszuruhen und zu fressen. Nils Holgersson war auch hungrig, schaute aber vergeblich nach etwas Essbarem aus. Während er da stand und sich nach allen Seiten umsah, entdeckte er auf dem benachbarten Felde ein paar Männer, die pflügten. Plötzlich ließen sie die Pflüge stehen und setzten sich hin, um Frühstück zu essen. Der Junge lief hinter ihnen drein und schlich sich hinter die beiden Männer. Es war ja nicht unmöglich, dass er einige Brotkrumen oder eine Kruste finden würde, wenn sie fertig waren. An dem Felde entlang ging ein Weg und auf dem kam ein alter Mann gegangen. Als er die beiden Pflüger sah, blieb er stehen, kroch über den Zaun und ging zu ihnen heran. Ich wollte auch gerade frühstücken, sagte er, nahm seinen Ranzen ab und holte Brot und Butter heraus. Es ist schön, dass ich nicht allein am Grabenrande zu sitzen brauche, fuhr er fort, und dann geriet er in Unterhaltung mit den beiden Pflügern und sie erfuhren bald, dass er ein Grubenarbeiter aus Norberg war. Jetzt arbeitete er nicht mehr. Er war zu alt, um auf den Grubenleitern auf- und niederzuklettern, aber er wohnte noch in einem Häuschen in der Nähe der Grube. Er hatte eine Tochter in Vellingsbro verheiratet, die hatte er eben besucht und sie wollte, dass er zu ihr ziehen sollte, aber dazu konnte er sich nicht entschließen. Ihr findet also, dass es hier nicht schön ist wie in Norberg? fragten die Bauern mit einem Lächeln, denn sie wussten ja, dass Vellingsbro eines der größten und reichsten Kirchspiele in der Gegend ist. Wie könnte ich es wohl ertragen, in so einer Ebene zu wohnen? sagte der Alte und machte eine abwehrende Handbewegung, als sei das etwas ganz Undenkbares. Und dann fingen sie in aller Freundschaft an, sich darüber zu streiten, wo in Westmannland es am schönsten zu wohnen sei. Der eine von den Landleuten war in Vellingsbro geboren und er redete der Ebene das Wort, der andere aber war aus der Westerraser Gegend und er fand, dass die Ufer des Mählars mit ihren bewaldeten Inseln und schönen Landzungen der beste Teil der Gegend sei. Der Alte wollte sich aber nicht überzeugen lassen und um es ihnen einleuchtend zu machen, dass er recht habe, bat er, ob er ihnen nicht eine Geschichte erzählen dürfe, die er in seiner Jugend von alten Leuten gehört hatte. Hier in Westmannland wohnte vor langen Jahren eine alte Frau aus dem Riesengeschlecht. Sie war so reich, dass die ganze Gegend ihr gehörte. Sie hatte alles, was ihr Herz nur begehren konnte und doch lebte sie in großer Sorge, denn sie wusste nicht, wie sie ihren Besitz unter ihre drei Söhne teilen sollte. Die Sache war die, dass sie sich nicht so viel aus den beiden ältesten Söhnen machte. Der Jüngste aber war ihr Augapfel. Sie gönnte ihm das beste Erbteil, aber gleichzeitig fürchtete sie, dass Unfriede zwischen ihm und seinen Brüdern entstehen könne, wenn sie entdeckten, dass sie nicht gleichmäßig zwischen ihnen geteilt hatte. Und dann eines Tages fühlte sie, dass sie dem Tod so nahe war, dass sie keine Zeit mehr hatte, sich länger zu bedenken. Da rief sie alle ihre drei Söhne zu sich und sprach mit ihnen über die Erbschaft. Nun habe ich meinen ganzen Besitz in drei Teile geteilt, zwischen denen ihr wählen könnt, sagte sie. Zu dem einen Teil habe ich alle meine Eichenhügel und bewaldeten Inseln und blühenden Wiesen gelegt, und das alles habe ich um den Mählar herum vereint. Wer das Teil wählt, bekommt gute Weide für Schafe und Kühe auf den Strandwiesen, und auf den Inseln kann er sich Laub zu Winterfutter holen, wenn er dort nicht Gärtnerei betreiben will. Eine Menge Buchten schneiden dort in das Land ein, sodass da eine gute Gelegenheit zu Frachtfahrt und allerlei Verkehr ist. Wo die Bäche in den See münden, bekommt er gute Hafenplätze, sodass ich glaube, es werden sich dort auf seinem Gebiet Städte und Dörfer erheben. Und auch an Ackerland wird es ihm nicht fehlen, obwohl das Land so zerstreut liegt. Es ist nur gut, dass seine Söhne sich von Anfang an daran gewöhnen, von einer Insel zur anderen zu ziehen, denn das wird sie zu guten Seeleuten machen, die nach fremden Ländern fahren und Reichtümer heimbringen werden. Ja, das war das erste Teil. Was sagt ihr dazu? Alle Söhne waren sich darin einig, dass dies Teil ausgezeichnet sei und dass, wer es erhielte, sich glücklich preisen könne. Ja, an dem Teil ist nichts auszusetzen, sagte die alte Riesenfrau, und auch das zweite ist nicht übel. Darin habe ich alles das vereint, was ich an ebenem Erdboden und freiem Felde besitze und habe es von der Mälergegend bis nach Dalarna hinaufgelegt. Wer das Teil wählt, wird es, glaube ich, nicht bereuen. Er kann so viel Korn bauen, wie er will und sich große Häuser bauen, und weder er noch seine Nachkommen brauchen sich auch nur eine Stunde Sorge, um ihr Auskommen zu machen. Damit die Ebene nicht sumpfig wird, habe ich große Gräben quer durch sie hindurchgezogen, und darin ist hier und da ein Wasserfall, an dem Mühlen und Hammerwerke gebaut werden können. Und an den Gräben entlang habe ich Kieshügel aufgetragen, auf denen Wald zu Brennholz wachsen kann. Ja, das ist das zweite Teil, und ich meine, wer das bekommt, hat allen Grund zufrieden zu sein. Darin stimmten alle drei Söhne mit ihr überein, und sie dankten ihr, dass sie es so gut für sie geordnet hatte. Ich habe es gern so gut wie möglich machen wollen, sagte die Alte, aber nun komme ich zu dem, was mir am meisten Sorge bereitet hat. Denn, seht ihr, als ich alle meine Heine und Weiden für das eine Teil genommen hatte und die frisch bestellten Gegenden für das andere, entdeckte ich, dass ich in meinem Besitz nur noch Fichtenhügel und Tannenwälder und Bergrücken und Felsenufer und Granitklippen und magere Wacholdergestrüppe und elende Birkengehölze und kleine Seen hatte. Und dass sich dazu niemand von euch freuen würde, konnte ich ja begreifen. Trotzdem habe ich all den Plunder zusammengesammelt und ihn hier nördlich und westlich von der Ebene hingelegt. Aber ich fürchte, dass der, der dies Teil wählt, nichts weiter als Armut zu erwarten hat, Schafe und Ziegen werden den ganzen Viehbestand bilden, den er halten kann, und er wird wohl auf die See hinausgehen müssen, um zu fischen oder in den Wald auf Jagd, um sich Nahrung zu schaffen. Da sind freilich eine Menge Gießbäche und Wasserfälle, sodass sich da vielleicht so viele Mühlen bauen ließen, wie er Lust hat, aber ich fürchte, er wird nicht viel anderes als Baumrinde darauf zu malen haben. Und sehr beschwerlich bekommt er es mit Wölfen und Bären, denn die werden sicher in der Wildnis hausen. Ja, das ist das dritte Teil. Ich weiß wohl, dass es nicht mit den anderen verglichen werden kann, und wäre ich nicht so alt, so würde ich die Teilung noch einmal vornehmen, aber das ist unmöglich. Und nun habe ich keine Ruhe in meiner letzten Stunde, weil ich nicht weiß, wem von euch ich das geringste Teil geben soll. Ihr seid alle drei gute Söhne gewesen, und es ist schwer, ungerecht gegen einen von euch zu sein. Nachdem die alte Riesenfrau sie mit dem Stand der Dinge vertraut gemacht hatte, sah sie die Söhne bekümmert an. Diesmal sagten sie nicht, so wie früher, dass sie gerecht geteilt und gut für sie gesorgt habe. Sie standen stumm da, und es war leicht zu sehen, dass derjenige von ihnen, der das letzte Teil bekam, unzufrieden sein würde. Ja, da lag die alte Mutter und war voller Sorgen, und die Söhne konnten sehen, dass sie alle Qualen des Todes schon im Voraus kostete, weil sie das Erbe unter sie verteilen musste und nicht wusste, wen von den Söhnen sie unglücklich machen sollte, indem sie ihm das geringste Teil zusprach. Der Jüngste aber liebte seine Mutter am innigsten, und er konnte es nicht ertragen, zu sehen, wie sie sich quälte. Er sagte, Ihr sollt euch um dieser Sache willen keine Sorge mehr machen, Mutter. Legt euch nur hin und sterbt in Frieden. Das schlechte Teil könnt ihr mir schenken. Ich werde mir Mühe machen, mich redlich darauf durchzuschlagen, und wie es auch gehen mag, ich werde euch nicht zürnen, weil die anderen es besser haben als ich. Sobald er das gesagt hatte, wurde die Mutter ruhig, und sie dankte ihm und lobte ihn. Die anderen Teile zu bestimmen, machte ihr keine Schwierigkeiten, denn sie waren fast gleich gut. Als alles geordnet war, dankte die Alte dem jüngsten Sohn noch einmal und sagte, sie habe erwartet, dass gerade er ihr helfen werde. Und sie bat ihn, wenn er in seine Wildnis hinaufkomme, der großen Liebe zu gedenken, die sie für ihn gehegt hatte. Damit schloss sie ihre Augen und starb. Und als die Brüder sie in die Erde gebettet hatten, gingen sie alle drei hin, um ihr Besitztum anzusehen, und die beiden Ältesten konnten ja nur froh und zufrieden sein. Der Dritte ging in seine Wildnis hinauf, und er sah, dass die Mutter wahr geredet hatte, und dass sein Besitz in der Hauptsache aus Bergabhängen und kleinen Seen bestand. Aber er konnte deutlich erkennen, dass die Mutter mit Liebe seiner gedacht, als sie dies Teil für ihn zurechtlegte, denn obwohl sie nichts weiter als Plunder übrig gehabt hatte, war es doch so geordnet, dass man sich kein schöneres Land denken konnte. Stellenweise war es rau und wild, schön war es aber trotzdem. Es tat ihm wohl, das zu sehen, aber froh war er doch nicht. Nach und nach aber bemerkte er, dass der Felsgrund hier und da ein wunderliches Aussehen hatte, und als er genauer zusah, entdeckte er, dass er fast überall mit Erzadern durchwachsen war. Es war hauptsächlich Eisen, aber es fand sich auch reichlich Kupfer und Silber dort auf seinem Besitz. Er ahnte, dass er größere Reichtümer bekommen hatte als einer der Brüder, und allmählich wurde es ihm klar, dass seine alte Mutter doch eine Absicht mit der Erbteilung gehabt hatte. Kapitel 26 Im Bergwerkdistrikt Donnerstag, 28. April Die wilden Gänse hatten eine beschwerliche Reise. Es war ihre Absicht gewesen, gleich nordwärts über Westmannland zu fliegen, sobald sie ihr Frühstück auf den Feldern von Vellingbro verzehrt hatten, aber der Westwind nahm an Stärke zu und verschlug sie stattdessen nach Osten, ganz hinauf an die Grenze von Upland. Sie flogen hoch oben und der Wind jagte sie in gewaltiger Fahrt vor sich her. Der Junge saß da und guckte hinab, um sich einen Begriff davon zu machen, wie es in Westmannland aussah, aber er konnte nichts recht unterscheiden. Er sah wohl, dass es hier in dem östlichen Teil der Landschaft flach und niedrig war, aber er konnte nicht begreifen, was für Furchen und Striche es waren, die von Norden nach Süden quer über die Ebene liefen. Es sah höchst sonderbar aus, denn alle Streifen liefen fast ganz gerade und mit gleich großem Zwischenraum. Dies Land ist ganz so gestreift wie die Schürze meiner Mutter, sagte der Junge. Ich möchte wohl wissen, was für Streifen das sind, die quer über das Ganze hinlaufen. Bäche und Bergrücken, Wege und Eisenbahnen, antworteten die Wildgänse. Bäche und Bergrücken, Wege und Eisenbahnen. Und es verhielt sich wirklich so, denn als die Gänse gen Osten getrieben wurden, flogen sie zuerst über den Hedeström, der zwischen zwei Bergrücken dahinläuft und eine Eisenbahn an der Seite hat, und dann kamen sie an den Kolbecker, der eine Eisenbahn an der einen Seite hat und an der anderen einen Bergrücken mit einer Landstraße. Darauf stießen sie auf den Zwarta, an dem laufen auch Bergrücken und Landwege entlang. Dann auf den Lillear mit dem Badelundas und schließlich auf den Sagar, der an seinem rechten Ufer sowohl Landstraße als auch Eisenbahn hat. Nie habe ich so viele Wege gesehen, die alle von der einen Seite kommen, dachte der Junge. Da müssen viele Waren sein, die von Norden her hier durch das Land geführt werden sollen. Doch fand er, dass das sonderbar war, denn er glaubte, dass es nördlich von Westmannland gleichsam mit Schweden aus sei. Was noch vom Lande übrig war, könne wohl kaum etwas anderes sein als Wald und Wildnis, dachte er. Als der Wind die Wildgänse ganz bis an den Sargau hinübergetrieben hatte, wurde es Acker offenbar klar, dass sie ganz anders wohin gekommen waren, als sie beabsichtigt hatte, denn hier machte sie mit ihrer Schar kehrt und begann, sich in starkem, widrigem Wind nach Westen zurückzukämpfen. Sie flogen also noch einmal über die gestreifte Ebene und setzten dann den Weg nach dem westlichen Teil der Landschaft fort, der aus waldreichem Hügelland bestand. Solange der Junge über die Ebene flog, saß er über den Hals da ganz gebeugt da und sah hinab. Als aber die Ebene aufhörte und er sah, dass große Waldgegenden vor ihm lagen, richtete er sich auf und dachte, jetzt wolle er seine Augen ausruhen, denn dort, wo die Erde von Wald bedeckt war, lohnte es sich selten, aus Guck zu halten. Als sie eine Weile über waldbedeckte Bergrücken und kleine Seen dahin geflogen waren, hörte der Junge unten auf der Erde etwas, das gleichsam winselte und klagte. Da war er ja gezwungen, sich vornüber zu beugen und hinab zu sehen. Die Wildgänse flogen jetzt nicht gerade schnell, da sie gegen den Wind ankämpften, so konnte er denn das Land unter sich ganz deutlich sehen. Das erste, was er entdeckte, war ein großes Loch, das gerade in die Erde hineinging. Über dem Loch war ein Hebewerk aus dicken Balken errichtet und das Hebewerk holte gerade in diesem Augenblick unter Kreischen und Winseln eine Tonne herauf, die mit Steinen angefüllt war. Ringsumher lagen große Steinhaufen, eine Dampfmaschine stand in einem Schuppen und Schnob, Frauen und Kinder saßen in einem Rundkreis an der Erde und suchten Steine aus, auf einer schmalen Pferdebahn rollten einige mit grauen Steinblöcken beladene Wagen dahin und am Waldessaum lagen kleine Arbeiterwohnungen. Der Junge konnte nicht begreifen, was das alles war und er rief aus vollem Halse hinab, was für ein Ort ist das, wo sie so viele Feldsteine aus der Erde herausholen. Hör doch nur einer den Dummkopf, hör doch nur einer den Dummkopf, zwitscherten die Spatzen, die an dem Ort beheimatet waren und gut Bescheid wussten. Er kennt keinen Unterschied zwischen Feldsteinen und Eisenerz. Da begriff der Junge, dass das, was er sah, eine Grube war. Er war ein wenig enttäuscht, denn er hatte gedacht, eine Grube müsse auf einem hohen Berg liegen, diese aber lag auf der flachen Erde zwischen zwei Bergrücken. Bald ließen sie sie hinter sich und der Junge saß wieder da und starrte geradeaus, denn die Tannen bewaldeten Bergrücken und die Birkenhaine, die unter ihm lagen, meinte er schon so häufig gesehen zu haben. Da merkte er, dass eine starke Wärme von der Erde zu ihm hinaufschlug und zugleich musste er hinabgucken, um zu sehen, woher sie kam. Unter ihm lagen große Haufen aus Kohle und Erz und mitten dazwischen stand ein hohes, achteckiges, rot gestrichenes Gebäude, das ein helles Flammenbündel zum Himmel emporsandte. Anfänglich glaubte der Junge, dass es eine Feuersbrunst sei, da aber sah er, dass die Leute da unten ganz ruhig umhergingen, ohne sich auch nur das Geringste um das Feuer zu kümmern und nun konnte er nicht begreifen, wie das zusammenhing. Was für ein Ort ist dies, wo sich niemand darum kümmert, dass ein Haus in hellen Flammen steht, rief der Junge hinab. So ein Feigling hat Angst vor dem Feuer, zwitscherten die Buchfinken, die am Waldessaum wohnten und von allem, was sich in der Nachbarschaft zutrug, genau Bescheid wussten. Er weiß nicht, wie das Eisen aus dem Erz herausgeschmolzen wird. Er kennt nicht den Unterschied zwischen dem Feuer aus einem Schmelzofen und einer Feuersbrunst. Bald ließen sie den Schmelzofen hinter sich und wieder saß der Junge da und sah gerade vor sich hin, denn er glaubte, dass in dieser Waldgegend nicht viel zu sehen sei. Aber sie waren noch nicht weit geflogen, als er unten von der Erde einen fürchterlichen Lärm und Spektakel aufsteigen hörte. Als er hinab sah, erblickte er erst einen kleinen Bach, der mit starkem Gefälle eine Bergwand hinabstürzte. Neben dem Wasserfall lag ein großes Gebäude mit schwarzem Dach und hohem Schornstein, der einen dicken, mit Funken vermischten Rauch entsandte. Vor dem Gebäude lagen Eisenklumpen und Eisenstangen und ganze Berge von Kohlen. Die Erde war in weitem Umkreis schwarz und nach allen Seiten gingen schwarze Wege. Aus dem Gebäude ertönte ein unbeschreiblicher Lärm. Es bullerte und pustete. Es klang, als wenn jemand mit starken Schlägen versuchte, sich gegen ein fauchendes, wildes Tier zu verteidigen. Aber das Sonderbare war, dass niemand sich darum kümmerte, was da vor sich ging. Eine Strecke weiter lagen Arbeiterwohnungen unter grünen Bäumen und noch ein wenig weiter ragte ein großes weißes Herrenhaus auf. Aber vor den Arbeiterwohnungen spielten die Kinder ganz ruhig und in der Allee, die zu dem Herrenhaus hinaufführte, gingen Leute in höchster Gemütsruhe. Was für ein Ort ist dies, wo sich niemand darum kümmert, dass die da im Hause einander totschlagen, rief der Junge auf die Erde hinab. Hack, 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 weiß der aber gut Bescheid. Hack, 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 schnattete eine Elster. Da wird niemand in Stücke zerrissen. Es ist das Eisen, das siedet und sprüht, wenn es unter den Hammer gelegt wird. Bald ließen sie das Eisenwerk hinter sich und der Junge saß wieder da und sah gerade aus, denn er dachte, hier in der Waldgegend könne nicht viel zu sehen sein. Als sie eine Weile geflogen waren, hörte er eine Glocke läuten und er musste noch einmal hinabgucken, um zu sehen, woher der Ton kam. Da sah er unter sich einen Bauernhof, wie er nie etwas Ähnliches gesehen hatte. Das Wohnhaus war ein langes, rot gestrichenes, einstöckiges Gebäude und es war nicht so übermäßig groß, aber was ihn in Erstaunen versetzte, das waren alle die großen, gut gebauten Wirtschaftsgebäude, die es umgaben. Der Junge wusste ungefähr, wie viele Wirtschaftsgebäude zu einem Hofe gehören, aber hier hatten sie offenbar das Doppelte oder Dreidoppelte von allem. So einen Überfluss von Gebäuden hatte er sich nicht träumen lassen und er konnte auch nicht begreifen, was darin aufgehoben werden sollte, denn da waren fast gar keine Felder in der Nähe des Hofes. Er sah einige kleine Felder drinnen im Walde, aber teils waren sie so klein, dass er sie kaum Felder nennen würde, teils war schon auf jedem einen eine Scheune, um aufzunehmen, was da geerntet werden konnte. Auf dem Stalldach hing die Essensglocke unter einer Kapuze und die hatte geläutet. Der Hausherr ging mit seinen Knechten in die Küche und der Junge sah, dass er viele und gut gewachsene Leute hatte. Was's für Leute sind, dass die solche große Gehöfte mitten in den Wald bauen, wo gar keine Felder sind, rief der Junge auf die Erde hinab. Der Hahn stolzierte auf dem Misthaufen und blieb ihm die Antwort nicht schuldig. Alter Bergmannshof, alter Bergmannshof, krähte er, die Felder liegen unter der Erde, die Felder liegen unter der Erde. Jetzt wurde es dem Jungen klar, dass es keine gewöhnliche Waldgegend war, über die man hinwegfliegen konnte, ohne sie zu beachten. Wälder und Berge waren da freilich überall, aber es lagen eine unglaubliche Menge von sonderbaren Orten darin versteckt. Da waren Grubenfelder, wo die Hebebäume kurz davor waren, umzufallen, und wo die Erde von Grubenlöchern durchbohrt war, und da waren Grubenfelder, wo noch immer gearbeitet wurde, wo man die dumpfen Sprengschüsse bis zu den Wildgänsen hinaufhören konnte und wo ganze Städte und Arbeiterwohnungen aus dem Waldessaum auftauchten. Da waren alte, verlassene Schmieden, wo der Junge durch das zusammengestürzte Dach auf mächtige, eisenbeschlagene Hammergeschäfte und plump gemauerte Öfen hinabsehen konnte, und da waren große, neu angelegte Eisenwerke, wo gearbeitet und gehämmert wurde, dass die Erde erbebte. Da waren kleine Städte mitten in der Wildnis, sie lagen ganz still und sahen so aus, als wüssten sie nichts von dem Lärm ringsumher. Da gingen Bratbahnen durch die Luft, an denen erzbeladene Körbe lautlos entlang glitten, in allen Gießbächen schnurrten Räder, elektrische Leitungen liefen durch den stummen Wald und endlos lange Eisenbahnzüge kamen mit sechzig, siebzig Wagen dahergerollt, die bald mit Erz und Kohlen, bald mit Eisenstangen, Eisenplatten und Stahldraht beladen waren. Als der Junge eine Weile still dagesessen und das alles betrachtet hatte, konnte er sich nicht länger ruhig verhalten. Wie heißt doch nur dieses Land, wo nichts weiter wächst als Eisen, fragte er, obwohl er wusste, dass die Vögel unten auf der Erde sich über ihn lustig machen würden. Da fuhr eine alte Eule, die in einer verlassenen Schmelzhütte saß und schlief aus ihrem Schlaf auf. Sie streckte ihren runden Kopf aus und rief mit ihrer unheimlichen Stimme Schmutzhütte Wuhu 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 Dies Land heißt Bergwerk Distrikt Wüchse hier kein Eisen so wohnte hier heutigen Tags niemand als Eulen und Bären Kapitel 27 Nils Holgersons wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil Gelesen von Franziska Singer 27 Das Eisenwerk Donnerstag 28. April Fast den ganzen Tag als die Wildgänse über den Bergwerk Distrikt hinflogen wehte ein starker Westwind und sobald sie versuchten gen Norden zu steuern wurden sie gen Osten geworfen Acker aber glaubte dass Reinecke in dem östlichen Teil des Landes umherlief aus diesem Grunde wollte sie nicht nach der Seite fliegen sondern kehrte einmal über das andere um und kämpfte sich mühselig nach Westen zurück Auf diese Weise kamen die Wilden Gänse nur langsam vorwärts und gegen Nachmittag waren sie noch nicht weiter gekommen als bis an den Bergwerk Distrikt von Westmannland Gegen Abend legte sich der Wind plötzlich und die müden Reisenden fassten Hoffnung auf eine Stunde ruhigen Fluges vor Sonnenuntergang wie ein Blatt das vom Baume weht Ach das hat keine Not dachte der Junge noch während er fiel ich sinke so langsam hinab als wäre ich ein Stück Papier der Gänserich Martin wird sich schon beeilen und mich wieder aufsammeln das das Erste was er tat als er auf die Erde hinab kam war die Mütze vom Kopf zu reißen und damit zu winken damit der große weiße Gänserich sehen sollte wo er war hier bin ich wo bist du hier bin ich wo bist du rief er und war ganz erstaunt dass der Gänserich Martin noch nicht neben ihm war aber der große weiße war nicht zu sehen und er sah auch die schade Wildgänse sich nicht vom Himmel abzeichnen sie war ganz verschwunden er fand das ja freilich ein wenig sonderbar aber er wurde nicht bange oder unruhig es fiel ihm auch nicht einen Augenblick ein dass Acker oder Martin ihn im Stich lassen könnten der heftige Windstoß hatte sie wohl mitgenommen sobald sie im Stande waren zu wenden würden sie schon zurückkommen und ihn holen aber was war denn das wo in aller Welt war er hingeraten bisher hatte er nur dagestanden und nach den Gänsen zum Himmel empor gesehen aber jetzt blickte er plötzlich um sich er war nicht auf die flache Erde hinab gefallen sondern in eine tiefe breite Bergschlucht oder was es nun sein mochte es war ein Raum fast so groß wie eine Kirche mit fast lotrechten Felsenwänden nach allen Seiten und ganz ohne Decke an der Erde lagen einige große Felsblöcke und dazwischen wuchsen Moos- und Preiselbeergrün und kleine niedrige Birken hier und da an den Felswänden waren vorspringende Ecken von denen zerbrochene Leitern herabhingen nach der einen Seite erschloss sich ein finsteres Gewölbe das tief in den Berg hinein zu führen schien Der Junge war nicht umsonst einen ganzen Tag über den Bergwerk Distrikt dahin geflogen er begriff sofort dass die große Schlucht dadurch entstanden war dass man in früheren Zeiten an dieser Stelle Erz in den Berge gebrochen hatte aber ich muss sofort versuchen ob ich nicht wieder auf die Erde hinauf klettern kann dachte er denn sonst fürchte ich dass meine Reisegefährten mich nicht finden können Er wollte eben an die Felswand gehen als jemand kam und ihn von hinten packte und er hörte eine grobe Stimme in sein Ohr brummen Was für einer bist du denn Der Junge wandte sich schnell um und im ersten Schrecken glaubte er einem großen Felsblock gegenüber zu stehen der mit graubrauner Bartflechte bedeckt war dann aber gewahrte er dass der Felsblock breite Füße hatte auf denen er gehen konnte und einen Kopf und Augen und einen großen brummenden Mund er konnte kein Wort der Entgegnung hervorbringen aber das schien das große Tier auch gar nicht zu erwarten er warf ihn um rollte ihn mit der Pfote hin und her und beschnüffelte ihn es sah so aus als wolle es ihn verschlingen da aber kam es auf andere Gedanken und rief Murre und Brumme kommt schnell meine Kleinen hier ist was leckeres für euch augenblicklich kamen zwei zottige Junge daher gestürzt sie standen schlecht auf den Beinen und hatten ein weiches Fell so wie junge Hunde was habt ihr da gefunden Bären Mutter dürfen wir sehen was es ist also Bären sind es unter die ich geraten bin dachte der Junge dann fürchte ich braucht sich Reinecke Fuchs keine Mühe mehr zu geben hinter mir drein zu jagen die Bären schob den Jungen mit der Tatze den Kleinen hin und eins von ihnen schnappte ihn weg und lief mit ihm davon aber es biss nicht hart zu denn es war ausgelassen und wollte mit dem Däumling spielen ehe es ihn tot biss das andere lief hinter drein um den Jungen zu ergattern und kam so watschelnd und taumelnd daher dass es mit dem Jungen gerade auf den Kopf fiel und so rollten sie über und untereinander und rissen sich und bissen sich und brummten währenddessen entkam der Junge lief an die Felswand und begann hinauf zu klettern aber die beiden Bären Kinder kamen hinter ihm drein gestürzt kletterten schnell und behände den Berg hinauf holten ihn ein und warfen ihn auf das Moos hinab wie einen Ball jetzt weiß ich was eine arme kleine Maus empfindet wenn sie in die Krallen der Katze geraten ist dachte der Junge er versuchte mehrmals zu entschlüpfen er lief tief in den alten Grubengang hinein verbarg sich hinter den Steinen und kletterte in die sobald sie ihn eingefangen hatten ließen sie ihn wieder los damit er ihnen wieder fortlaufen sollte denn dann hatten sie das Vergnügen ihn wieder einzufangen schließlich wurde der Junge so müde und hatte das Ganze so satt dass er sich an die Erde warf lauf lauf riefen die Bärenkinder sonst fressen wir dich meinetwegen sagte der Junge ich kann nicht mehr laufen so fort stürzten die Kleinen zu der Bärenmutter Mutter Mutter er will nicht mehr spielen klagten sie ja dann nehmt ihn und teilt ihn unter euch aber ganz gerecht sagte die Bärenmutter als der Junge das hörte wurde er so bange dass er gleich wieder zu spielen anfing als es Schlafens Zeit war und die Bären ihre Jungen rief damit sie dicht an sie herankriechen und hatten sie sich so köstlich unterhalten dass sie morgen dasselbe Spiel spielen wollten sie nahmen den Jungen zwischen sich und legten die Tatzen auf ihn sodass er sich nicht rühren konnte ohne sie zu wecken sie schliefen bald ein und der Junge dachte nach einer Weile wolle er versuchen zu entschlüpfen aber nie in seinem Leben war so mit ihm herum geworfen und getründelt und gejagt und gedreht worden und er war so todmüde dass er auch einschlief ein wenig später kam der Bären Vater die Felswand hinab geklettert der Junge erwachte davon dass er Steine und Kies los riss indem er sich in die alte Grube hinuntergleiten ließ der Junge wagte ja kaum sich zu rühren aber er drehte und wendete sich so dass er den Bären sehen konnte es war ein mächtig großer stark gliedriger Bär mit gewaltigen Tatzen großen schimmernd weißen Eckzähnen und kleinen boshaften Augen der Junge konnte nichts dafür dass es ihm kalt den Rücken hinablief als er den alten König des Waldes erblickte es riecht hier nach Menschen sagte der Bären Vater sobald er zur Bären Mutter gelangt war und dabei brummte er wie ein Gewitter wie kannst du nur auf solche Dummheiten verfallen sagte die Bären Mutter und blieb ruhig liegen wo sie lag es ist ja aber käme einer hier hinab wo ich und die kleinen Hausen so würde nicht so viel von ihm übrig bleiben dass du es riechen könntest der Bären Vater legte sich neben die Bären Mutter schien aber nicht ganz zufrieden mit der Antwort zu sein denn er konnte es nicht lassen zu schnobern und zu wittern lass doch das alte geschnobern noch sagte die Bären Mutter du solltest mich doch nachgerade genug kennen um zu wissen dass ich nichts was unheil anrichten kann in die Nähe der kleinen kommen lasse erzähle mir lieber was du unternommen hast ich habe dich eine ganze Woche nicht gesehen ich bin ausgewiesen und habe mich nach einer neuen Wohnung umgesehen sagte der Bären Vater zuerst ging ich nach Wärmland hinüber um unsere Verwandten im Neuwald zu fragen wie sie sich da im Lande befänden aber die Mühe hätte ich mir sparen können sie waren alle fort da war auch nicht ein Bären Lager im ganzen Walde ich glaube die Menschen wollen die ganze Erde für sich haben sagte die Bären Mutter wenn wir auch Menschen und Vieh in Ruhe lassen und nur von Preiselbeeren und Ameisen und Pflanzen leben so werden sie uns doch nicht erlauben im Walde zu bleiben ich möchte wohl wissen wo wir hinziehen und sicher sein könnten dass man uns so wohnen ließe hier in dieser Grube haben wir uns ja so viele Jahre wohl gefühlt sagte der Bären Vater aber ich kann mich nicht darin finden hier zu wohnen nachdem das große Bullerwerk ganz dicht neben uns gebaut ist ich bin jetzt zuletzt östlich vom Dallelf gewesen nach Gartenberg zu um mich dort um zu sehen auch dort waren viele alte Grubenlöcher und andere gute Schlupfwinkel und es schien mir als wenn man da so ziemlich Vater das sagte erhob er sich und schnubberte nach allen Seiten es ist sonderbar jedes mal wenn ich von Menschen spreche spüre ich wieder den Geruch sagte er sieh selbst nach wenn du mir nicht glauben willst sagte die Bären Mutter ich möchte wohl wissen wo ein Mensch hier versteckt liegen sollte der Bär machte die Runde durch die Höhle und schnubberte schließlich legte er sich ohne ein Wort zu sagen wieder neben die Bären Mutter aber du glaubst natürlich nicht dass auch andere als du Nase und Ohren haben man kann nie vorsichtig genug mit so einer Nachbarschaft sein wie wir sie haben sagte der Bären Vater ruhig aber dann fuhr er mit einem Gebrüll in die Höhe es traf sich so unglücklich dass eins der Bärenkinder seine Tatze auf Nils Holgersons Gesicht gelegt hatte sodass der arme Junge nicht atmen konnte sondern niesen musste jetzt Jetzt es der Bären Mutter nicht mehr möglich den Bären Vater ruhig zu halten er warf die Kleinen nach rechts und nach links und gewartet den Jungen eh er sich noch erhoben hatte er würde ihn sofort verschlungen haben wenn sich die Bären Mutter nicht ins Mittel gelegt hätte rühr ihn nicht an das ist das Spielzeug der Kinder sagte sie sie haben sich den ganzen Abend so herrlich mit ihm belustigt dass sie es nicht übers Herz bringen konnten ihn zu fressen sondern ihn zum Morgen aufheben wollten der Bär aber schob die Bärin beiseite mische dich nicht in Dinge für die du kein Verständnis hast brüllte er kannst du denn nicht merken dass es nach Menschen riecht den fresse ich sofort auf sonst spielt er uns noch irgendeinen schlimmen Streich er öffnete schon den Rachen nun aber hatte der Junge Zeit gehabt sich zu besinnen und er hatte in größter Eile seine Streichhölzer aus dem Ranzen geholt sie waren das einzige Verteidigungsmittel das er besaß er strich ein Streichholz an seinen Lederhosen an und als es mit heller Flamme brannte steckte er es dem Bären in den Rachen der Bär schnob als er den Schwefelgeruch in die Nase bekam und dann erlosch die Flamme der Junge hatte ein neues Streichholz bereit aber merkwürdigerweise wiederholte der Bärenvater seinen Angriff nicht Kannst du viele von den kleinen blauen Rosen anzünden fragte er Ich kann so viele anzünden dass sie dem ganzen Walde den Garaus machen könnten erwiderte der Junge denn er glaubte dass er auf diese Weise den Bären bange machen konnte Könntest du vielleicht Haus und Gehöft anzünden fragte der Bärenvater Ja das ist eine Kleinigkeit für mich prallte der Junge und hoffte dass der Bärenvater Respekt vor ihm bekommen würde Das ist gut sagte der Bärenvater Dann sollst du mir einen Dienst leisten Nun freue ich mich wirklich dass ich dich nicht aufgefressen habe Dann nahm der Bär den Jungen ganz vorsichtig zwischen die Zähne und kletterte mit ihm aus der Höhle heraus Das ging erstaunlich leicht und schnell obwohl er so groß und schwer war Oben angelangt lief er sogleich in den Wald Auch das ging sehr schnell Es unterlag keinem Zweifel dass der Bärenvater wieder zu geschaffen war sich den Weg durch dichte Wälder zu bahnen Sein schwerer Körper schoss durch das Dickicht wie ein Boot durch das Wasser Der Bärenvater lief weiter bis er an einen Hügel am Waldesaum anlangte von wo aus er das große Eisenwerk sehen konnte Dort legte er sich nieder stellte den Jungen vor sich hin und hielt ihn mit beiden Tatzen fest Sieh dir nun das große Bullerwerk da unten an sagte er zu dem Jungen Das Eisenwerk lag mit seinen vielen hohen und großen Gebäuden am Ufer eines Wasserfalls hohe Schornsteine spiehen schwarze Rauchwolken aus das Feuer aus den Schmelzöfen flammte und aus allen Fenstern und Luken schimmerte Licht Da drinnen waren Hämmer und Walzwerke im Gange und sie arbeiteten mit so großer Kraft dass die Luft wiederhalte vom Lärm und Gebuller Rings um das Fabrikgebäude selbst lagen mächtige Kohlenschuppen große Haufen von Schlacken Speicher Bretterstapel und Gerätschaftshäuser Ein wenig weiterhin stand eine lange Reihe von Arbeiterwohnungen nette Villen Schulen Versammlungshäuser und Läden aber all das andere war still und schien zu schlafen Der Junge sah gar nicht nach der Seite er hatte nur Auge für das Eisenwerk Die Erde rings um das Werk war schwarz Der Himmel wölbte sich herrlich dunkelblau über den Flammen aus dem Schmelzofen Der Gießbach gelitt weiß schäumend vorüber und das Werk selbst stand da und sandte Licht und Rauch und Feuer und Funken in die Nacht hinaus Nie hatte er etwas so Gewaltiges gesehen Willst du nun auch behaupten dass du eine so große Einrichtung anstecken kannst fragte der Bär Da stand nun der Junge eingeklemmt zwischen den Bären Tatzen und glaubte das Einzige das ihn retten könne sei dass der Bär hohe Gedanken von seiner Macht und Tüchtigkeit bekam Es ist ganz einerlei ob es groß oder klein ist sagte er deswegen ich kann es trotzdem zum Brennen bringen Dann will ich dir etwas sagen erwiderte der Bären Vater Meine Vorfahren haben in dieser Gegend gehaust seit hier im Lande Wald zu wachsen begann und ich habe Jagdgefilde und Grasfelder und Höhlen und Schlupfwinkel von ihnen geerbt und habe hier mein Leben lang in Ruhe und Frieden gewohnt Zu Anfang wurde ich nicht viel von den Menschen Sie gingen in die Berge und hackten darin herum und sammelten ein wenig Erz heraus und hier unten am Gießbach hatten sie ein Hammerwerk und einen Schmelzofen aber der Hammer bullerte nur ein paar Mal am Tage und in dem Schmelzofen war nur ein paar Monate hintereinander Feuer darin konnte ich kann kann ich es nicht mehr aushalten das ganze Gebäude mit einem einzigen Schlag zu Boden schlagen könne Es war nicht leicht ihn von der schwarzen Erde zu unterscheiden und da er sich obendrein in dem Schatten der Mauern hielt war keine besondere Gefahr vorhanden dass er entdeckt werden würde Jetzt ging er ohne Furcht zwischen die Werkstätten hinein und klettete auf einen Schlackenhaufen Hier richtete er sich auf den Hinterbeinen auf nahm den Jungen zwischen die Vordertatzen und hob ihn in die Höhe Versuche ob du in das Haus hinein sehen kannst drinnen im Eisenwerk waren sie beim Bessemer Blasen oben unter der Decke hing eine große runde Kugel die mit geschmolzenem Eisen gefüllt war in die pressten sie einen starken Luftstrom hinein und als die Luft mit einem schrecklichen Lärm in die Eisenmasse hineindrang stoben große Schwärme von Funken daraus heraus die Funken kamen in Bündeln in Garben in langen Trauben sie hatten viele verschiedene Farben waren groß und klein fuhren gegen eine Wand und flogen über den ganzen großen Raum hinaus der Bärenvater ließ den Jungen das prachtvolle Schauspiel ansehen bis sie mit dem Blasen fertig waren und der rote fließende schön schimmernde Strahl aus der runden Kugel in die Eimer hinab strömte der Junge fand das was er sah so schön dass er ganz außer sich geriet und nahe daran war zu vergessen dass er zwischen zwei Bärentatzen gefangen saß Der Bärenvater ließ den Jungen auch in das Walzwerk hineingucken Ein Ein Arbeiter war ein kurzes und dickes Stück Eisen aus einem Ofen zu nehmen und es unter eine Walze zu legen Als das Eisen wieder aus der Walze heraus kam war es lang und zusammengedrückt Sogleich ein drittes Arbeit für Männer Biegen und Formen vermochten Er konnte sich nicht denken dass gewöhnliche Menschen eine solche Macht haben konnten So arbeiten sie hier Tag für Tag und Nacht für Nacht sagte der Bärenvater und legte sich auf die Erde nieder Du kannst wohl begreifen dass das nicht zum Aushalten ist Ein Glück dass ich dem Treiben jetzt ein Ende machen kann Könnt ihr das fragte der Junge Wie wollt ihr das nur machen Ich habe mir gedacht dass du die Gebäude hier anstecken sollst sagte der Bärenvater auf die Weise würde ich den ewigen Spektakel loswerden und könnte in meiner Heimat wohnen bleiben Dem Jungen lief es kalt wie Eis über den ganzen Körper darum also hatte der Bärenvater ihn hierher gebracht Wenn du das Bullerwerk ansteckst verspreche ich dir dass du dein Leben behalten sollst sagte der Bärenvater tust du aber nicht was ich will so wird es bald aus mit dir sein Die großen Werkstätten haben starke Mauern und der Junge dachte der Bärenvater kann so viel befehlen wie er wollte es war ja ganz unmöglich ihm zu gehorchen gleich darauf aber sah er dass es am Ende doch nicht so ganz unmöglich sein würde dicht neben ihm lag ein Haufen Stroh und Hobelspäne den er leicht anstecken konnte neben den Spänen befand sich ein Bretterstapel und der Bretterstapel stieß an den ganzen Kohlenschuppen der Kohlenschuppen aber ging bis ganz an die Werkstätten heran und wenn der zu brennen anfing würde das Feuer bald auf das Dach des Eisenwerks hinüberspringen das Feuer würde alles ergreifen was es an brennbaren gab die Mauern würden vor Hitze bersten und die Maschinen würden zerstört werden nun willst du oder willst du nicht fragte der Bärenvater der Junge wusste recht gut dass er gleich antworten müsse er wolle nicht aber er wusste auch dass die Bären tatzen die ihn umklammert hielten ihn mit einer einzigen Bewegung tot drücken würden so sagte er denn ich bitte um Erlaubnis mich einen Augenblick zu besinnen nun ja meinetwegen sagte der Bärenvater aber ich will dir auch sagen dass gerade das Eisen den Menschen eine solche Übermacht über uns Bären gegeben hat dass ich auch aus dem Grunde der Arbeit hier ein Ende machen möchte der Junge dachte er wolle die Bedenkzeit dazu nutzen um auf irgendeine Weise zu entkommen aber er war so bange dass er seine Gedanken nicht zu zwingen vermochte den Weg zu gehen denn er wollte stattdessen musste er daran denken welch eine gute Hilfe das Eisen für die Menschen auf dem Felde zog in der Axt die das Holz schlug in der Sense die das Korn mähte in dem Messer das zu allem möglichen benutzt werden konnte Eisen war in dem Zaum mit dem das Pferd gelenkt wurde in dem Schloss das die Tür verschloss in den Nägeln die die Möbel zusammen hielten in den Platten mit denen das Dach gedeckt war die Büchse die die wilden Tiere ausgerottet hatte war aus Eisen und ebenso die Hacke die das Erz in den Gruben gebrochen hatte mit Eisen waren die Kriegsschiffe bekleidet die er in Karlskroner gesehen hatte auf Eisenschienen rollten die Lokomotiven durch das Land aus Eisen war die Nadel die den Rock nähte die Schere die das Schafschuh der Kessel in dem das Essen gekocht wurde groß und klein alles was nützlich und unentbehrlich war bestand aus Eisen der Bärenvater hatte ja recht dass das Eisen den Menschen ihre Übermacht über die Bären gegeben hatte Na willst du nun oder willst du nicht fragte der Bärenvater Der Junge fuhr aus seinen Gedanken auf Hier stand er und dachte an ganz unnötige Dinge und hatte noch nicht ausfindig gemacht wie er entkommen sollte Ihr müsst nicht so ungeduldig sein sagte er Es ist eine wichtige Sache für mich und ich muss Zeit haben sie mir zu überlegen Ja dann überlege nur noch eine Weile entgegnete der Bärenvater Das will ich dir aber doch sagen Das Eisen ist schuld daran dass die Menschen so viel klüger geworden sind als wir Bären und allein aus dem Grunde will ich ihm Als der Junge diese neue Frist erhalten hatte wollte er sie benutzen um einen Rettungsplan zu ersinnen aber die Gedanken gingen in jener Nacht wie sie wollten und fingen wieder an sich mit dem Eisen zu beschäftigen nach und nach wurde es ihm klar wie viel die Menschen hatten denken und grübeln müssen ehe sie ausfindig gemacht hatten wie sie das Eisen aus dem Erz herausschmelzen konnten und er sah deutlich die alten schwarzen Schmiede vor sich wie sie über die Esse gebeugt standen und darüber nachgrübelten wie sie es am besten einrichten konnten vielleicht weil sie so lange gegrübelt hatten war der Verstand bei den Menschen gewachsen bis sie es schließlich dahin brachten so große Fabriken zu bauen es unterlag wohl keinem Zweifel dass die Menschen dem Eisen mehr schuldeten als sie Nun wie steht es fragte der Bärenvater willst du oder willst du nicht der Knabe zuckte zusammen hier stand er und dachte überflüssige Gedanken und wusste noch nicht wie er anfangen sollte zu entkommen es ist nicht so leicht sich zu entscheiden wie er glaubt sagte er ihr müsst mir Bedenkzeit geben ja ein wenig will ich noch auf dich warten sagte der Bärenvater aber dann erhältst du keinen Aufschub mehr du musst wissen das Eisen ist schuld daran dass die Menschen hier im Bärenlande wohnen da wirst du wohl verstehen dass ich ihm gern zu Leibe will seien sein er er dachte an dies Eisenwerk das seit es erbaut war so vielen Menschen Arbeit geliefert hatte und dass jetzt so viele Häuser voller Menschen um sich geschart und Eisenbahnen und Telegrafendrähte an sich gezogen hatte und dass nun wie steht es sagte der Bär willst du oder willst du nicht der Junge strich sich mit der Hand über die Stirn er hatte keinen Ausweg gefunden so viel aber wusste er dem Eisen wollte er nichts böses zufügen es war eine so gute Hilfe für reich und arm es schaffte so vielen Menschen im Lande Brot ich will nicht sagte er der Bärenvater klemmte die Tatzen ein wenig härter zusammen ohne etwas zu sagen ihr werdet mich nie dazu bewegen ein Eisenwerk zu zerstören sagte der Junge denn das Eisen ist zu so einem großen Segen dass es unrecht ist sich daran zu vergreifen dann erwartest du wohl auch nicht dass ich dich am Leben lasse fragte der Bär nein das erwarte ich nicht sagte der Junge und sah dem Bären gerade in die Augen der Bärenvater klemmte die Tatzen noch ein wenig fester zusammen es tat so weh dass dem Jungen Tränen in die Augen traten aber er kniff den Mund zusammen und sagte kein Wort gut eins zwei sagte der Bärenvater und hob langsam die eine Tatze denn er hoffte bis zuletzt dass der Junge sich ergeben werde im selben Augenblick hörte der Junge etwas in der Nähe klirren und er sah einen blanken Büchsenlauf ein paar Schritte von ihnen entfernt er wie auch der Bärenvater waren so von ihren eigenen Angelegenheiten in Anspruch genommen dass sie nicht beachtet hatten wie ein Mensch ganz dicht an sie herangeschlichen war Bärenvater rief 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 der Junge hört ihr nicht dass jemand den Hahn eines Gewehrs spannt lauft sonst werdet ihr tot geschossen der Bärenvater machte sich schleunigst aus dem Staube hatte aber doch Zeit genug den Jungen mitzunehmen ein paar Schüsse knallten als er davon stürzte und die Kugeln pfiffen ihm um die Ohren aber er entkam glücklich Wie der Junge jetzt dahing und aus dem Rachen des Bären herausbaumelte fiel es ihm ein dass er sich wohl noch nie so töricht benommen hatte wie in dieser Nacht hätte er nur geschwiegen so wäre der Bär erschossen und er selbst wäre frei gewesen aber er hatte sich so daran gewöhnt den Tieren zu helfen dass er tat ohne darüber nachzudenken Als der Bärenvater eine Strecke in den Wald hineingekommen war blieb er stehen und setzte den Jungen an die Erde hab Dank kleiner Mann sagte er die Kugeln hätten sicher besser getroffen wenn du nicht gewesen wärst und nun will ich dir dafür einen Dienst erweisen solltest du jemals wieder einem Bären begegnen so sage ihm nur was ich dir jetzt zuflüstere dann rührt er dich nicht an damit flüsterte der Bär dem Jungen ein paar Worte ins Ohr und eilte davon denn er glaubte zu hören dass die Hunde und Jäger ihn verfolgten der Junge aber stand allein im Walde frei und unbeschädigt und konnte kaum begreifen wie das möglich war die Wildgänse waren den ganzen Abend hin und her geflogen hatten gespäht und gerufen ohne jedoch Däumeling finden zu können sie suchten noch lange nachdem die Sonne untergegangen war und als es schließlich so dunkel wurde dass sie sich hinstellten und schlafen mussten waren sie sehr missmutig alle ohne Ausnahme glaubten sie der Junge habe sich im Fall verletzt und lege nun tot im Unterholz wo sie ihn nicht sehen konnten aber am nächsten Morgen als die Sonne über die Berge guckte und die wilden Gänse weckte lag der Junge wie gewöhnlich mitten zwischen ihnen und schlief und er konnte sich des Lachens nicht enthalten als er erwachte und sie vor erstaunen schreien und gackern hörte sie waren so neugierig zu erfahren was sich mit ihm zugetragen hatte dass sie nicht auf die Weide fliegen wollten ehe er alles erzählt hatte was ihm begegnet war schnell und munter erzählte der Junge sein ganzes Abenteuer mit den Bären aber dann war es als wolle er nicht mehr erzählen wie ich zu euch zurückgekommen bin das wisst ihr wohl schon sagte er nein wir wissen nichts wir glaubten du hättest sich tot gefallen das ist doch sonderbar sagte der Junge tja als der Bärenvater von mir ging kletterte ich in eine Tanne und schlief ein aber beim ersten Tagesgrauen erwachte ich davon dass ein Adler über mich dahin sauste mich in seine fänge nahm und mich entführte ich dachte natürlich jetzt sei es aus mit mir aber er tat mir nichts flog nur hierher und ließ mich zwischen euch fallen sagte er nicht wer er sei fragte der große weiße Gänserich er war verschwunden ehe ich auch nur Danke hatte sagen können ich glaubte Mutter Acker habe ihn gesandt um mich zu holen das ist doch sonderbar sagte der weiße Gänserich bist du auch sicher dass es ein Adler war nie in meinem Leben habe ich einen Adler gesehen antwortete der Junge aber er war so groß dass ich ihm keinen geringeren Namen geben kann der Gänserich Martin wandte sich nach den Wild Gänsen um er wollte hören da und sahen in die Luft hinauf und es sah so aus als dächten sie an ganz andere Dinge wir dürfen aber doch nicht ganz vergessen heute zu frühstücken sagte Acker und erhob die Flügel zu schnellem Flug Kapitel 28 Der Dahlelf Freitag 29. April An diesem Tage bekam Nils Holgersson das südliche Dalarna zu sehen Die wilden Gänse lenkten ihren Flug über das gewaltige Grubenfeld von Grengesberg über die großen Anlagen bei Ludwika über das Eisenwerk von Ulfshütten und das alte verlassene Werk von Grengshammer bis ganz hinauf zu den Ebenen von Storatuna und dem Dahlelf Als Nils zu Anfang der Fahrt hinter jedem Bergrücken Fabrikschornsteine aufragen sah, meinte er, das Ganze sei wie in Westmannland, aber als er über den großen Elf kam, sollte er etwas Neues kennenlernen. Es war der erste richtige Fluss, den der Junge sah, und es machte einen gewaltigen Eindruck auf ihn, diese große breite Wassermasse durch das Land dahin gleiten zu sehen. Als die Wildgänse die Floßbrücke von Torsong erreicht hatten, machten sie kehrt und flogen nach Nordwesten an dem Elf entlang, als wollten sie ihn zum Wegweiser benutzen. Der Junge saß da und sah auf die Ufer hinab, wo eine ganze Strecke lang ein Gebäude neben dem anderen lag. Er sah den großen Wasserfall bei Domnarfett und Quarnsweden und die großen Fabriken, die er zu treiben hatte. Er sah die Floßbrücken, die auf dem Elf ruhten, die Fähren, die er zu tragen hatte, die Balken, die er von dannen führte, klar, was für ein großes und merkwürdiges Gewässer dies war. Der Elf machte einen großen Bogen nach Norden. In der Krümmung war es öde und Menschen leer und die Wildgänse ließen sich auf einer Wiese nieder, um zu grasen. Der Junge lief von ihnen fort, bis ganz an den Abhang, um den Elf zu betrachten, der in einem breiten Bett tief unter ihm Fähre übergesetzt. Das war etwas Neues für Nils und es belustigte ihn, es anzusehen, aber plötzlich wurde er von einer schrecklichen Müdigkeit befallen. Ich muss ein wenig schlafen, ich habe diese Nacht ja kaum ein Auge geschlossen, dachte er, kroch in einen dichten Grasbüschel hinein, verbarg sich so gut er konnte unter Gras und Stroh und schlief ein. Er erwachte davon, dass er einige Menschen, die auf der Wiese saßen, sprechen hörte. Sie waren auf der Landstraße gekommen, konnten aber nicht über den Elf gesetzt werden, weil große Eisstücke stromabwärts schwammen und die Überfahrt hinderten. Während sie warteten, gingen sie auf die Wiese, setzten sich dorthin und redeten darüber, wie beschwerlich es doch mit dem Elf sei. Ich möchte wohl wissen, ob wir in diesem Jahr wieder eine solche Überschwemmung haben werden, wie im Vergangenen, sagte ein Bauer. Da ging der Elf daheim bei uns ganz bis an die Telefonstangen hinauf und nahm unsere ganze Floßbrücke mit fort. Im vergangenen Jahr hat er in unserer Gegend keinen sonderlichen Schaden angerichtet, sagte ein anderer, aber das Jahr vorher nahm er mir meine ganze Scheune voll Heu weg. Nie vergesse ich die Nacht, als er die große Brücke bei Dom nach Fett zerstörte, warf ein Eisenbahn Arbeiter dazwischen. In der Nacht hat niemand auf dem ganzen Werk ein Auge geschlossen. Freilich richtete Elf viel Schaden an, sagte ein großer, stattlicher Mann, aber wenn ich euch so schlecht von ihm reden höre, kann ich nicht umhin an den Probst daheim zu denken. Leute saßen da und beklagten sich über den Elf, genauso wie ihr es jetzt tut. Da aber wurde der Probst ganz zornig und sagte, er wolle uns eine Geschichte erzählen. Und als er geendet hatte, war da niemand, der auch nur ein böses Wort über den Dahlelf hätte sagen können. Und ich möchte wohl wissen, ob es euch nicht ebenso ergangen wäre, wenn ihr mit dabei gewesen wäret. Als die Wartenden das hörten, wollten sie alle wissen, was der Probst von dem Elf gesagt hatte, und der Bauer erzählte dann die Geschichte, so gut er sich ihrer entsinnen konnte. Oben an der norwegischen Grenze lag ein Bergsee. Dem entströmte ein Bach, der gleich von Anfang an trotzig und heftig war. So klein er war, wurde er doch Stora, der Große Bach genannt, weil es so aussah, als könne etwas Tüchtiges aus ihm werden. Gleich als er aus dem See heraus kam, warf er einen Blick um sich. Er wollte sehen, welche Richtung er am besten einschlagen sollte, aber es war im Grunde kein ermunterndernder Anblick, der ihm hohen Berggipfeln erhoben. Der Stora warf den Blick nach links. Dort hatte er den Langfjeld mit dem Barfrüh Hagner und Storvetes Hagner. Er sah den Norden, dort hatte er den Näsfjeld, im Osten stand der Nipfjeld und im Süden der Städian. Es war nahe daran zu denken, ob es nicht am klügsten sei, wieder in den See zurückzukehren, aber dann fand er, dass er doch wenigstens einen Versuch machen müsse, den Weg zum Meer zu finden und so machte er sich denn auf die Wanderschaft. Es ist leicht zu verstehen, dass es ein hartes Stück Arbeit war, sich den Weg durch dies wilde Bergland zu bahnen. Lag ihm nichts weiter im Wege, so war doch immer ein Wald da. Er musste eine Fichte nach der anderen umreißen, um sich freien Lauf zu schaffen. Am mächtigsten und stärksten war er im Frühling, wenn der erste Zufluss kam und ihn mit Schneewasser aus den Tannenwäldern speiste und wenn dann der Zufluss aus den Bergen ihn mit Gebirgswasser füllte. Dann sammelte er seine ganze Kraft und stürzte dahin, fegte Steine und Erde zur Seite und grub sich durch Sandrücken. Auch im Herbst konnte er eine gestärkt hatte. Eines schönen Tages, als das Zora wie gewöhnlich geschäftig dabei war, sich seinen Weg zu bahnen, hörte er plötzlich ein Bubbeln und Brausen rechts vor sich, weit weg im Walde. Er lauschte so eifrig, dass er fast still stand. Was in aller Welt kann das sein? fragte er sich. Der Wald, der rings um ihn her stand, konnte sich nicht enthalten, sich ein wenig lustig über ihn Du bildest dir wohl ein, dass du ganz allein auf der Welt bist, sagte er, aber ich kann dir erzählen, dass der, den du da brausen hörst, niemand anders ist, als der Gröffela aus dem Gröffelsee. Der hat sich gerade durch ein schönes Tal hindurch gegraben und kommt wohl ebenso schnell wie du an das Meer. Aber der Zora hatte seinen eigenen Kopf und als er diese Antwort erhielt, sagte er, ohne sich einen Augenblick zu besinnen, der Gröffela ist nur ein armseliges Ding, dass ich nicht alleine helfen kann. Grüß ihn von mir und sage, der Stora aus dem Wannsee sei auf dem Wege ans Meer. Ich würde mich seiner gern annehmen und ihm weiterhelfen, wenn er sich mir anschließen will. Du bist ein tüchtiger Bursche, so klein du bist, sagte der Wald. Am nächsten Tage stand der Wald da und sollte von dem Gröffela grüßen und sagen, er habe so schwer zu kämpfen, dass er sich Freuhilfe zu erhalten, er werde schon kommen und sich mit dem Stora vereinen, sobald er könne. Nun ging es natürlich noch schneller mit dem Stora und es wehrte nicht lange, bis er sich so weit vorwärts gearbeitet hatte, dass er einen Irdreberg und der Städjan widerspiegelten. Was ist denn das? sagte er und wieder war er nahe daran, vor Staunen still zu stehen. Ich habe mich doch nicht so töricht benommen, dass ich wieder nach dem Wannsee zurückgekommen bin. Aber der Wald, der zu dieser Zeit überall zugegen war, antwortete sogleich, Nein, du bist nicht nach dem Wannsee zurückgekommen, dies ist der Irdresee, der mit Wasser aus dem Sönderelf angefüllt ist. Das ist ein tüchtiger Elf, er ist eben damit fertig geworden, den See zu machen und ist nun dabei, sich einen Ablauf aus ihm zu schaffen. Als der Storau das hörte, sagte er sofort zu dem Walde, du, der du überall vordringst, willst du nicht den Sönderelf grüßen und ihm sagen, der Storau aus dem Wannsee sei den Elf mit mir an das Meer hinaus nehmen. Du kannst ihm sagen, er brauche sich keine Sorge zu machen, wie er vorwärts kommen solle, das werde ich schon einrichten. Ich will deinen Vorschlag gern überbringen, sagte der Wald, aber ich glaube nicht, dass der Sönderelf darauf eingeht, denn er ist ebenso mächtig wie du. Aber am nächsten Tage konnte der Wald erzählen, dass Dora zu vereinen. Der Bach lief nun durch den See und fuhr dann fort, mit dem Wald und den Bergen zu kämpfen, so wie bisher. Eine Weile ging alles gut, aber dann kam er in ein Gebirgstal, das war so fest verschlossen, dass er keinen Ausweg zu finden vermochte. Der Dora lag da und schäumte vor Wut, und als der Wald hörte, wie rasend er war, sagte er, nun ist es wohl doch aus mit dir. Aus mit mir, sagte der Dora, nein, ich bin nur eifrig beschäftigt mit einer Großtat, ich will versuchen, ob ich nicht ebenso gut wie der Sender Elf einen See machen kann. Und dann begann er den Serna See zu füllen und das war die Arbeit eines ganzen Sommers. Allmählich als das Wasser im See stieg, wurde der Dora höher in die Höhe gehoben und schließlich brach er sich einen Ausweg nach Süden zu. Als er glücklich aus der Klemme herausgekommen war, hörte er eines Tages ein mächtiges Sausen und Brausen links von sich. Ein so mächtiges Brausen hatte er noch nie im Walde gehört und er fragte gleich, was das sei. Der Wald war wie Das ist der vierte Elf sagte er Kannst du hören wie er braust und schäumt er ist auf dem Wege zum Meer hinaus Falls du so weit reichst dass sich der Elf hören kann sagte der Stora so grüße bitte den armseligen Elf und sage der Stora aus dem Wannsee erbiete sich ihn mit an das Meer hinaus auszunehmen aber unter der Bedingung dass er meinen Namen annimmt und sich gehorsam in mein Flussbett legt Ich kann doch nicht glauben dass der vierte Elf es aufgeben wird die Reise auf eigene Hand zu machen sagte der Wald Am nächsten Tage aber musste er zugestehen dass auch der vierte Elf müde sei sich seinen eigenen Weg zu graben und dass er sich bereit erkläre sich mit dem Stora zu vereinen Nun ging es beständig vorwärts mit dem Stora Er war freilich nicht so groß wie man hätte erwarten sollen da er so viele Hilfskräfte zu sich gezogen hatte aber stolz war er er schritt fast in lauter Wasserfällen dahin und mit mächtigem dröhnen rief er laut alles zu sich heran was im Walde buddelte und brauste wenn es auch nichts weiter war als ein Frühlingsbach eines tages hörte er weit weit nach westen zu etwas brausen und als er den Wald fragte wer das sei erhielt er die Antwort es sei der Fuluelf der Wasser von dem Fuloberg aufnehme und bereits eine lange und breite Rinne gegraben habe sobald der Storelf das erfuhr entsandte er seinen gewohnten Gruß und der Wald übernahm es wie gewöhnlich ihn auszurichten am nächsten Tage kam er mit der Antwort vom Fuluelf sage dem Storer hatte der Elf geantwortet dass ich seine Hilfe durchaus nicht wünsche es hätte sich besser für mich als für den Storer geziemt einen solchen Gruß zu senden da ich der mächtigere von uns beiden bin und ich sicher zuerst an das Meer gelangen werde kaum hatte der Willst du dem Fuluelf sofort bestellen sagte er zu dem Wald dass ich ihn zum Kampf herausfordere hält er sich für mächtiger als mich so muss er es beweisen indem er mit mir um die Wette läuft wer zuerst ans Meer kommt hat gewonnen als der Fuluelf diesen Gruß bekam antwortete er ich habe nichts mit dem Storer auszustehen und ich wäre meinen Weg am liebsten in Ruhe und Frieden gewandert aber ich kann auf so viel Hilfe von dem Fuluberg rechnen dass es feige von mir sein würde wenn ich die Herausforderung nicht annehmen wollte und so begannen die beiden Ströme ihren Wettlauf sie brausten mit noch größerer Eile als bisher dahin und hatten weder Sommer noch Winter Ruhe aber es schien als sollte das Dora bereuen dass er so verwegen gewesen und den Fuluel herausgefordert hatte denn ihm trat ein Hindernis in den Weg das nahe daran war ihm zu mächtig zu werden es war ein Berg der ihm im Wege lag so dass er nur durch einen engen Spalt weiter gelangen konnte er machte sich ganz dünn und ging in reißenden Wasserfällen vor aber er musste viele Jahre feilen und bohren bis er den Spalt zu einer fragte das Dora den Wald mindestens alle halbe Jahre einmal wie es dem Fuluel vergehe dem elf geht es so gut wie man es ihm nur wünschen kann sagte der Wald er hat sich jetzt mit dem Görelf vereint der das Wasser aus den norwegischen Bergen aufnimmt ein anderes Mal als das Dora nach dem Elf fragte antwortete der Wald um den brauchst du nicht besorgt zu sein der hat den ganzen Hormund See mitgenommen aber auf den Hormund See hatte der Dora selbst gerechnet und als er nun hörte dass der mit dem Fuluelf gegangen war wurde er so wütend dass er sich endlich durch Tränxlet Bahn brach und so wild und schäumend dahinstürzte dass er mehr Wald und Erde mit Fortriss als nötig gewesen wäre es war gerade Frühling und er überschwemmte die ganze Gegend zwischen dem Hückeberg und dem Weserberg und ehe er sich wieder beruhigte hatte er die Gegend geschaffen die das Elftal heißt ich möchte wohl wissen was der Fuluelf hierzu sagt fragte der Dora den Wald der Fuluelf hatte währenddessen Transtrand und Lima ausgegraben aber nun hatte er ziemlich lange vor dem Limet gestanden und nach einem Ausweg gesucht da er nicht wagte sich den steilen Berg dort hinab zu stürzen als er aber erfuhr dass sich der Dora seinen Weg durch Tränkslet gebrochen und das Elftal ausgegraben hatte konnte er nicht länger still stehen und dann warf er sich den Limet Foss hinab das war ein mächtiger Sprung aber der Elf kam wohlbehalten unten an und nun geriet er wirklich in Eile er den Warner zu überreden sich mit ihm zu vereinen obwohl der ganze 14 Meilen lang war und auf eigene Hand den ganzen Venjan See ausgegraben hatte von Zeit zu Zeit hörte er ein mächtiges Brausen jetzt glaube ich kann ich hören dass sich das Dora ins Meer stürzt sagte er nein erwiderte der Wald wohl ist es der Dora den du hörst aber bis ans Meer ist er noch nicht gelangt nun hat er den Orasee und den Skatung mitbekommen daher ist er so übermütig geworden dass er sich vorgenommen hat den ganzen Siljan zu füllen das war eine erfreuliche Nachricht für den Fulu 11 der dachte wenn sich der Dora erst in das Siljantal verirrt hat so wird er dort eingeschlossen sein wie in einem Gefängnis und dann würde er schon vor dem Stora ans Meer hinaus gelangen Nun konnte der Fulu 11 die Sache also etwas ruhiger angehen Im Frühling verrichtete er sein härtestes Stück Arbeit Da stieg er hoch über Baumwipfel und Sandrücken empor und wo er vorgegangen war hinterließ er ein geräumtes Tal So ging sein Weg von Serna nach Nos und von Nos nach Floda Von Floda kam er nach Gagnef Hier befand sich bereits eine Ebene Die Berge hatten sich so weit zurückgezogen und der Fulu 11 hatte so wenig Schwierigkeiten vorwärts zu gelangen dass er seine ganze bisherige Geschäftigkeit vergaß und sich spielend in allen möglichen Windungen und Biegungen dahin schlängelte fast als sei er ein kleiner Bach gewesen Hatte aber der Fulu 11 den Stora vergessen so hatte der Stora den Fulu 11 wahrlich nicht vergessen Jeden Tag See zu füllen um nach der einen oder der anderen Richtung aus ihm heraus zu kommen aber er lag vor ihm wie ein unermesslich großes Gefäß und schien sich niemals füllen lassen zu wollen Zuweilen glaubte er dass er gezwungen sein würde den gesunder Berg selbst unter Wasser zu setzen um aus seinem Gefängnis zu entkommen er versuchte bei Redwig durchzubrechen da aber stand der Lerdalsberg im Wege schließlich kam er unten bei Lexand heraus sage dem Fuluelf nichts davon dass ich herausgekommen bin sagte der Stora zu dem Wald und der Wald versprach ihm zu schweigen der Stora nahm den Inzjö im Vorbeifahren mit und stolz und mächtig schritt er durch Ganyev als der Stora in die Nähe von Tejelgen in Ganyev kam erblickte er einen Elf der breit und prachtvoll daher kam mit hellem schimmerndem Wasser und der Wälder und Sandrücken die im Wege standen so leicht beiseite schob als sei es das reine Kinderspiel was für ein prachtvoller Elf ist denn das fragte der Stora aber nun traf es sich so dass der Fuluelf genau nach dem selben fragte was für ein Elf ist denn das der da so stolz und mächtig einher kommt nie hätte ich geglaubt dass ich einen Elf mit einer solchen Stärke und Macht durch das Land würde schreiten sehen da sagte der Wald so laut dass die beiden Flüsse es hören konnten da ihr nun beide der Stora und der Fuluelf gute Worte übereinander habt fallen lassen so finde ich euch dürfte nichts verhindern euch miteinander zu vereinen und euch in Gemeinschaft euren Weg an das Meer zu bahnen dieser Vorschlag schien den beiden Flüssen zu gefallen da war nur das eine Hindernis dass keiner von beiden seinen eigenen Namen aufgeben und den des anderen annehmen wollte es war kurz davor dass nichts aus der Verbindung zwischen ihnen geworden wäre da aber kam der Wald auf den Gedanken den Vorschlag zu machen dass sie einen neuen Namen annehmen sollten der keinen von beiden gehörte darauf gingen sie beide ein und sie ernannten den Wald zum Namengeber der bestimmte nun dass der Stora seinen Namen ablegen und sich Östre Dalelf nennen sollte und dass der Fuluelf den seinen ablegen und sich Westre Dalelf nennen sollte wenn sie sich dann vereint hatten sollten sie schlicht und recht Dalelf heißen und nun wo die beiden Flüsse sich vereinigt sie mit einer Macht dahin der nichts zu widerstehen vermochte sie ebneten den Erdboden ins Dore Tuna sodass er glatt wurde wie ein Hofplatz sie stürzten den Wasserfall bei Quarnsweden um Donners weg hinab ohne sich zu besinnen als sie in die Nähe des Sees Run kamen sogen sie ihn ein und zwangen alle Gewässer in der Umgegend sich mit ihnen zu vereinen dann zogen sie ohne sonderlichem Widerstand zu begegnen gen Osten an das Meer und breiteten sich zu ganzen Seen aus sie gewannen große Ehre und Ansehen bei Söderforz und ebenso bei Alfkarlebi und endlich gelangten sie ans Meer hinaus als sie eben im Begriff waren sich ins Meer zu stürzen mussten sie an ihren langen Wettstreit und an alle die Mühe und sie fühlten sich jetzt alt und müde und konnten nicht begreifen wie sie in ihrer Jugend so bereit zu Kampf und Wettstreit gewesen waren sie fragten sich selbst welchen Zweck dies alles eigentlich gehabt hatte aber sie erhielten keine Antwort auf ihre Frage denn der Wald war hoch oben im Lande stehen geblieben und sie selbst konnten nicht in ihr Bett zurückkehren und sehen wie die Menschen überall vorgedrungen waren wo sie Bahn gebrochen hatten wie ein Kirchspiel nach dem anderen längst den Seen des Östredal Elf und den Tälern des Westredal Elf empor geschossen war wie es in der ganzen Landschaft nichts weiter gab als einsame Wälder und öde Berge ausgenommen da wo sie in ihrem gewaltigen Wettstreit vorgeschritten waren Kapitel 29 Das Bruderteil Die alte Grubenstadt Freitag 29. April Nirgends in Schweden hielt sich der Rabe Bataki so gern auf wie in Fallun Sobald man im Frühling die schwarze Erde wieder sehen konnte reiste er da hinauf und blieb viele Wochen in der Nähe der alten Grubenstadt Fallun liegt in einer Talsenkung die von einem kurzen Bach durchströmt wird Am nördlichen Ende des Tales liegt ein schöner klarer kleiner See mit grünen hineingeschnittenen Ufern der Warpan heißt Am südlichen Ende liegt eine seeähnliche Bucht des Runnen die niedriges trübes Wasser und hässliche sumpfige mit allem möglichen Abfall übersäte Ufer hat die heißt Tisken östlich von dem Tal erstreckt sich ein schöner Höhenzug auf dessen Gipfel ein prachtvoller Föhrenwald und laubreiche Birken wachsen und dessen ganze Abhänge mit schattigen Gärten bedeckt sind westlich von der Stadt zieht sich ebenfalls ein Bergrücken hin der ist ganz oben nur mit spärlichem Tannenwald bewachsen und der ganze Abhang ist kahl und ohne Bäume und Gras ganz wie eine Wüste das einzige was die Erde bedeckt sind große runde Steinblöcke die überall zerstreut liegen die Die Stadt Die Stadt Falun die in der Talsenkung zu beiden Seiten des Baches liegt sieht so aus als habe sie Gestalt nach dem Erdboden angenommen auf dem sie gebaut ist Auf der grünen Seite des Tals liegen alle die Gebäude die ein zierliches oder ansehnliches Äußeres haben Da liegen zwei Kirchen das Rathaus die Wohnung des Landeshauptmanns das Bergwerkkontor zwei Banken die Hotels die vielen Schulen das Krankenhaus und all die schönen Villen und Häuser Auf der anderen Seite dahingegen liegen Straße auf und Straße ab kleine rot gemalte einstöckige Häuser lange und trübselige Bretterzäune und große schwere Fabrikgebäude und jenseits der Straßen mitten in der großen Steinwüste liegt die Grube von Falun mit Grubengewinde und Kränen und Pumpenwerken mit altmodischen Gebäuden die auf dem untergrabenen Erdboden stehen und einzustürzen drohen mit großen steilen Schlackenbergen und langen Reihen von Schmelzöfen ringsumher Bataki pflegte nie einen Blick auf den östlichen Teil der Stadt zu werfen und auch nie auf den schönen See Warpan umso inniger aber liebte er den westlichen Teil und den kleinen See Tisken der Rabe liebte alles was geheimnisvoll war alles was ihm Gelegenheit gab zu grübeln und zu sinnen und seine Gedanken in Bewegung zu setzen und auf der schwarzen Seite der Stadt fand er das zur Genüge So den großen Steinen wuchs oder auch er flog nach dem Tisken hinab dieser See erschien ihm der wunderbarste den er jemals gesehen hatte wie konnte es zugehen dass er ganz ohne Fische war und dass sein Wasser zu weilen wenn der Sturm es aufpeitschte ganz rot wurde das war umso wunderbarer als ein großer Grubenbach der aus dem See entsprang schimmernd gelbes Wasser hatte er grübelte über die Ruinen der zerstörten Gebäude nach die noch am Ufer lagen und über das kleine Gehöft Tiskmöllen das von grünen Gärten umgeben und im Schatten großer Bäume zwischen der öden Steinwüste und dem merkwürdigen See lag in dem Jahr als Nils Holgersson mit den Wildgänsen durch das Land zog lag am Ufer des Tisken eine altes Haus das die Schwefelsiederei genannt wurde weil dort in jedem zweiten Jahr ein paar Monate Schwefel gekocht wurde Es war ein verfallenes Haus das einstmals rot gewesen allmählich aber graubraun geworden war Es hatte keine Fenster sondern nur eine Reihe Luken mit schwarzen Läden davor und es stand fast immer fest verschlossen Niemals hatte Bataki einen Blick in dieses Haus werfen können und er über nichts so viel nach Er hüpfte auf dem Dach herum in der Hoffnung ein Loch zu finden durch das er hineingucken konnte und er saß oft oben auf dem hohen Schornstein und guckte in die schwarze Öffnung hinein Eines Tages erging es Bataki sehr übel Ein starker Sturm hatte gehaust und eine Luke in der alten Schwefelsiederei aufgeweht Bataki hatte die Gelegenheit sich im Hause umzusehen aber kaum war er hineingelangt als die Luke hinter ihm zugeschlagen wurde sodass er eingeschlossen war er hoffte der Wind könne die Luke wieder aufwehen aber es schien gar nicht als wenn er die Absicht habe durch die Ritzen in den Wänden fiel eine Menge Licht und Bataki hatte wenigstens das Vergnügen zu erfahren wie es da drinnen aussah da war nichts weiter als ein großer Ofen mit einigen eingemauerten Kesseln und daran sah er sich bald satt aber als er wieder hinaus wollte erwies sich das noch immer als unmöglich der Wind wollte die Luke nicht wieder aufwehen auch nicht eine einzige Tür oder Luke stand offen der Rabe war ganz einfach im Gefängnis Bataki begann um Hilfe zu schreien und schrie den ganzen Tag es gibt gewiss kein Tier das einen so unaufhörlichen Lärm machen kann wie die Raben und bald verlautete es in der Umgegend dass er gefangen sei der grau gestreifte Kater aus Tiskmöllen war der erste der von dem Unglück hörte er erzählte es den Hühnern und die riefen es den vorüber fliegenden Vögeln zu bald wussten alle Dohlen und Tauben und Krähen und Spatzen in ganz Falun was geschehen war sie flogen sofort nach der alten Schwefelsiederei um die Sache näher zu untersuchen sie hatten großes Mitleid mit dem Raben niemand aber konnte ausfindig machen was zu tun sei um ihm zu helfen plötzlich aber rief Bataki mit seiner scharfen bissigen Stimme schweigt alle still da draußen und hört mich an da ihr sagt dass ihr mir gerne helfen wollt so fliegt aus und sucht die alte Wildgans Acker von Knebe Keiße und ihre Schar Ich vermute sie sind zu dieser Jahreszeit in Dalarna erzählt Acker wie es mit mir steht ich glaube die einzige die mir helfen kann ist sie und ihre Schar Die Brieftaube Agar die der beste Sendboote im Lande war traf die Wildgänse am Ufer des Dahlelfs und als es dunkelte kamen sie und Acker und ließen sich auf dem Dach der Schwefelsiederei nieder Däumling saß auf Ackers Rücken aber die anderen Reisekameraden waren auf einem Werder im Rund zurück geblieben da Acker meinte sie würden mehr Schaden anrichten als Nutzen stiften falls sie mit nach Falun kämen Als sich Acker mit Bataki beraten hatte nahm sie Däumling auf den Rücken und flog mit ihm nach einem Gehöft das ganz in der Nähe der Schwefelsiederei lag sie flog ganz langsam über den Garten und die Birkenhaine die den kleinen Hof umgaben und sie wie auch der Junge starrten auf die Erde nieder es war leicht zu sehen dass hier Kinder waren die im Freien spielten und es währte auch nicht lange bis sie fanden was sie suchten in einem kleinen munteren Bach klapperten eine Menge kleiner Mühlenwerke und lag ein halbfertiges Kanu und daneben entdeckte er einen kleinen Knäuel Bindfaden mit diesen Gegenständen flogen sie nach der Schwefelsiederei zurück der Junge befestigte den Bindfaden am Schornstein ließ es in das tiefe Loch hineinfallen und enterte daran hinab als er Bataki guten Tag gesagt hatte der ihn mit vielen hübschen Worten dankte dass er gekommen war machte er sich daran mit dem Stemmeisen ein Loch in die Wand zu schlagen es waren keine dicken Wände in der Schwefelsiederei aber mit jedem Hieb schlug der Junge nicht mehr los als einen Span der so klein und dünn war dass eine Maus ihn ebenso gut mit ihren Vorderzähnen hätte abnagen können es war klar dass er die ganze Nacht werde arbeiten müssen und vielleicht noch länger eh er das Loch so groß gemacht hatte dass der Rabe hindurch schlüpfen konnte Bataki hatte eine solche Sehnsucht hinauszukommen dass er nicht schlafen konnte sondern neben Däumling saß der arbeitete Anfangs war der Junge sehr fleißig als aber eine kleine Weile vergangen war bemerkte der Rabe dass die Schläge in immer größeren Zwischenräumen kamen und schließlich hörten sie ganz auf du bist gewiss müde sagte der Rabe du kannst es vielleicht nicht mehr aushalten weiter zu arbeiten nein müde bin ich nicht sagte der Junge und begann von neuem mit dem Eisen zu arbeiten aber ich weiß wirklich nicht wie lange es her ist seit ich eine Nacht ordentlich geschlafen habe ich weiß nicht wie ich mich wach halten soll nun ging ihm die Arbeit eine Weile schnell von der Hand dann aber fielen die Schläge langsamer und langsamer der Rabe weckte den Jungen abermals aber er sah ein dass wenn er nichts ersinnen konnte womit er den Jungen wach zu halten vermochte er nicht nur diese Nacht sondern auch den ganzen nächsten Tag bleiben musste wo er war vielleicht geht dir die Arbeit besser von der Hand wenn ich dir eine Geschichte erzähle sagte er das ist ja nicht unmöglich erwiderte der Junge aber im selben Augenblick gehnte er und war so schläfrig dass er kaum das Werkzeug zu halten vermochte die Geschichte von der Faluner Grube ich will dir etwas sagen Däumling begann Bataki ich habe lange auf der Erde gelebt ich habe gute und böse Tage kennengelernt und mehrmals ist es geschehen dass mich die Menschen gefangen gehalten haben dadurch habe ich nicht nur gelernt ihre Sprache zu verstehen sondern ich habe auch viel von ihrer Gelehrsamkeit aufgeschnappt ich kann wohl sagen dass es im ganzen Lande keinen Vogel gibt der mit deinen Stammverwandten so gut Bescheid weiß wie ich einmal saß ich viele Jahre hintereinander im Käfig bei einem Bergmeister hier in Falun nun erzählen will vor vielen vielen Jahren wohnte hier in Dalarna ein Riese der hatte zwei Töchter als der Riese alt wurde und fühlte dass er sterben sollte rief er die Töchter zu sich um seinen Besitz zwischen sie zu teilen sein größter Reichtum bestand in einigen Bergen voller Kupfer und die wollte er seinen Töchtern geben Ehe ich euch aber dies Erbe hinterlasse sagte er müsst ihr mir geloben dass falls ein Fremder eure Kupferberge entdecken sollte ihr ihn totschlagen wollt ehe er irgendjemand seinen Fund zeigen kann die älteste von den Töchtern des Riesen war wild und grausam und sie versprach ohne Besinnen dem Vater zu gehorchen die andere hatte einen sanfteren Sinn und der Vater sah dass sie überlegte ehe sie ihr Versprechen gab daher hinterließ er ihr nur ein Drittel des Erbes während die andere genau doppelt so viel bekam wie sie auf dich kann ich mich verlassen als seist du ein Mann sagte der Riese und darum sollst du das Bruderteil haben es geschah dass mehr als ein armer Holzhauer oder Jäger das Kupfererz erblickte das an mehreren Stellen oben auf der Oberfläche des Berges lag aber kaum war er nach Hause gekommen und hatte erzählt was er gesehen als ihn ein Unglück traf entweder stürzte eine ausgegangene Tanne auf ihn herab oder auch er wurde unter einem Bergrutsch begraben er fand nie Zeit irgendjemand zu zeigen wo der Schatz in der Wildnis zu finden war zu jener Zeit war es Sitte im Lande dass alle Bauern im Sommer ihr Vieh tief in die Wälder hinein auf die Weide trieben die Hirtenmädchen gingen mit um zu melken und Butter und Käse zu bereiten um den Hirten und dem Vieh eine Zufluchtsstätte in der Wildnis zu schaffen rodeten die Bauern einen kleinen Fleck im Walde und bauten dort kleine Häuser die wie sie Sennhütten nannten Nun geschah es dass ein Bauer der am Dahlelf in der Thorsanger Gemeinde wohnte seine Sennhütte an dem See Run hatte wo die Erde so steinig war dass niemand versucht hatte sie zu bebauen Einmal im Herbst zog der Bauer mit ein paar Lastpferden nach der Sennhütte hinauf um behilflich zu sein das Vieh die Butterkübel und die Käse nach Hause zu schaffen Als er die Herde zählte entdeckte er dass einer der Böcke an den Hörnern ganz rot war Was für Hörner sind das die der Ziegenbock Korre hat fragte der Bauer die Sennherin Das weiß ich nicht antwortete das Mädchen Er ist den ganzen Sommer jeden Abend mit den roten Hörnern heimgekommen Er findet wohl dass das hübsch ist Meinst du fragte der Bauer Der Bock hat seinen eigenen Kopf und ich kann die roten Hörner scheuern so viel ich will er läuft gleich hin und macht sie wieder rot Scheuere du die rote Farbe nur noch einmal ab sagte der Bauer dann will ich sehen wie er das anstellt Kaum waren dem Ziegenbock die Hörner gescheuert als er schleunigst in den Wald lief Der Bauer folgte ihm und als er den Bock einholte stand der und rieb die Hörner gegen ein paar Steine die rot waren Der Bauer nahm die Steine in die Hand und roch daran Er glaubte bestimmt dass das was er gefunden hatte Erz sei Wie er noch da stand und in Gedanken versunken war kam ein Felsblock dicht neben ihm den Abhang hinab gerollt Der Bauer sprang zur Seite und rettete sein Leben Der Ziegenbock Kare aber geriet unter den Felsblock und wurde getötet Als der Bauer den Abhang hinauf sah erblickte er ein großes starkes Riesenweib das im Begriff war noch einen Felsblock auf ihn herab zu wälzen Was fällt dir ein rief der Bauer Ich habe weder dir noch deiner Sippe je ein Leid getan Nein das weiß ich wohl erwiderte das Riesenweib aber ich muss dich totschlagen weil du meinen Kupferberg entdeckt hast Diese Worte sagte sie mit trauriger Stimme als wenn sie ihn sehr gegen ihren Willen töten müsse und das machte dem Bauer Mut sich in eine Unterhaltung mit ihr einzulassen Dann erzählte sie ihm von dem alten Riesen und dem Versprechen das sie gegeben und von der Schwester die das Bruderteil bekommen hatte Ich habe es so herzlich satt alle diese armen unglücklichen Menschen zu töten die meinen Kupferberg entdeckten sagte sie dass ich wollte ich hätte die Erbschaft niemals angetreten aber was ich versprochen habe muss ich halten und dann begann sie wieder einen Felsblock los zu brechen übereile dich nicht sagte der Bauer du brauchst mich um ich habe ja das Kupfer nicht gefunden sondern der Ziegenbock und den hast du schon tot geschlagen glaubst du dass ich mich damit begnügen kann fragte das Riesenweib ein wenig unschlüssig ja das glaube ich ganz bestimmt antwortete der Bauer du hast dein Versprechen so treu gehalten wie es nur irgendjemand verlangen kann und er sprach so vernünftig mit ihr dass sie ihn am Leben ließ der Bauer zog nun zuallererst mit den Kühen heim dann ging er in das Berg Distrikt hinab und mietete Knechte die sich auf Bergwerks Arbeit verstanden die halfen ihm an der Stelle wo der Tiegenbock sein Leben gelassen hatte eine Grube zu brechen anfangs fürchtete er totgeschlagen zu werden aber das Riesenweib hatte es offenbar satt ihren Kupferberg zu bewachen sie fügte ihm nie ein Leid zu die Erzader die der Bauer entdeckt hatte reichte ganz bis an die Oberfläche des Berges so dass es weder müselig noch schwer war das Erz zu brechen er und die Knechte holten Brennholz aus dem Walde errichteten große Scheiterhaufen auf dem Erzberge und zündeten sie an da wurde der Fels von der Hitze gesprengt so dass sie zu dem Erz gelangen konnten dann ließen sie die Erzstücke durch ein Feuer nach dem anderen gehen bis sie das reine Kupfer gewannen und die Schlacken ganz ausgeschieden wurden in alten Zeiten verwendeten die Leute fast noch mehr Kupfer zum täglichen Gebrauch als heutzutage es war eine begehrte und nützliche Ware und der Bauer dem die Grube gehörte wurde bald steinreich er baute sich ein großes prachtvolles Haus in der Nähe der Grube und nannte es Karreerbe nach dem Ziegenbock wenn er zur Kirche nach Thorsong ritt war sein Pferd mit Silber beschlagen und als seine Tochter Hochzeit feierte ließ er Bier aus 20 Tonnen Malz brauen und zehn große Ochsen am Spieß braten aber eines Abends geschah es dass vier schneidige Kerle mit der Bergmannshacke auf dem Rücken nach Karreerbe gewandert kamen sie wurden gut empfangen wie alle anderen aber als der Bauer fragte ob sie bei ihm arbeiten wollten sagten sie rein heraus nein wir wollen auf eigene Rechnung Erz brechen ihr wisst doch dass der Erzberg mir gehört entgegnete der Bauer es ist nicht unsere Absicht Erz in eurer Grube zu brechen sagten die Fremden der Berg ist groß und was offen und uneingefriedigt in der Wildnis liegt können wir mit gleich gutem Recht wie du nehmen mehr wurde nicht über die Sache geredet und der Bauer erwies den neu angekommenen nach wie vor Gastfreundschaft früh am nächsten Morgen gingen sie auf Arbeit fanden eine Strecke weiter entfernt Kupfererz und begannen es zu brechen als sie einige Tage gearbeitet hatten kam der Bauer zu ihnen hinaus es ist viel Erz hier im Berge sagte er ja es gehört die Arbeit von vielen Menschen dazu bis dieser Schatz gehoben ist erwiderte einer von den Fremden das weiß ich wohl sagte der Bauer aber ich finde doch ihr solltet mir steuern von dem Erz entrichten das ihr brecht da es doch mein Verdienst ist dass hier im Berge gearbeitet werden kann wir verstehen nicht was du sagst entgegneten die Männer ja ich habe den Berg durch meine Klugheit ausgelöst sagte der Bauer und erzählte ihnen von den beiden Riesen Weibern und von dem Bruderteil die Männer hörten sehr aufmerksam zu aber worauf es ihnen in der Erzählung ankam war etwas ganz anderes als der Bauer erwartet hatte ist es sicher dass das andere Riesenweib schlimmer ist als die Riesen die du getroffen hast fragten sie ich glaube nicht dass sie euch schonen würde sagte der Bauer damit verließen sie ihn aber er verlor sie nicht aus den Augen und nach einer Weile sah er dass sie mit der Arbeit Tage beim Abendbrot saßen hörten sie ein schreckliches Wolfsgeheul aus dem Walde und zwischen dem Heulen der wilden Tiere ertönte Menschengeschrei der Bauer stand sofort vom Tische auf aber die Knechte schienen nicht Lust haben ihn zu begleiten es ist diesem Diebespack ganz recht dass es von den Wölfen zerrissen wird sagten die Leute wir müssen denen helfen die in Not sind entgegnete Sie gewahrten sofort ein schrecklich großes Rudel von Wölfen die an ihrer Beute rissen und zerrten Die Knechte trieben sie in die Flucht und fanden dann vier menschliche Körper an der Erde die so übel zugerichtet waren dass sie sie nicht erkannt haben würden wenn da nicht vier Grubenhacken neben ihnen gelegen hätten Danach blieb der Kupferberg bis an den Tod des Bauern eines Mannes Dann übernahmen die Söhne ihn sie arbeiteten zusammen in der Grube aber all das Erz das sie im Laufe eines Jahres gefördert hatten legten sie in Haufen warfen das los darum und schmolzen dann ein jeder in seinem Ofen das Kupfer heraus sie wurden alle mächtige Bergleute und bauten sich große ansehnliche Häuser und nach ihnen übernahmen ihre Erben die Arbeit sie Jahr für Jahr nahm die Grube an Umfang zu und immer mehr Bergleute erhielten Anteil daran einige wohnten ganz in der Nähe andere hatten ihre Häuser und Schmelzöfen ringsumher in der Gegend es entstanden eine Menge Dörfer und die Gegend erhielt den Namen Stora Kopperbergs Berglag Nun muss man wissen dass es bald ein Ende hatte mit dem Erz das so lag dass man es von oben brechen Steine in einem Steinbruch bricht die Gruben Arbeiter mussten das Erz tiefer unter der Erde suchen durch enge Schächte und lange gewundene Gänge mussten sie sich in das dunkle Innere der Erde hineinarbeiten um ihren Holzhaufen anzuzünden und den Berg zu sprengen es ist immer eine mühselige und schwere Arbeit Steine zu brechen dazu aber kam noch die Plage die ihnen der Rauch verursachte der nicht ins Freie hinaus gelangen konnte und die Mühe auf steilen Leitern das Erz an die Oberfläche der Erde zu fördern und je weiter in die Tiefe hinab sie kamen umso gefährlicher wurde die Arbeit oft brachen große Ströme brausend in die Grube ein oft geschah es dass die Decke des Grubenganges auf die Arbeiter herabstürzte dies bewirkte dass die Arbeit Da bot man zum Tode verurteilten Verbrechern und Leuten die geächtet im Walde herumstreiften Vergebung für ihre Schuld an wenn sie Grubenarbeiter in Falun werden wollten Lange Jahre hatte niemand daran gedacht nach dem Bruderteil zu suchen aber unter den gesetzlosen Männern die nach dem großen Kupferberge kamen waren mehrere die größeren Wert auf Abenteuer legten als auf ihr Leben und sie durchstreiften die Gegend in der Hoffnung es zu finden Wie es allen den Suchenden erging das weiß niemand aber wir haben eine Erzählung von zwei Grubenarbeitern die eines Abends spät zu ihrem Herren heimkehrten und erzählten sie hätten eine große Erzader im Walde gefunden sie hatten den Weg dahin bezeichnet und am nächsten Tage wollten sie ihrem Herrn den Fund zeigen aber der nächste Tag war ein Sonntag und der Herr wollte an dem Tage nicht in den Wald gehen und nach Erd suchen stattdessen ging er mit seinem ganzen Hausstand zur Kirche es war im Winter und sie gingen über den See Barpan zur Kirche Auf dem Hinwege ging alles gut Auf dem Heimwege aber fielen die beiden Knechte in eine Wacke und ertranken Da mussten die Leute wieder an die alte Sage von dem Bruderteil denken und sie sagten es sei gewiss das was die Knechte gefunden hatten Um die Schwierigkeiten in der Grube zu überwinden kamen die Bergleute auf den Gedanken Ausländer die der Grubenarbeit kundig waren ins Land zu berufen und diese ausländischen Meister lehrten sie Grubenwinden zu bauen die das Wasser herauspumpten und das Erz herauf wandten die Fremden schenkten der Sage von den Riesenweibern keinen rechten Glauben aber sie fanden es höchst wahrscheinlich dass sich irgendwo in der Nähe eine mächtige Erzader befand und sie suchten eifrig danach und eines Abends kam ein deutscher Grubenvogt in das Wirtshaus zur Grube und erzählte er habe den Bruderteil gefunden aber der Gedanke an die großen Reichtümer die ihm jetzt zufallen würden machte ihn ganz wild und verwirrt er veranstaltete noch am selben Abend ein großes Gastmahl trank und tanzte und würfelte schließlich geriet er in Streit und Prügelei und einer seiner Zechgenossen jagte ihm ein Messer in den Leib In den großen Kupferberg wurde immer so viel Erz gegraben dass die Grube für die reichste Kupfergrube in aller Weltländern galt Nicht nur die nächste Umgegen zog Vorteil aus ihren großen Reichtümern sondern die Schätze die man dort förderte wurden in schwerer Zeit zu einer großen Hilfe für das Land Schweden Die Grube war schuld daran dass die ganze Stadt Falun gebaut wurde und man betrachtete die Grube als so merkwürdig und von so hohem Nutzen dass alle Könige nach Falun reisten um sie zu sehen und sie nannten sie Schwedens Glück und die Schatzkammer des Svea Reiches Wenn man bedenkt wie große Reichtümer die alte Grube ans Tageslicht gefördert hatte kann man sich nicht wundern dass die jenigen die glaubten dass sich ganz in der Nähe ein doppelt so großer Kupferschatz befinde sich darüber grämen mussten dass sie seiner nicht habhaft werden konnten viele setzten ihr Leben aufs Spiel um danach zu suchen erreichten aber nichts dadurch einer der letzten die den Schatz sahen war ein junger Bergmann aus Falun aus guter reicher Familie er verliebte sich in ein schönes Bauernmädchen aus Lexand und ging hin um sie zu freien aber sie lehnte es ab ihn zu heiraten weil sie nicht in Falun wohnen wollte wo der Rauch aus Röstöfen und Schmelzhütten so schwer drückend über der Stadt lag dass ihr schon ganz unheimlich zumute wurde wenn sie nur daran dachte der Bergmann liebte sie glühend und als er heimkehrte war er tief betrübt er hatte sein ganzes Leben in Falun gewohnt und es war ihm niemals eingefallen dass es schwer sein könne dort zu wohnen aber als er sich jetzt der Stadt näherte erschrak er aus der großen Grubenöffnung aus den Hunderten von Röstöfen rings um sie herum stieg der dicke erstickende Schwefelrauch auf und hüllte die ganze Stadt in Nebel der Rauch hinderte die da lag die Schmelzhütten in denen das Feuer glühte und die von schwarzen Schlackenhaufen umgeben waren sah er überall nicht nur in der Stadt und ihrer nächsten Umgebung sondern über die ganze Gegend zerstreut sie lagen bei Grücksbro bei Bengtsark bei Berggorden bei Stenisek bei Kofsnes in Vita und ganz weithin bis Aspeboda er sah ein dass wer gewohnt war am blanken Siljen im Sonnenschein und zwischen grünen Bäumen zu leben hier nicht gedeihen konnte Der Anblick der Stadt machte ihm das Herz noch schwerer als es schon im Voraus war Er hatte keine Lust gleich nach Hause zu gehen sondern bog vom Wege ab und ging in den Wald hinein Da wanderte er den ganzen Tag umher ohne Acht zu geben wohin er kam Als es Abend wurde erblickte er plötzlich einen Berg der wie Gold schimmerte Als er genauer zusah entdeckte er eine mächtige Ader aus Kupfererz Anfänglich freute er sich über seine Entdeckung aber dann fiel ihm ein dass dies vielleicht das Bruderteil sei das so viele ins Verderben gestürzt hatte und da wurde er bange Heute bin ich wirklich vom Unglück verfolgt sagte er Vielleicht wird es mir nun das Leben kosten dass ich diesen Reichtum gefunden habe Er kehrte sofort um und begab sich auf den Heimweg Als er eine Strecke gegangen war begegnete ihm eine große starke Frau Sie glich einer gebieterischen Bergmanns Gattin aber er konnte sich nicht entsinnen sie je zuvor gesehen zu haben Ich möchte wohl wissen was du im Walde gemacht hast sagte die Frau Ich habe dich den ganzen Tag hier umher streifen sehen Ich habe mich nach einem Bauplatz umgesehen sagte der Bergmann denn das Mädchen das ich lieb habe will nicht in Falun wohnen Es ist nicht deine Absicht Erz in dem Kupferberg zu brechen den du vorhin gefunden hast fragte sie der Bergmann Ich bin gezwungen den Bergbau aufzugeben sonst kann ich die nicht bekommen die ich lieb habe Ja bleibe du nur dabei sagte die Frau dann wird dir kein Leid geschehen Mit diesen Worten verließ sie ihn Er aber beeilte sich das zur Wahrheit zu machen was er notgedrungen gesagt hatte Er gab den Bergbau auf und baute sich einen Hof weit von Falun entfernt und dann hatte die die er lieb hatte nichts dagegen zu ihm zu ziehen Hiermit endete der Rabe seine Geschichte Der Junge hatte sich wirklich die ganze Zeit wach gehalten aber er hatte das Werkzeug nicht sonderlich fleißig gebraucht Und wie ging es denn später fragte er als der Rabe zu sprechen aufhörte Ja seit der Zeit ging es mit dem Kupferwerk zurück Die Stadt Falun ist ja noch da aber alle die alten Schmelzöfen sind weg Die ganze Gegend ist übersät mit alten Bergmannshöfen aber die Bewohner sind gezwungen Landleute oder Waldbesitzer zu werden In der Grube Falun ist fast kein Erz mehr Es ist wirklich dringender denn nötig dass man das Bruderteil findet Ich möchte wohl wissen ob jener Bergmann der letzte war der es gesehen hat sagte Sobald du ein Loch in die Wand gehauen und mich hinaus gelassen hast will ich dir erzählen wer es zuletzt gesehen hat sagte Bataki Das versetzte dem Jungen einen Anstoß und sofort ging er eifriger an die Arbeit Es war ihm als habe Bataki es in einem wunderlichen bedeutungsvollen Ton gesagt Es klang fast als wenn er dem Jungen zu verstehen geben wollte dass er der Rabe den großen Kupferberg gesehen habe Sollte es eine Bedeutung haben dass er ihm die Geschichte erzählt hatte Du bist gewiss viel hier in der Gegend umher gereist sagte der Junge um Klarheit über die Sache zu erlangen Du hast sicher allerlei gefunden wenn du hier so über die Wälder und Berge dahin geschwebt bist Ja ich könnte dir merkwürdige Dinge zeigen sobald du Der Junge begann so eifrig zu hauen dass die Späne um ihn herum flogen Jetzt war er ganz sicher dass der Rabe das Bruderteil gefunden hatte Es ist wirklich ein Jammer dass ein Rabe wie du keine Freude von dem Reichtum haben kann den du gefunden hast sagte er Ich will nicht mehr über die Sache reden bis ich sehe dass du ein Loch in die Wand hauen so dass das Eisen brennend heiß wurde Batakis Worte waren nicht miss zu verstehen der Rabe konnte ja nicht selbst erz brechen und daher war es gewiss seine Absicht Nils Holgersson die Entdeckung zu überlassen das war ja das wahrscheinlichste wie auch das vernünftigste aber wenn er nun das Geheimnis erfuhr so wollte er sobald er wieder Mensch wurde hierher zurückkehren und den großen Schatz heben und wenn er Geld genug verdient hatte wollte er ganz Westre Wemmen Heu kaufen und dort ein Schloss so groß wie Witz Köfle erbauen und dann wollte er eines Tages dem Häusler Holger Nilsen und seiner Frau eine Einladung senden zu kommen und das Schloss zu besehen und wenn sie dann daher gegangen kamen wollte er auf der Treppe stehen und sagen bitteschön tretet näher und tut als wenn ihr zu Hause seid und sie erkannten ihn natürlich nicht und wunderten sich was für ein feiner Herr das sein könne der sie eingeladen hatte möchtet ihr nicht gern in so einem Hause wohnen wollte er dann sagen ja natürlich aber das ist nichts für uns würden sie antworten freilich ist es etwas für euch ihr sollt ja dies gute haben als zahlung für den weißen gänserich der euch im vergangenen jahr weggeflogen ist würde er dann sagen der junge brauchte das eisen schneller und schneller das nächste wozu er sein geld gebrauchen würde war ein neues haus auf der heide in sonnabow für das gänsemädchen ase und den kleinen matz zu bauen viel schöner und größer als das alte natürlich und dann würde er den ganzen talkern kaufen und ihnen den enden geben und dann jetzt muss ich sagen dass es dir schnell von der hand geht sagte der rabe ich glaube das loch ist schon groß genug es gelang dem raben wirklich sich hindurch zu klemmen der junge folgte ihm und sah bataki in einer Entfernung von wenigen Schritten auf einem Stein sitzen nun will ich mein versprechen dir gegenüber einlösen Däumling sagte bataki sehr feierlich indem ich dir erzähle dass ich das bruderteil gesehen habe aber ich will dir nicht raten danach zu suchen denn es hat mir jahrelange Arbeit gekostet ehe ich es entdeckte ich glaubte du wolltest mir erzählen wo es ist als Lohn dafür dass ich dich aus der Gefangenschaft befreit habe sagte der Junge du musst sehr schläfrig gewesen sein während ich von dem Bruderteil erzählte sagte bataki sonst hättest du dir keine solche Hoffnungen machen können hast du dir nicht beachtet dass alle die etwas darüber aussagten wo das Bruderteil zu finden sei ins Unglück gerieten nein mein Freund bataki hat lange genug auf der Erde gelebt um zu lernen dass man seinen Mund halten muss damit erhob er die Flügel und flog davon Acker stand dicht bei der Schwefelsiederei auf dem Felde aber es währte ziemlich lange bis der Junge rief dass sie kommen und ihn holen solle er war missmutig und niedergeschlagen weil er um die großen Reichtümer betrogen war er fand er habe gar keinen Grund fröhlich zu sein ich glaube die Geschichte mit den Riesenweibern ist nicht wahr sagte er zu sich selbst und ich glaube auch nicht an die Wölfe und an die Waken aber ich glaube wenn arme Grubenarbeiter die große Erzader mitten in dem wilden Walde fanden so wurden sie so verwirrt vor Freude dass sie hinterher nicht wiederfinden konnten und ich glaube die Enttäuschung ist so schwer für sie gewesen dass sie das Leben nicht zu ertragen vermochten so glaube ich verhält sich die Sache Kapitel 30 Der Walpurgis Abend Es gibt einen Tag im Jahre auf den sich alle Kinder in Dalarna fast ebenso sehr freuen als auf den Weihnachts Abend und das ist die Walpurgis Nacht wo sie Feuer im Freien abbrennen dürfen Viele Wochen vorher denken Knaben und Mädchen an nichts weiter als Feuerung für die Walpurgis Feuer zu sammeln Sie gehen in den Wald hinaus und suchen trockene Reiser und Tannenzapfen Sie sammeln bei dem Tischler Späne und bei dem Holzhauer Holzstückchen und Baumrinde und Kisten und ist einer unter ihnen so glücklich gewesen eine leere Teertonne zu ergattern so versteckt er sie wie seinen größten Schatz und wagt nicht eher damit zum Vorschein zu kommen als im letzten Augenblick kurz ehe die Feuer angezündet werden sollen Die dünnen Reiser die man als Stütze für Erbsen und Bohnen benutzt sind sehr begehrt ebenso alle alten umgewehten Zaunpfähle alle zerbrochenen Gerätschaften und alle Heureiter die draußen auf dem Felde vergessen sind Wenn der große Abend kommt haben die Kinder in jedem Dorf einen großen Haufen Zweige und Reiser und alle möglichen brennbaren Gegenstände bereitgelegt entweder auf einem Hügel oder auch unten am Ufer eines Sees In einzelnen Dörfern ist nicht nur zu einem einzelnen Reisig Feuer zusammengetragen sondern es erheben sich zwei ja oft drei große Holzhaufen Es kann ja vorkommen dass sich die Knaben und Mädchen nicht beim Reisigsammeln haben einen können oder auch die Kinder die in dem südlichen Ende des Dorfes wohnen wollen das Feuer bei sich haben und darauf können die die am nördlichen Ende wohnen nicht eingehen und dann müssen sie jedes ihr eigenes Feuer haben Die Holzstöße sind in der Regel schon rechtzeitig am Nachmittag fertig und dann gehen alle Kinder mit Streichhölzern in der Tasche herum und warten darauf dass es dunkel werden soll Es ist um diese Jahreszeit so schrecklich lange hell in Dalarna Um 8 Uhr fängt es kaum an zu schummern Es ist kalt und ungemütlich draußen herum zu gehen und zu warten denn es ist noch halbwegs Winter Auf allen Rode Äckern und offenen Feldern ist der Schnee getaut und mitten am Himmel steht fühlt er sich ganz warm an aber im Walde liegen noch große Schneeschanzen das Eis bedeckt die Seen und es Nacht sind oft viele Grad Kälte Daher kann es auch geschehen dass hier und da ein Feuer angezündet wird ehe es richtig dunkel ist aber nur die kleinsten und ungeduldigsten Kinder übereilen sich so die Großen warten bis es so dunkel ist dass sich die Feuer ordentlich ausnehmen können dann kommt endlich der rechte Augenblick jeder der auch nur an einzelnes kleines Reis zu dem Holzstoß beigetragen hat ist zur Stelle und der älteste von den Knaben zündet ein Bündel Stroh an und schiebt es unter den Reiserhaufen Sofort fängt das Feuer an zu arbeiten es knittert und sprüht in dem Holz die dünnsten Zweige werden feuerrot der Rauch kommt wogend daher schwarz und drohend und schließlich schlägt die Flamme aus der Spitze des Reisekaufens empor hoch und klar hebt sich plötzlich viele Ellen hoch in die Höhe so dass man sie in der ganzen Gegend sehen kann Wenn die Feuer eine Weile gebrannt haben kommen die Erwachsenen und die Alten um sie sich anzusehen aber die Feuer sind nicht nur schön und strahlend sie verbreiten auch eine lebhafte Wärme und es lockt sie sich auf Steine und Grasbüschel rings umher zu setzen da sitzen sie und starren in die Flammen hinein bis es jemand von ihnen einfällt dass man doch jetzt wo man kochen kann Während der Kaffeekessel sinkt kann es wohl geschehen dass der eine oder der andere eine Geschichte zu erzählen beginnt und wenn der erste fertig ist setzt gleich ein anderer fort Die Erwachsenen denken hauptsächlich an den Kaffee und die Geschichten die Kinder denken daran das Feuer zu hellem Brennen zu bringen und es lange zu unterhalten Es ist im Frühling schrecklich schwer geworden das Eis aufzubrechen und den Schnee zu schmelzen Es wäre schön wenn sie ihm ein wenig mit ihrem Feuer helfen könnten Sonst kann der Frühling unmöglich rechtzeitig den Frost aus der Erde entfernen und das Knospentreiben der Bäume fördern Die Wildgänse hatten sich auf das Eis des Siljan gestellt um zu schlafen und da es von Norden her arg zog sah sich der Junge gezwungen unter den Flügel des weißen Gänserichs zu kriechen aber er hatte noch nicht lange dargelegen als er durch den Knall eines Büchsenschusses geweckt wurde sofort ließ er sich auf die Erde gleiten und sah sich erschreckt um draußen auf dem Eise da wo die Gänse lagen war es ganz still wie viel er auch guckte und späte konnte er keinen Jäger sehen als er aber nach dem Lande hinübersah erblickte er etwas so merkwürdiges dass er glaubte es sei eine Art Spuk den er sah etwas ähnliches wie Veneta oder der Gespenstergarten bei Stora Diulö am Nachmittag waren die Gänse mehrmals über den großen See hin und her geflogen ehe sie sich entschließen konnten wo sie sich niederlassen wollten und im Fluge hatten sie ihm die großen Kirchen und Dörfer gezeigt die am Ufer lagen er hatte Lexand Redwig Mora die Söllerö gesehen die Kirchdörfer waren so groß wie kleine Städte und er hatte sich darüber gewundert dass es hier im Norden so stark bebaut war Er fand die ganze Gegend viel heller und freundlicher als er sich es vorgestellt hatte und er hatte nichts unheimliches oder gefahrdrohendes gesehen aber nun in der dunklen Nacht flammte an diesen kleinen Ufern ein großer Kranz von hohen Feuern auf er sah sie in Mora an dem nördlichen Ende des Sees leuchten und auf dem Gipfel des Söllerö in Wikarbieren auf den Bergen oberhalb Sjurberg auf der Kirchland Zunge bei Nettwig und weiter auf Odder und Höhe ganz nach Lexand hinab er konnte über hundert Feuer zählen und es war ihm ganz unmöglich zu begreifen wo die hergekommen waren wenn da nicht Zauberei oder Spuk mit im Spiel war die Wildgänse waren auch bei dem Schuss erwacht aber sobald Acker einen Blick auf das Ufer geworfen hatte sagte sie das sind die Menschenkinder die spielen und sofort steckten sie und die anderen Gänse den Kopf unter den Flügel und schliefen wieder ein aber der Junge stand da und sah die Feuer an die das Ufer gleich einer langen Reihe goldener Kleinodien schmückten Licht und Wärme lockten ihn ebenso stark wie sie eine kleine Mücke anziehen und er hatte die größte Lust näher heranzugehen aber er wusste nicht ob er es wagen könne die Gänse zu verlassen er hörte einen Schuss nach dem anderen und da er nun begriffen hatte dass keine Gefahr im Anzug war lockte ihn das auch es schien als wären sie so munter dort bei den Feuern dass es für sie nicht genug war zu lachen und zu rufen sie mussten auch noch die Flinten zu Hilfe nehmen und schießen und dort bei einem Feuer das auf einem Berge brannte schossen sie Raketen ab sie hatten da ein großes Feuer und es lag hoch oben aber das genügte ihnen nicht es sollte noch schöner sein bis ganz hinauf in den Wolken des Himmels sollte es zu sehen sein wie fröhlich sie waren der Junge näherte sich ganz langsam dem Ufer aber da drang Gesang bis zu ihm hinaus jetzt begann er auf das Land zu zu laufen er musste wirklich mit dabei sein ganz am Ende der Rettwicker Bucht geht eine ungeheure lange Dampferbrücke in das Wasser hinaus und an der äußersten Spitze dieser Brücke stand eine Schar Sänger und sang in der späten Nachtstunde über den See es war als glaubten sie dass der Frühling so wie die wilden Gänse draußen auf dem Eis des Siljans schlafe und als wollten sie ihn wecken die Sänger begannen mit ich weiß ein Land im hohen Norden und dann folgte gar schön ist der Lenz wenn die Erde sich freut darauf nach Tuna geht der Marsch Mannheit Mut und freie Männer und schließlich in Dalarna wohnten in Dalarna wohnt es waren alles Lieder die von Dalarna handelten auf der Dampferbrücke brannte kein Feuer und die Sänger konnten sich nicht weit umsehen aber mit den Tönen stieg das Bild ihres Landes vor ihnen und vor allen die sie hörten klarer und schöner auf als wenn es heller lichter Tag gewesen wäre es war gleichsam als wollten sie den Frühling rühren sieh doch nur welch schönes Land da liegt und auf dich wartet willst du uns denn nicht zu Hilfe kommen willst du den Winter wirklich noch lange seinen Druck auf diese schöne Gegend legen lassen solange der Gesang wehrte stand Nils Holgersson da und lauschte als er aber verstummte eilte er an Land ganz am Ende der Bucht war das Eis aufgetaut aber da waren viele Sandbänke sodass er doch glücklich nach einem Feuer hinüber gelangte das am Ufer selbst lag mit großer Vorsicht schlich er so nahe heran dass er die Menschen sehen konnte die um das Feuer saßen und standen er konnte sogar hören was sie sagten und wieder musste er sich verwundern was es wohl sein könne das er sah und er fragte sich ob es wohl etwas anderes sei als eine Vision nie zuvor hatte er Menschen so gekleidet gesehen die Frauen hatten schwarze spitze Mützen auf dem Kopf sie trugen kleine weiße Pelzjacken rosa Tücher um den Hals grün seidene Taillen und schwarze Röcke deren Vorderbahn mit weißen roten grünen und schwarzen Streifen quer durchzogen war die Männer hatten runde niedrige Hüte blaue Röcke mit rot umrandeten Säumen gelbe Lederhosen die bis an die Knie reichten und mittels roter mit Quasten verzierter Strumpfbänder befestigt waren er wusste nicht ob die Kleidung allein schuld daran war aber er fand die Leute hier sahen ganz anders aus als anderswo viel vornehmer und stattlicher er hörte dass sie miteinander sprachen aber lange konnte er nichts verstehen er musste an die feinen Trachten denken die seine Mutter in ihrer Truhe hatte und die niemand seit undenklichen Zeiten mehr hatte tragen wollen und ihm kam der Gedanke ob dies nicht etwa Leute aus der Vergangenheit seien die in den letzten 100 Jahren nicht lebend auf der Erde gewandelt waren aber das war nur so ein Gedanke der ihm durch den Kopf flog und gleich wieder wegwusch denn er sah sehr wohl dass es lebende Menschen waren die er hier vor sich hatte die Sache war die dass die Bevölkerung um den Siljansee in Sprache und Kleidung und im Wesen mehr von entschwundenen Zeiten bewahrt haben als die Bewohner anderer Gegenden daher war er auf solche Gedanken gekommen der Junge bemerkte sofort dass die Leute die um das Feuer saßen von alten Zeiten redeten sie erzählten wie es ihnen in ihren jungen Jahren ergangen war als sie lange Wege nach anderen Landschaften wandern mussten um denen daheim durch ihre Arbeit Brot zu verschaffen er hörte mehrere Erzählungen aber am besten entsann er sich später dessen was eine alte Frau erlebt hatte Vater und Mutter hatten einen kleinen Hof in Ostbürka aber wir waren so viele Geschwister und die Zeiten waren schwer so sah ich mich denn mit 16 Jahren genötigt von Hause fort zu gehen wir zogen von dannen 20 junge Leute aus Redwig es war im Jahre 1845 am 16 April als ich zum ersten Mal nach Stockholm ging in meinem Beutel hatte ich einige Brote ein Kalbsvorderblatt und ein wenig Käse die ganze Reisekasse betrug 24 Schilling die anderen Vorräte die ich mitbekommen hatte ich in den ledernen Sack gelegt den ich mit meinem Arbeitsanzug auf einem Bauernwagen vorausgeschickt hatte So Es Es klang auch so als käme ein ganzes Regiment daher marschiert wenn wir auf unseren Schuhen mit den hohen Absätzen in die der Schuster nicht weniger als 15 große Nägel hineingeschlagen hatte die Straße entlang gingen Es geschah nicht selten dass mehrere von uns strauchelten und fielen weil wir nicht daran gewöhnt waren auf den spitzen Pflastersteinen zu gehen Wir zogen in das Dahl Wirtshaus das Weiße Ross das auf Södermalen in der Store Bad Stugata lag Die Leute aus Mora wohnten in derselben Straße in einem Wirtshaus das Store Krone hieß Nun handelte es sich ja darum schleunigst Arbeit zu bekommen denn von den 24 Schillingen die ich von Hause mitgenommen hatte waren nicht mehr als 18 übrig Eins von den anderen Mädchen sagte ich solle zu einem Rittmeister gehen der bei Hornstuth wohne und nach Arbeit fragen Dort blieb ich vier Tage Ich sollte in seinem Garten graben und pflanzen 24 Schilling erhielt ich als Tagelohn Für Essen musste ich selbst sorgen Ich bekam nicht viel zu essen aber die kleinen Mädchen meiner Herrschaft die sahen wie ärmlich es mit mir bestellt Etwa liefen in die Küche und baten um Essen für mich sodass ich mich doch satt essen konnte Dann kam ich zu einer Frau in der Norland Gata Dort bekam ich eine elende Kammer und die Mäuse nahmen meine Mütze und mein Halstuch weg und nagten ein Loch in meinen ledernen Beutel sodass ich ihn mit einem alten Stiefelschaft flicken musste den ich mir verschaffte da hatte ich nicht mehr als 14 Tage Arbeit und dann musste ich mit zwei Talern in der Tasche wieder nach Hause gehen Ich ging über Lexand heim und lag ein paar Tage in einem Dorf das Ronnes hieß Ich entsinne mich noch dass die Leute dort Suppe aus Hafermehl kochten das sie mit Spreu und Kleie zusammen malten Sie hatten nichts weiter und das musste in den Tagen der Hungersnot heruntergleiten Ja das Jahr war gerade nicht zum prahlen aber die nächsten Jahre musste ich noch mehr Widerwärtigkeiten erdulden Ich war ja gezwungen wieder von Hause zu gehen denn sonst hätten die daheim nichts zu leben gehabt Ich ging zusammen mit zwei Mädchen nach Hudikswall und es waren 35 Meilen bis dahin Den ganzen Weg mussten wir mit dem Ledersack auf dem Rücken gehen denn diesmal hatten wir keinen Wagen mit dem wir ihn hätten schicken können Wir hatten gehofft Gartenarbeit bekommen zu können aber als wir dahin kamen lag überall hoher Schnee sodass keine derartige Arbeit zu finden war Dann ging ich aufs Land in die Bauerhöfe hinein und bat so eindringlich man möge mir etwas zu tun geben Ach Herr Jemene wie hungrig und müde war ich schließlich bis ich an einen Hof kam wo ich bleiben und für acht Schilling den Tag Wolle kratzen durfte aber späterhin im Frühling bekam ich Arbeit in den Gärten der Stadt und da blieb ich bis zum 1. Juli Dann aber befiel mich ein solches Heimweh dass ich mich auf den Weg nach Redwig machte Ich 35 Meilen auf bloßen Füßen gehen musste und doch war ich von Herzen froh denn nun hatte ich 15 Reichstaler zusammengespart und für meine kleinen Geschwister brachte ich einige harte Weizen Zwiebacke und eine Tüte mit geschlagenem Zucker mit den ich aufgespart hatte denn wenn mir jemand Kaffee mit zwei Stück Zucker dazugegeben hatte ich immer das eine aufgehoben Hier sitzt nun ihr Gott zu danken habt dass er uns bessere Zeiten gegeben denn damals war es nicht anders als dass das eine Hungerjahr das andere ablöste alle jungen Leute in Dalarna mussten von Hause fort um Geld zu verdienen das nächste Jahr 1847 ging ich wieder nach Stockholm und bekam Arbeit in dem großen Hornsburger Garten wir waren mehrere Mädchen aus Dalarna und nun bekamen wir etwas höheren Tagelohn aber sparen mussten wir trotzdem in den Gärten sammelten wir alte Nägel und Knochen und verkauften sie an den Lumpenhändler und für das Geld kauften wir eine Art steinharten Zwieback den sie in der Militärbäckerei für die Soldaten buken Ende Juli ging ich wieder nach Hause um bei der Ernte zu helfen diesmal hatte ich 30 Thaler zusammen gespart Im nächsten Jahr musste ich wieder hinaus um Geld zu verdienen da kam ich auf den Stallmeisterhof in der Nähe von Stockholm in jenem Sommer war Feldmanöver auf dem Lagorts Gerd und der Margetender schickte mich hin um die Aufwartung in einer Küche zu übernehmen die er in einem großen Rüstwagen eingerichtet hatte und wenn ich hundert Jahre alt werden sollte so vergesse ich niemals den Tag als ich da draußen im Lager vor König Oskar dem Ersten auf dem Hirtenhorn blasen musste und er schickte mir einen ganzen Speziesthaler als Belohnung Dann war ich mehrere Sommer hintereinander Fährmädchen auf Brunswicken und ruderte zwischen Albano und Haga Das war meine beste Zeit Wir hatten ein Hirtenhorn im Boot und manchmal nahmen die Fahrgäste selbst die Ruder damit wir ihnen etwas vorblasen konnten Wenn dann im Herbst das Rudern aufhörte ging ich durch Uppland hinauf und half auch den Bauerhöfen beim Dreschen Gegen Weihnacht pflegte ich mit 100 Reichstalern nach Hause zu kommen und dann hatte ich Saat beim Dreschen verdient die holte Vater sobald Schlittenbahn war Ja seht ihr wenn ich und meine Schwestern nicht mit unserem Geld gekommen wären so hätten die zu Hause nichts zu leben gehabt denn das Korn das wir selbst bauten war meistens verbraucht wenn ich nach Hause kam und Kartoffeln bauten die Leute damals nur wenig so mussten sie denn Korn beim Kaufmann kaufen und wenn der Roggen die Tonne 40 Reichstaler kostete und der Hafer 24 so sollte man wohl sparen ich entsinne mich noch dass wir mehrmals eine Kuh für eine Tonne Hafer hergaben in jenen Zeiten buken wir Haferbrot mit fein gehacktem Stroh zwischen dem Mehl es war nicht leicht solch Strohbrot herunter zu bekommen das könnt ihr mir glauben man musste zwischen dem bisschen Wasser trinken damit es nur glitt so fuhr ich fort hin und her zu gehen bis zu dem Jahr als ich heiratete und das war 1856 seht Jon und ich waren in Stockholm gute Freunde geworden und jedes Jahr wenn ich heimzog war ich gleichsam ein wenig bedrückt dass die Stockholmer Mädchen seine Gedanken von mir wenden könnten sie nannten ihn den schönen Ton vom Moor den schönen Dalek das wusste ich aber es war kein falsch in seinem Herzen und als er Geld genug machten wir Hochzeit dann war da einige Jahre lang eitel Freude und keine Sorge aber das währte nicht lange 1863 starb Jon und ich stand alleine da mit fünf kleinen Kindern aber es ging uns eigentlich nicht schlecht denn jetzt waren bessere Zeiten in Dalarna es waren reichlich Kartoffeln und da war reichlich Korn es war ein großer Unterschied gegen früher ich bestellte selbst das bisschen Land das ich geerbt hatte und ich hatte mein eigenes Haus so verging ein Jahr nach dem anderen und die Kinder wuchsen heran sie sind gut gestellt alle die von ihnen am Leben sind Gott sei Dank sie können sich keinen rechten Begriff davon machen wie knapp es die Leute in Dalarna hatten als ihre Mutter jung war die alte schwieg während sie erzählte war das Feuer herunter gebrannt und alle erhoben sich und sagten es sei an der Zeit nach Hause zu gehen der Junge kehrte auf das Eis zurück um nach seinen Reise Gefährten zu suchen aber wie er so allein in der Finsternis dahin lief klang ihm ein Vers in den Ohren den er vor kurzem auf der Brücke hatte singen hören in Dalarna wohnte in Dalarna wohnt bei Armut auch Treue und Ehre dann kam etwas dessen er sich nicht mehr zu entsinnen vermochte aber den Schluss des Liedes wusste er noch sie mischten mit Rinde nicht selten ihr Brot doch mächtigen Herren ward Hilfe in Not bei den armen Männern in Dalarna Der Junge hatte nicht alles vergessen was er von den Sturis und von Gustav Waser gehört hatte er hatte nie begreifen können warum die gerade Hilfe bei den Dalekarliern suchten aber jetzt verstand er es denn in einem Land wo es solche Frauen gab wie die Alte da oben am Feuer mussten die Männer ja ganz unbezwinglich sein Kapitel 31 Bei den Kirchen Sonntag 1. Mai Als der Junge am nächsten Morgen erwachte und sich auf das Eis hinabgleiten ließ konnte er sich eines Lachens nicht erwehren in der Nacht war eine Menge Schnee gefallen und es schneite noch immer weiter die ganze Luft war voll weißer Flocken die so groß waren dass man ehe sie vielen gut hätte glauben können es seien die Flügel erfrorener Schmetterlinge Auf dem See lag der Schnee mehr als Zoll hoch Die Ufer waren weiß und die Wildgänse waren so beschneit dass sie aussahen wie kleine Schnee wehen Von Zeit zu Zeit bewegten sich Acker oder Yixi oder Kaxi ein wenig aber wenn sie sahen dass es noch immer schneite steckten sie schnell den Kopf wieder unter die Flügel sie fanden wohl dass sie in einem solchen Wetter nichts besseres tun konnten als schlafen und darin musste der Junge ihnen recht geben Einige Stunden später erwachte er von dem Läuten der Redwicker Kirchenglocken Jetzt hatte das Schneewetter aufgehört aber es wehte scharf aus Norden und draußen auf dem See war es schneidend kalt Er freute sich als die Wildgänse endlich den Schnee abschüttelten und dem Lande zuflogen um sich Essen zu verschaffen An jenem Tage war Konfirmation in der Redwicker Kirche und die Konfirmanten die rechtzeitig gekommen waren standen in kleinen Gruppen vor der Kirche und sprachen miteinander sie alle trugen die Tracht der Gegend und ihre Kleider waren so neu und bunt dass sie förmlich schimmerten Liebe Mutter Acker fliege hier ein wenig langsamer sagte der Junge als die Wildgänse geflogen kamen damit ich die Jungen Leute sehen kann Die Führergans fand scheinbar dass das ein billiges Verlangen war denn sie ließ sich so tief hinab wie sie nur konnte und flog dreimal um die Kirche herum Es ist nicht leicht zu sagen wie es sich in Wirklichkeit verhielt aber als Nils Holgersson die Knaben und die Mädchen von da oben erblickte meinte er nie eine Schar prächtigerer junger Menschenkinder gesehen zu haben Ich glaube nicht dass es feinere Prinzen und Prinzessinnen im Schloss des Königs gibt sagte er zu sich selbst Es war ziemlich viel Schnee gefallen In Redwick bedeckte er alle Felder und Acker war nicht im Stande auch nur eine Stelle zu entdecken wo sie sich niederlassen konnte Da besann sie sich nicht lange sondern flog südwärts nach Lexand hinab In Lexand waren wie gewöhnlich im Frühling die meisten der jungen Leute fort gegangen um Arbeit zu suchen Es waren kaum andere daheim im Dorf als die Alten und stattliche Birkenallee die zur Kirche hinaufführt Sie kamen daher gegangen auf der weißen Erde zwischen den weißstämmigen Birken in schneeweißen Schafelljacken weißen Pelzkleidern gelben oder schwarz und weiß gestreiften Schürzen und mit weißen Mützen die das weiße Haar fest umschlossen Liebe Mutter Acker sagte der Junge fliege hier ein wenig langsamer damit ich mir die alten Leute ansehen kann die Führer Gans fand scheinbar dass das ein billiges Verlangen war denn sie ließ sich so tief hinab wie sie es nur wagen konnte und flog dreimal über der Birkenallee hin und her es ist nicht leicht zu sagen wie es sich in Wirklichkeit verhielt aber der Junge meinte nie alte Frauen gesehen zu haben die so klug und milde aussahen diese alten Frauen sehen so aus als wenn sie Könige zu Söhnen und Königinnen zu Töchtern hätten sagte der Junge zu sich selbst aber in Lexand war es nicht besser als in Redwig überall lag hoher Schnee und Acker sah keinen anderen Ausweg als die Reise südwärts nach Gagnev fortzusetzen In Gagnev hatte an jenem Tage vor dem Gottesdienst eine Beerdigung stattgefunden der Leichenzug war spät zur Kirche gekommen und hinterher war das Begräbnis in die Länge gezogen als die Wildgänse geflogen kamen waren noch nicht alle in die Kirche gegangen verschiedene Frauen gingen noch auf dem Kirchhof herum und sahen nach ihren Gräbern sie hatten grüne Teilchen an mit roten Ärmeln und auf dem Kopf hatten sie bunte Tücher mit farbigen Fransen Liebe Mutter Acker fliege hier ein wenig langsamer sagte der Junge und die Wildgans fand scheinbar dass das ein billiges Verlangen war denn sie ließ sich so tief nieder wie sie es nur wagen konnte und flog dreimal über den Kirchhof hin und her es ist schwer zu sagen wie es sich in Wirklichkeit verhielt aber durch die Bäume des Kirchhofes sah fand er dass sie den schönsten Blumen glichen sie sehen alle zusammen so aus als wären sie auf einem Beet in des Königs eigenem Garten gewachsen dachte er aber auch in Gangnev war nicht ein einziger Fleck der frei von Schnee war und die Wildgänse wussten keinen besseren Rat als weiter gehen Süden nach Floda zu fliegen In Floda saßen die Leute in der Kirche als die Wildgänse geflogen kamen aber es sollte an dem Tage eine Hochzeit stattfinden sobald der Gottesdienst beendet war und die Hochzeitsgesellschaft stand draußen auf dem Kirchenhügel aufgestellt die Braut trug eine Gold Krone über dem ausgekämmten Haar und war so mit Schmucksachen und Blumen und bunten Bändern behängt dass einem die Augen förmlich wehtaten wenn man sie ansah der Bräutigam ging in einem langen blauen Rock in Kniehosen und roter Mütze umher die Bauermädchen hatten Kleider an die an der Taille wie auch rings um den Rock mit Rosen und Tulpen bestickt waren die Eltern und Nachbarn folgten im Zuge in ihren bunten Trachten Liebe Mutter Acker fliege hier ein wenig langsamer bat der Junge und die Führer Gans ließ sich so tief hinab wie sie es nur wagen konnte und flog dreimal über dem Kirchenhügel hin und her es ist schwer zu sagen wie es sich in Wirklichkeit verhielt aber so wie der Junge sie von hier oben sah meinte er eine so liebliche Braut und einen so anders geben ich möchte wohl wissen ob der König und die Königin in ihrem hohen Schloss feiner sind dachte er bei sich selbst aber hier in Floda fanden die Wildgänse endlich schneefreie Felder sodass sie nicht weiter zu fliegen brauchten um Futter zu suchen Kapitel 32 Die Überschwemmung Mehrere Tage lang raste ein fürchterliches Wetter in der Gegend nördlich von dem Mählarsee Der Himmel war ganz bedeckt, der Wind heulte und der Regen strömte herab. Menschen wie auch Tiere wussten, dass das mit dazugehört, wenn es Frühling werden soll, aber trotzdem fanden sie, dass es kaum zu ertragen sei. Als es einen Tag geregnet hatte, fingen die Schneemassen im Tannenwalde allen Ernstes an zu schmelzen und in die Frühlingsbäche kam Fahrt. Alle Wasserlachen auf den Höfen, das stillstehende Wasser in den Gräben, das Wasser, das zwischen den Grasbüscheln im Moor und Sumpfer vorquoll, geriet alles in Bewegung und suchte einen Weg nach den Bächen hinaus zu finden, um mit ins Meer hinausgenommen zu werden. Die Bäche liefen so schnell sie konnten nach den Mählarflüssen hinab, und die Flüsse taten ihr Bestes, um dem Mählar Wassermassen zuzuführen. Aber dann warfen alle die kleinen Seen in Uppland und im Bergwerkdistrikt an einem Tage die Eisdecke ab, sodass die Flüsse sich mit Eisschollen anfüllten und plötzlich bis an ihre Ufer stiegen. Und so groß wie die Flüsse nun geworden waren, stürzten sie sich in den Mählarsee, und es werte nicht lange, bis so viel Wasser da hineingelaufen war, dass er auf keine Weise mehr aufnehmen konnte. Der Strom unten am Auslauf wurde stark, aber der Nörrström ist ein enges Fahrwasser, und er konnte das Wasser nicht so schnell, wie es nötig war, hindurchlassen. Obendrein raste ein östlicher Sturm, sodass die Wellen des Meeres in starker Brandung gegen das Land getrieben wurden und sich gegen den Strom stemmten, der süßes Wasser in die Ostsee führen wollte. Da nun die Flüsse dem Mählar unaufhörlich neues Wasser zuführten und der Strom nicht imstande war, es fortzuführen, blieb dem großen See nichts weiter übrig, als über seine Ufer zu treten. Er stieg sehr langsam, ganz als sei er unwillig, seinen schönen Ufern Schaden zuzufügen. Da diese aber fast überall niedrig sind und schwach abfallen, wehrte es nicht lange, bis das Wasser viele Ellen weit ins Land hineingelangt war, und mehr gehörte nicht dazu, um die größte Verwirrung anzurichten. Der Mählar ist etwas ganz für sich. Er besteht aus lauter engen Förden, Buchten und Sunden, nirgends breitet er sich zu großen sturmgepeitschten Flächen aus, es ist, als sei er nur zu Vergnügungsreisen und Lustfahrten und fröhlichen Fischzügen geschaffen. Und er hat so viele schöne, bewaldete Inseln, Werder und Landzungen. Nirgends zeigt er uns kahle, nackte, winzerzauste Ufer. Es ist, als habe er sich nie gedacht, dass sie etwas anderes tragen sollten als Lustschlösser, Landhäuser, Herrenhöfe und Vergnügungsorte. Aber vielleicht gerade, weil er sich in der Regel so sanft und freundlich zeigt, entsteht so ein Spektakel, wenn er hin und wieder einmal im Frühling sein lächelndes Gesicht ablegt und zeigt, dass er allen Ernstes gefährlich sein kann. Da es nun so schien, als wolle er eine Überschwemmung veranstalten, wurden alle Boote und Präme, die den Winter über an Land gezogen waren, in größter Eile gedichtet und geteert, um so schnell wie möglich in den See gesetzt zu werden. Die Waschbrücken wurden an Land gezogen und die Brücken auf der Landstraße wurden ausgebessert. Die Bahnwärter, die die Aufsicht über die Eisenbahnstrecken am See entlang hatten, gingen ununterbrochen auf den Schienen hin und her und wagten weder Tag noch Nacht zu schlafen. Bauern, die Heu oder dürres Laub auf den flachen Werdern in Scheunen aufbewahrt hatten, beeilten sich, es an Land zu schaffen. Die Fischer nahmen ihre Reusen und Netze herein, damit sie nicht von der Überschwemmung weggespült werden sollten. An den Fährstellen wimmelte es von Reisenden. Alle, die ausreisen oder nach Hause wollten, beeilten sich, solange sie noch sicher sein konnten, dass die Überfahrt nicht unterbrochen war. In der Nähe von Stockholm, wo am Ufer ein Landhaus neben dem anderen liegt, war die Geschäftigkeit am größten. Die meisten Villen lagen freilich so hoch oben an Land, dass für sie keine Gefahr vorhanden war, aber bei jeder Villa war ja eine Badebrücke und ein Badehaus, und die mussten in Sicherheit gebracht werden. Doch nicht nur die Menschen wurden unruhig, wenn der Mählar anfing, über seine Ufer zu treten. Die Enten, die ihre Eier zwischen das Gesträuch am Strande gelegt hatten, die Wasserratten und die Spitzmäuse, die am Ufer wohnten und kleine, hilflose Junge im Nest hatten, waren in großer Not. Selbst die stolzen Schwäne wurden ängstlich, dass ihre Nester und Eier zerstört werden konnten. Und das waren keine unnötigen Sorgen, denn mit jeder Stunde, die verging, stieg der Mählar. Den Weiden und Erlen, die am Uferrande wuchsen, ging das Wasser schon hoch an den Stämmen hinauf. In die Gärten war das Wasser eingedrungen und wühlte in den Gemüsebeeten auf seine eigene Weise herum, und auf den Roggenfeldern, die so lagen, dass es dahin zugelangen konnte, richtete es großen Schaden an. Mehrere Tage lang fuhr der See fort zu steigen. Die flachen Wiesen rings um Gripsholm standen unter Wasser, sodass das große Schloss nicht nur durch einen schmalen Graben, sondern durch breite Sunde vom Lande getrennt war. In Strängnäs wurde die schöne Strandpromenade in einen brausenden Fluss verwandelt, und in Westnors bereitete man sich darauf vor, in Booten durch die Straßen zu fahren. Ein paar Elchen, die auf einem Werder in Mählar überwintert hatten, war ihr Wohnort unter Wasser gesetzt, und sie kamen an Land geschwommen. Ganze Holzlager, Unmengen von Planken und Brettern, eine Masse Braukübel und Wassertonnen waren ins Treiben geraten, und überall waren Leute auf ihren Booten aus, um zu bergen. In dieser beschwerlichen Zeit schlich Reinicke Fuchs eines Tages in einem Birkenhain herum, der eine Strecke nördlich vom Mählar lag. Wie gewöhnlich dachte er an die Wildgänse und an Däumling und sann darüber nach, wie er es anstellen sollte, sie zu finden, denn er hatte ihre Spur ganz verloren. Als er so recht mutlos war, erblickte er die Sendtaube Agar, die auf einem Birkenzweig saß. Gut, dass ich dich treffe, sagte Reinicke. Du kannst mir vielleicht sagen, wo Acker von Knebekeise und ihre Schar sich augenblicklich aufhalten? Es ist ja nicht unmöglich, dass ich weiß, wo sie sind, erwiderte Agar, aber ich habe durchaus nicht die Absicht, es dir zu sagen. Es ist auch schließlich einerlei, entgegnete Reinicke, wenn du ihnen nur einen Gruß überbringen willst, den ich für sie habe. Du weißt, wie schlimm es in diesen Tagen am Mählar aussieht. Da ist eine große Überschwemmung und das große Schwanenvolk, das in Jelstaviken wohnt, ist in größter Gefahr, dass seine Nester und Eier zerstört werden. Aber der Schwanenkönig Tagklar hat von dem Männlein gehört, das mit den Wildgänsen reist und das für alles Rat weiß, und er hat mich hierher gesandt, um Acker zu fragen, ob sie nicht mit Däumling hierher nach Jelstaviken kommen will. Den Gruß kann ich ja überbringen, sagte Agar, aber ich begreife freilich nicht, wie der kleine Knirps den Schwänen sollte helfen können. Das weiß ich auch nicht, sagte Reinicke, aber er übernimmt ja alles Mögliche. Es wundert mich auch, dass Tagklar seinen Gruß an die Gänse durch einen Fuchs entsendet, mannte Agar ein. Du hast ganz recht, wir sind ja sonst Feinde, sagte Reinicke mit sanfter Stimme, aber wenn die Not so groß ist, muss man einander helfen. Trotzdem ist es wohl besser, wenn du Acker nicht erzählst, dass du den Gruß durch einen Fuchs erhalten hast, denn sie ist mir gegenüber ein wenig misstrauisch. Die Schwäne in Jelstaviken Die sicherste Zufluchtsstätte für Schwimmvögel am ganzen Mählar ist Jelstaviken, der innerste Teil der Eckholzundbucht, die wiederum eine Erweiterung des Norja Björkofjords ist, der nächstgrößten von den langen Fähren, die der Mählar nach Uppland hineinsendet. Jelstaviken hat flache Ufer, niedriges Wasser und eine Menge Röhricht, ganz so wie der Talkere. Die Bucht ist lange nicht so groß wie der berühmte Vogelsee, aber trotzdem ist sie eine gute Heimstätte für Vögel, weil sie seit vielen Jahren für unverletzlich gilt. Sie ist nämlich der Aufenthaltsort für ein großes Schwanenvolk und der Besitzer der alten Königsburg Eckholzund, die in der Nähe liegt, hat alle Jagd auf die Bucht verboten, damit die Schwäne nicht gestört und geängstigt werden. Sobald Acker Nachricht erhalten hatte, dass das Schwanenvolk ihrer Hilfe bedürfe, eilte sie nach Jelstaviken. Sie langte mit ihrer Schar eines Abends dort an und sah sofort, dass ein großes Unglück geschehen war. Die großen Schwanennester waren losgerissen und trieben in dem starken Sturm auf der Bucht. Einige waren schon auseinandergefallen, ein paar waren umgestürzt und die Eier, die darin gewesen waren, lagen auf dem Grunde des Sees und schimmerten durch das Wasser. Als sich Acker in der Bucht niederließ, waren alle Vögel, die dort wohnten, am östlichen Ufer versammelt, wo sie im Besten gegen den Wind geschützt waren. Obwohl sie sehr durch die Überschwemmung gelitten hatten, waren sie viel zu stolz, um ihre Betrübnis zu zeigen. Es hat keinen Zweck zu trauern, sagten sie. Hier sind reichlich Röhrichtfasern und Stängel, wir können uns bald neue Nester bauen. Keins von ihnen hätte es sich träumen lassen, Fremde um Hilfe zu rufen, auch hatte niemand eine Ahnung davon, dass Reinecke nach den Wildgänsen geschickt hatte. Da waren mehrere hundert Schwäne und sie hatten sich nach Rang und Stellung hingelegt, die jüngsten und unerfahrensten zu äußerst im Kreise, die alten und klugen mehr in der Mitte. Ganz im Innersten lagen Tagklar, der Schwanenkönig und Schneefried, die Schwanenkönigin, die älter waren als alle die anderen, sodass die meisten von dem Schwanenvolk ihre Kinder und Kindeskinder waren. Tagklar und Schneefried konnten von den Tagen erzählen, wo Schwäne ihres Stammes nicht irgendwo in Schweden wild lebten, sondern nur in zahmem Zustand auf Schlossgräben und Teichen gefunden wurden. Aber dann waren ein paar Schwäne der Gefangenschaft entronnen und hatten sich in Jelsterwicken niedergelassen und von den beiden stammten alle die Schwäne ab, die dort wohnten. Jetzt nisteten in vielen der Mählerbuchten wilde Schwäne, ebenso wie auf dem Torkern und dem Hörnburger See. Alle diese Ansiedler waren von Jelsterwicken gekommen und die Schwäne, die dort wohnten, waren sehr stolz darauf, dass ihr Geschlecht sie so von See zu See ausbreitete. Die Wildgänse hatten sich zufällig an dem westlichen Ufer niedergelassen. Als Acker aber sah, wo die Schwäne lagen, schwamm sie sogleich auf sie zu. Sie war selbst sehr erstaunt, dass sie nach ihr geschickt hatten, aber sie betrachtete es als eine Ehre und wollte keinen Augenblick vergeuden, wenn es sich darum handelte, ihnen zu helfen. Als Acker in die Nähe der Schwäne kam, hielt sie mit dem Schwimmen inne, um zu sehen, ob die Gänse, die ihr folgten, in gerader Linie und mit gleich großen Zwischenräumen hinter ihr dreinschwammen. Schwimmt jetzt schnell und hübsch, sagte sie. Starrt die Schwäne nicht an, als wenn ihr nie etwas Schönes gesehen hättet und kümmert euch nicht darum, was sie zu euch sagen. Es war nicht das erste Mal, dass Acker die alten Schwanenherrschaften besuchte und sie hatten sie immer mit der Aufmerksamkeit aufgenommen, auf die ein so weitbereister und angesehener Vogel Anspruch erheben konnte. Aber sie mochte nicht zwischen alle die Schwäne hineinschwimmen, die rings um sie herumlagen. Sie fühlte sich nie so klein und so grau, als wenn sie zwischen die Schwäne kam, und es konnte wohl geschehen, dass der eine oder der andere von ihnen ein paar Worte fallen ließ von gewissen Leuten, die grau und hässlich waren. Das Klügste aber war, so zu tun, als höre man es nicht und schnell weiter zu eilen. Diesmal hatte es den Anschein, als wenn alles ungewöhnlich gut gehen sollte. Die Schwäne glitten ganz still zur Seite und die wilden Gänse schwammen gleichsam durch eine Straße mit den großen, weißschimmernden Vögeln zu beiden Seiten. Es war sehr hübsch zu sehen, wie sie da lagen und die Flügel wie Segel ausspannten, um einen guten Eindruck auf die Fremden zu machen. Sie machten nicht eine einzige Bemerkung, und Acker war ganz erstaunt. Tagklar hat früher von ihren Ungezogenheiten gehört und ihnen gesagt, dass sie sich wie gebildete Tiere benehmen sollen, dachte die Führer ganz. Aber als die Schwäne sich so recht bemühten, gute Lebensart zu zeigen, erblickten sie den weißen Gänserich, der in der langen Reihe der Gänse als der letzte geschwommen kam. Da ging ein Brausen der Verwunderung und der Empörung durch die Schar, und mit einem Schlage war es vorbei mit dem feinen Wesen. »Was ist das?« rief einer von ihnen. »Wollen die wilden Gänse jetzt weiße Federn haben?« »Sie bilden sich doch wohl nicht ein, dass sie deswegen Schwäne werden!« schrien sie von allen Seiten. Sie riefen alle durcheinander mit ihren klangvollen, starken Stimmen. Es war nicht möglich, ihnen zu erklären, dass es eine zahme Gans sei, die mit den Wildgänsen gekommen war. »Das ist wohl der Gänsekönig selbst, der da kommt,« spotteten sie. »Ist das eine bodenlose Unverschämtheit!« »Es ist ja gar keine Gans, es ist nur eine zahme Ente!« Der große Weiße gedachte Ackers Befehl, sich nicht an das zu kehren, was sie zu hören bekämen. Er schwieg ganz still und schwamm so schnell er konnte, aber es half ihm nichts, die Schwäne wurden immer zudringlicher. »Was für eine Kröte hat er da auf dem Rücken?«, fragte einer. »Sie glauben wohl, wir können nicht sehen, dass es eine Kröte ist, weil sie wie ein Mensch gekleidet ist.« Die Schwäne, die bisher in einer so hübschen Ordnung dargelegen hatten, schwammen nun in der wildesten Verwirrung bunt durcheinander. Alle drängten sich vor, um die Weiße Wildgans zu sehen. »So ein weißer Gänserich sollte sich schämen, sich vor uns Schwänen sehen zu lassen. Er ist, weiß Gott, ebenso grau wie die anderen. Er hat sich nur auf einem Bauernhof in einen Milchkübel getaucht.« Acker war gerade bis zu Tag klar gelangt und wollte ihn eben fragen, womit sie ihm helfen könne, als er auf die Erregung aufmerksam wurde, die unter dem Schwanenvolk entstanden war. »Was ist denn da los? Habe ich nicht befohlen, dass sie höflich gegen Fremde sein sollen?«, sagte er und sah sehr unzufrieden aus. Schneefried, die Schwanenkönigin, schwamm hin, um ihre Leute in Ordnung zu halten, und Tag klar wandte sich wieder an Acker. Da kam Schneefried zurück und sah sehr erregt aus. »Kannst du sie nicht zum Schweigen bringen?«, rief ihr der Schwanenkönig entgegen. »Da ist eine weiße Wildgans«, erwiderte Schneefried. »Das ist doch wirklich ein Skandal. Es wundert mich nicht, dass sie empört sind.« »Eine weiße Wildgans«, sagte Tag klar, »das ist zu arg, das gibt es ja gar nicht. Du musst dich geirrt haben.« Das Gedränge um den Gänserich Martin wurde immer größer, und die anderen Wildgänse versuchten, zu ihm hinzuschwimmen, aber sie wurden hin und her gepufft und konnten nicht an ihn herangelangen. Der alte Schwanenkönig, der der stärkste von ihnen allen war, setzte sich jetzt schnell in Bewegung, schob alle die anderen zur Seite und bahnte sich einen Weg zu dem Weißen. Aber als er sah, dass da wirklich eine weiße Gans auf dem Wasser lag, wurde er ebenso zornig wie alle die anderen. Er fauchte vor Wut, ging geradewegs auf den Gänserich Martin los und riss ihm ein paar Federn aus. »Ich will dich lehren, du Wildgans, so aufgeputzt zu uns Schwänen zu kommen«, sagte er. »Flieg, Gänserich Martin, flieg«, rief Acker, denn sie sah ein, dass die Schwäne dem großen Weißen jede Feder ausrupfen würden. »Und flieg, flieg«, rief auch Däumling. Aber der Gänserich lag so zwischen den Schwänen eingeklemmt, dass er keinen Platz bekommen konnte, um die Flügel zu heben, und von allen Seiten streckten die Schwäne ihre starken Schnäbel vor, um ihm die Federn auszurupfen. Der Gänserich Martin verteidigte sich nach besten Kräften. Er biss und schlug, und die anderen Wildgänse gingen auf die Schwäne los. Aber es war klar, wie das Ende hätte ausfallen müssen, wenn sie nicht ganz unerwartet Hilfe bekommen hätten. Da war ein Rotschwänzchen, das hatte gesehen, dass die Wildgänse zwischen den Schwänen in die Klemme geraten waren, und es stieß sofort den scharfen Warnungsschrei aus, dessen sich die kleinen Vögel bedienen, wenn es gilt, einen Habicht oder einen Falken in die Flucht zu schlagen. Und kaum war der Ruf dreimal ertönt, als alle die kleinen Vögel der ganzen Umgegend auf blitzschnellen Schwingen in einem großen, lärmenden Schwarm nach Jelsterwicken hinabschossen. Und diese armen, schwachen Kleinen warfen sich über die Schwäne. Sie kreischten ihnen in die Ohren, sie versperrten ihnen die Aussicht mit ihren Flügeln, sie machten sie ganz verwirrt mit ihrem Flattern, sie brachten sie ganz außer sich, indem sie riefen, »Schämt euch, ihr Schwäne! Schämt euch! Schämt euch, ihr Schwäne!« Der Überfall der kleinen Vögel wehrte nur wenige Augenblicke. Aber als sie fort waren und die Schwäne wieder zur Besinnung kamen, da sahen sie, dass die Wildgänse sich davon gemacht hatten und auf die andere Seite der Bucht hinüber geflogen waren. Bei den Schwänen war wenigstens das Gute, dass sie sich zu stolz fühlten, hinter den Wildgänsen reinzujagen, sobald sie sahen, dass sie entkommen waren. So konnte sich den Acker mit ihrer Schar in aller Ruhe und Gemütlichkeit auf einer Röhrichtinsel hinstellen und schlafen. Nils Holgersson war jedoch zu hungrig, um zu schlafen. »Ich muss sehen, in ein Haus zu gelangen, um etwas Essen zu bekommen«, dachte er. In den Tagen, wo so viel Verschiedenes auf dem See herumtrieb, war es nicht schwer, für so einen wie Nils Holgersson ein Beförderungsmittel zu finden. Er besahm sich nicht lange, sprang auf ein Stück Brett, das zwischen das Röhricht hineingetrieben war, fischte einen kleinen Stock auf und machte sich daran, sein Fahrzeug durch das seichte Wasser an das Ufer hinüber zu stängeln. Kaum war er an Land gekommen, als er neben sich im Wasser ein Plätschern hörte. Er blieb stehen, ohne sich zu rühren, und sah ein Schwanenweibchen, das wenige Ellen von ihm in ihrem großen Nest lag und schlief. Gleich darauf aber sah er einen Fuchs, der ein paar Schritt ins Wasser hinausgegangen war, um sich nach dem Schwanennest zu schleichen. »Hallo, hallo, steh auf, steh auf«, rief der Junge und schlug mit seinem Stock ins Wasser. Das Schwanenweibchen richtete sich auf, doch nicht schneller, als dass sich der Fuchs hätte auf das Weibchen stürzen können, falls er es gewollt hätte. Aber das gab er auf und stürmte auf den Jungen zu. Der Junge sah den Fuchs kommen und eilte ins Land hinein. Vor ihm lagen ausgedehnte, flache Wiesen, da war auch nicht ein Baum, in den er hätte hinaufklettern, nicht ein Loch, in dem er sich hatte verbergen können. Nils war ein guter Läufer, aber es war klar, dass er es in Bezug auf Schnelligkeit nicht mit einem Fuchs aufnehmen konnte, wenn dieser frei und ledig war und nichts zu schleppen hatte. Eine Strecke von dem See entfernt lagen einige kleine Häuslereien, wo Licht in den Fenstern war. Der Junge lief natürlich nach dieser Seite, aber er musste sich selbst sagen, ehe er die Häuser erreichte, konnte ihn der Fuchs mehr als einmal eingeholt haben. Einmal war der Fuchs so nahe, dass er glaubte, seines Fanges sicher zu sein. Da aber lief der Junge hurtig nach der Seite und kehrte wieder an die Bucht zurück. Diese Wendung kostete dem Fuchs Zeit und ehe er den Jungen abermals eingeholt hatte, war dieser auf ein paar Männer zugeeilt, die den ganzen Tag draußen auf dem See gewesen waren, um herumtreibendes Gut zu bergen und die sich nun auf dem Heimwege befanden. Die Männer waren erschöpft und müde. Sie hatten weder den Jungen noch Reinecke gesehen, obwohl beide an ihnen vorübergelaufen waren. Der Junge hatte auch keine Lust, sie anzureden und sie um Hilfe zu bitten. Er begnügte sich, dicht an sie heranzuschleichen. Der Fuchs kann sich doch nicht ganz bis an die Menschen heranwagen, dachte er. Bald aber hörte er den Fuchs heranschleichen. Er wagte sich ganz bis an die Männer heran, denn er verließ sich darauf, dass sie ihn für einen Hund halten würden. Was für ein Hund ist das, der sich hinter uns herschleicht, sagte auch ganz richtig einer der Männer. Er ist so nahe, als wenn er uns beißen wollte. Der andere stand still und sah sich um. Weg mit dir, sagte er und stieß mit dem Fuß nach dem Fuchs, sodass der auf die andere Seite des Weges flog. Nun hielt sich der Fuchs in einer Entfernung von ein paar Schritten, aber er folgte ihnen nach wie vor. Die beiden Männer waren bald bei den Häusern angelangt und gingen in eins derselben hinein. Der Junge hatte die Absicht gehabt, mit ihnen hineinzuschlüpfen, aber als er im Beischlag angelangt war, sah er einen prächtigen, langhaarigen Kettenhund aus seiner Hütte herausstürzen, um seinen Herrn zu empfangen. Da änderte der Junge seinen Entschluss und blieb draußen. Du Kettenhund, sagte der Junge leise, sobald die Männer die Tür geschlossen hatten. Willst du mir nicht über Nacht helfen, einen Fuchs zu fangen? Der Kettenhund sah nicht gut und heftig und wütend war er, weil er so lange angebunden gestanden hatte. Soll ich einen Fuchs fangen? bellte er böse. Was für einer bist denn du, der du hierher kommst und mich zum Besten halten willst? Komm du nur so nahe heran, dass ich dich fassen kann, da will ich dir schon leeren Scherze mit mir zu treiben. Du glaubst doch nicht, dass ich bange bin, dir nahe zu kommen, sagte der Junge und lief an den Hund heran. Als der ihn sah, erstaunte er so, dass er kein Wort zu sagen vermochte. Ich bin es, den sie Däumling nennen und der mit den Wildgänsen reißt, sagte der Junge. Hast du nicht von mir reden hören? Die Spatzen haben ja freilich manchmal von dir gezwitschert, sagte der Hund. Du hast ja große Dinge ausgerichtet, wenn man bedenkt, wie klein du bist. Bisher ist es mir immer gut ergangen, sagte der Junge, aber nun sieht es so aus, als wenn mein Ende nahte, falls du mir nicht helfen willst. Ich habe einen Fuchs auf den Fersen. Er steht dort hinter der Ecke und lauert auf mich. Ja, weiß Gott, ich kann ihn wittern, sagte der Kettenhund. Mit dem wollen wir bald fertig werden. Und der Kettenhund sprang hinaus, soweit die Kette es zuließ und bellte und kläffte eine gehörige Zeit. Jetzt, glaube ich, kommt er diese Nacht nicht wieder, sagte der Kettenhund. Es gehört mehr als ein Gebell dazu, um dem Fuchs Bange zu machen, sagte der Junge. Er wird gleich wieder hier sein und das ist das Allerbeste, denn ich habe mir vorgenommen, dass du ihn gefangen nehmen sollst. Fängst du nun schon wieder an, dich lustig über mich zu machen, sagte der Hund. Komm du nur in deine Hütte hinein, damit uns der Fuchs nicht hören kann, erwiderte der Junge. Dann will ich dir sagen, wie du es machen musst. Der Junge und der Hund krochen in die Hundehütte und lagen da und flüsterten. Nach einer Weile steckte der Fuchs die Schnauze um die Ecke und da alles still war, schlich er auf den Hof. Er konnte den Jungen bis an das Hundehaus wittern und setzte sich in passender Entfernung hin, um darüber nachzudenken, wie er ihn hinauslocken könne. Plötzlich steckte der Kettenhund den Kopf heraus und knurrte ihn an. Mach, dass du wegkommst, sonst komme ich und hol dich. Ich bleib hier sitzen, solange ich will, sagte der Fuchs. Mach, dass du wegkommst, sagte der Hund noch einmal in drohendem Ton, sonst hast du über Nacht zum letzten Mal gejagt. Aber der Fuchs lachte ihm gerade ins Gesicht und rührte sich nicht vom Fleck. Ich weiß ja, wie weit deine Kette reicht, sagte er. Ich habe dich zweimal gewarnt, sagte der Hund und kam aus dem Hundehaus gefahren. Nun kannst du die Folgen hinnehmen. Im selben Augenblick warf er sich mit einem langen Sprung über den Fuchs und erreichte ihn ohne die geringste Schwierigkeit, denn er war los. Der Junge hatte sein Halsband aufgemacht. Es folgte ein Kampf von wenigen Augenblicken, aber er war bald beendet. Der Hund stand als Sieger da. Der Fuchs lag am Boden und wagte sich nicht zu rühren. Ja, lieg du nur still, sagte der Hund, sonst beiß ich dich tot. Er packte den Fuchs im Nacken und schleppte ihn in das Hundehaus und da kam der Junge mit der Kette und legte ihm das Halsband zweimal um den Hals und schnallte es so fest, dass er sicher gebunden war. Und während der ganzen Zeit musste der Fuchs still liegen und wagte nicht, sich zu rühren. So, Reinicke Fuchs, ich hoffe, du wirst ein guter Kettenhund werden, sagte Nils, als er fertig war. Kapitel 33 Die Sage von Upland Donnerstag, 5. Mai Am nächsten Tage hatte der Regen aufgehört, aber der Sturm wütete noch den ganzen Vormittag und die Überschwemmung breitete sich immer weiter aus. Gleich nach Mittag aber kam ein Umschlag. Auf einmal wurde es das herrlichste Wetter, warm und still und lieblich. Nils Holgersson lag seelenvergnügt in einem großen Büschel herrlicher, blühender Dotterblumen und starrte zum Himmel empor, als auf einem kleinen Pfarr, der am See entlang lief, zwei kleine Schulkinder mit ihren Büchern und Butterbrotdosen daherkamen. Sie gingen langsam und sahen sehr betrübt aus. Als sie gerade vor dem Jungen angelangt waren, setzten sie sich auf ein paar Steine und fingen an, von ihrem Kummer zu reden. Mutter wird sehr böse werden, wenn sie hört, dass wir heute wieder unsere Schulaufgaben nicht gekonnt haben, sagte das eine der Kinder. Ja, und Vater auch, sagte das andere und von ihrem Kummer überwältigt brachen sie in Weinen aus. Der Junge lag da und dachte darüber nach, ob er nicht etwas tun könne, um sie zu trösten, als eine krumm gebeugte alte Frau mit einem milden und guten Gesicht den Steig entlang kam und vor ihnen stehen blieb. Weswegen weint ihr, Kinderchen? fragte die Alte und dann erzählten die Kleinen, sie hätten ihre Schulaufgaben nicht gekonnt und schämten sich nun so sehr, dass sie gar nicht nach Hause gehen wollten. Was kann denn nur so schwer sein, dass ihr es nicht lernen konntet? fragte die Alte und die Kinder erzählten, sie hätten ganz Upland aufgehabt. Ja, es ist vielleicht nicht so ganz leicht, das nach einem Buch zu lernen, sagte die alte Frau, aber nun sollt ihr hören, was mir meine Mutter einmal von dem Land erzählt hat. Ich bin nie zur Schule gegangen, daher habe ich nie mehr davon zu wissen bekommen, aber das, was meine Mutter erzählte, habe ich mein ganzes Leben lang nicht wieder vergessen. Seht, meine Mutter, begann die Alte und setzte sich zu den Kindern auf die Steine. Die sagte, Upland sei in alten Zeiten die ärmste und unbedeutendste von allen Landschaften in Schweden gewesen. Sie bestand nur aus magerem Lehmboden, der mit kleinen, niedrigen Steinhügeln übersät war und deren gibt es heute noch etliche in der Landschaft, wenn auch wir, die wir hier unten am Mähler wohnen, nicht viele davon sehen. Nun ja, wovon es kam, weiß ich nicht, das aber ist sicher, es sah hier armselig und betrüblich aus. Upland fand, dass es von den anderen Landschaften wie ein Ausgestoßener behandelt wurde und das bekommt man mit der Zeit satt. Eines schönen Tages wurde es des ganzen Elends so überdrüssig, dass es den Sack auf den Rücken und den Stab in die Hand nahm und sich auf den Bettelgang zu denen begab, die besser gestellt waren. Zuerst ging Upland gen Süden, bis ganz nach Schonen hinab und als es dahin kam, beklagte es sich über seine Armut und bat um Land. Man weiß wirklich nicht, was man allen denen geben soll, die kommen und betteln, sagte Schonen. Lass mich aber mal sehen, ich habe gerade ein paar Mergelgruben aufgegraben, hast du Verwendung für ein paar Grassoden, so kannst du dir einige von denen nehmen, die ich an den Rand geworfen habe. Upland bedankte sich und nahm die Gabe an und ging dann weiter nach Westgotland. Dort beklagte es sich auch darüber, dass es so arm sei und bat um Land. Erdboden kann ich dir nicht geben, sagte Westgotland, ich gönne einem Bettler nicht das kleinste Krümchen von meinen fetten Feldern. Hast du aber Verwendung für einen von diesen kleinen Bächen, die über die Ebene hinlaufen, so nimm ihn meinetwegen. Upland bedankte sich und nahm das Geschenk und bog nun nach Halland ab. Dort beklagte es sich wieder darüber, dass es so arm sei und bat um Erde. Ich bin nicht reicher als du, sagte Halland, daher habe ich keinen Grund, dir etwas zu geben. Meinst du aber, dass es der Mühe wert ist, so kannst du gern einige Steinhügel von der Erde abbrechen und sie mitnehmen. Upland bedankte sich und nahm die Gabe an und eilte dann nach Bohuslen. Dort erhielt es Erlaubnis, so viele kleine, kahle Scheren in seinen Sack zu stecken, wie es Lust hatte. Sie sehen gerade nicht nach viel aus, aber sie sind gut als Schutz gegen den Wind, sagte Bohuslen. Du kannst schon Nutzen davon haben, dass du an der See wohnst, so wie ich. Upland nahm mit Dankbarkeit alles an, was es bekam und sagte zu nichts Nein, obwohl es fast überall das bekam, was die anderen am besten entbehren zu können meinten. Wärmland warf ihm ein Stück Berg zu. Westmannland gab ihm eine Reihe von seinen Bergrücken. Ostgotland schenkte ihm ein Stück von dem wilden Kollmorden und Smorland stopfte ihm fast den ganzen Sack voll von Mooren und Steinen und Heidehügeln. Sörmland wollte ihm nichts geben als ein paar Mählarfjorde und Dalarna meinte auch, dass es nichts von seinem Erdboden abgeben könne, fragte aber, ob Upland mit einem Stück von dem Dahläl fürlieb nehmen wolle. Schließlich erhielt es von Nerke einige von den flachen Wiesen bei Jelmaren und da hatte es seinen Sack so voll, dass es nicht weiterzugehen brauchte. Als Upland wieder daheim anlangte und all das zusammensammelte, was es bekommen hatte, konnte es ja nicht umhin zu finden, dass es ein schrecklicher Haufen Gerümpel sei, mit dem es zurückkehrte und es seufzte und ging mit sich zu Rate, was es machen solle, um etwas aus allen den Gaben herauszubekommen. Ein Jahr nach dem anderen ging dahin und Upland blieb daheim und ordnete seine Sachen und schließlich hatte es alles so, wie es wollte. Zu jener Zeit begann man in Schweden darüber zu reden, wo der König wohnen und wo man die Hauptstadt bauen solle und alle Landschaften kamen zusammen, um darüber zu beraten. Es war klar, dass eine jede den König für sich haben wollte und sie stritten lange hin und her. Ich finde, der König muss in der Landschaft wohnen, die die klügste und tüchtigste ist, sagte Upland und alle fanden, dass es ein guter Rat war. So trennten sie sich denn mit dem Beschluss, dass die Landschaft, die beweisen könne, dass sie die klügste und tüchtigste sei, den König und die Hauptstadt bei sich aufnehmen solle. Kaum waren alle Landschaften wieder nach Hause gekommen, als eine Einladung von Upland kam, zu einem Fest zu ihm zu kommen. Was kann das armselige Land uns nur bieten, fragten die Landschaften, aber sie kamen alle miteinander. Als sie kamen, waren sie sehr erstaunt über das, was sie sahen. Da lag Upland im Inneren des Landes ganz bebaut mit großen Höfen, an den Küsten mit Städten, während alle Gewässer, die es umgaben, voll von Schiffen waren. Es ist eine Schande, um herzugehen und zu betteln, wenn es einem so gut geht, sagten die anderen Landschaften. Ich habe euch nur zu mir eingeladen, um euch für eure Gaben zu danken, entgegnete Upland, denn denen habe ich es zu verdanken, dass ich mich habe durchschlagen können. Das Erste, was ich tat, als ich nach Hause kam, fuhr es fort, war, dass ich den Dahlelf in mein Land leitete und ich richtete es so ein, dass er zwei große Wasserfälle bilden musste, einen bei Südersson und einen bei Al-Karlebi. Südlich von dem Elf, bei Danemora, legte ich den Berg hin, den ich von Wärmland bekommen hatte und da entdeckte ich, dass Wärmland nicht ordentlich nachgesehen hatte, was es weggab, denn der Berg bestand aus dem besten Eisenerz. Ringsumher pflanzte ich den Wald, den ich von Oestergotland bekommen hatte und da sich nun am gleichen Fleck Erz und Wald zum Kohlebrennen wie auch Wasserkraft befanden, so war es ja eine gegebene Sache, dass hier reiche Bergwerke entstehen würden. Als ich es nun nach Norden hinzu so gut eingerichtet hatte, stellte ich die Bergrücken aus Westmannland auf, aber ich reckte und streckte sie, sodass sie ganz bis an den Mela reichten und Landzungen und Inseln bildeten, die sich mit Grün bekleideten und so schön sind wie Gärten. Die Fjorde aber, die mir Sormland gab, zog ich tief ins Land hinein, sodass es für Schiffe erschlossen wurde und in Verkehr mit der Welt kommen konnte. Als ich nach Norden und nach Süden zu alles fertig hatte, ging ich nach der Ostküste hinüber und nun sammelte ich alle die kahlen Scheren und Steinhügel und Heiden und unfruchtbaren Felder, die ihr mir gegeben hattet und warf sie ins Meer hinaus und daraus entstanden alle meine Werder und Inseln, die mir zu so großem Nutzen für die Fischerei und Schifffahrt geworden sind und die ich für meinen wichtigsten Besitz halte. Dann hatte ich nichts weiter von den Gaben übrig als die Grassoden, die ich von Schonen erhalten hatte und die breitete ich mitten im Lande aus und sie wurden zu der fruchtbaren Waxala-Ebene und den trägen Bach, den ich von Westgotland erhalten hatte, den leitete ich durch die Ebene, damit diese eine gute Verbindung mit den Mählerfjorden haben sollte. Jetzt begriffen die anderen Landschaften, wie das Ganze zugegangen war und obwohl sie ein wenig ärgerlich waren, konnten sie doch nicht umhin zuzugeben, dass es seine Sache gut gemacht hatte. Du hast mit geringen Mitteln viel ausgerichtet, sagten alle Landschaften. Du bist in der Tat die klügste und tüchtigste von uns. Hab Dank für die Worte, entgegnete Upland. Wenn ihr das sagt, so bin ich ja die Landschaft, die den König und die Hauptstadt bei sich aufnehmen soll. Die anderen Landschaften wurden ein wenig ärgerlich, aber ein Wort ist ein Wort und dabei blieb es. Und Upland bekam den König und die Hauptstadt und es wurde die erste von allen Landschaften. Und das war nicht mehr als billig, denn Klugheit und Tüchtigkeit ist das, was noch heutzutage Bettler zu Fürsten macht. Kapitel 34 In Uppsala Der Student Donnerstag, 5. Mai Zu der Zeit, als Nils Holgersson mit den Wildgänsen durch das Land reiste, war in Uppsala ein prächtiger, junger Student. Er wohnte in einer kleinen Dachkammer und war so sparsam, dass die Leute sagten, er lebe von fast gar nichts. Seine Studien betrieb er mit Lust und Liebe, sodass er schneller damit fertig wurde als irgendeiner von den anderen. Aber deswegen war er durchaus kein Bücherwurm oder Duckmäuser, er konnte sehr wohl mit den Kameraden lustig sein. Er war gerade so, wie ein Student sein soll. Er hatte keine Fehler, wenn man es nicht etwa einen Fehler nennen will, dass er infolge all seines Glücks ein wenig verwöhnt war. Aber das kann dem Besten passieren. Das Glück ist nicht so leicht zu ertragen, namentlich nicht in der Jugend. In einer Morgenstunde, gerade als der Student erwacht war, lag er da und dachte darüber nach, wie gut er es doch habe. Alle Menschen haben mich gern, Kameraden wie auch Lehrer, sagte er zu sich selbst. Und so vorzüglich, wie es mir mit meinem Studium gegangen ist. Heute soll ich zum letzten Mal zum Tentamen und dann bin ich bald fertig. Und wenn ich nur rechtzeitig fertig werde, so bekomme ich eine Stellung mit gutem Gehalt. Es ist merkwürdig, was für ein Glück ich gehabt habe. Aber ich tue ja auch meine Pflicht, da ist es ja ganz natürlich, dass es mir gut geht. Die Studenten in Uppsala sitzen nicht zusammen in Schulstuben und lernen wie Schulkinder. Sie sitzen jeder für sich in seinem Zimmer und studieren. Wenn sie mit einem Fach fertig sind, gehen sie zu ihren Professoren und werden in dem ganzen Fach auf einmal überhört. So eine Überhörung heißt ein Tentamen und das, zu dem der Student an diesem Tage gehen sollte, war gerade das letzte und allerschwerste. Sobald er sich angekleidet und Kaffee getrunken hatte, setzte er sich an seinen Schreibtisch, um einen letzten Blick in seine Bücher zu werfen. Ich glaube eigentlich, es ist ganz überflüssig, so gut wie ich vorbereitet bin, dachte der Student, aber es wird wohl am besten sein, wenn ich so lange wie möglich büffle, dann brauche ich mir wenigstens keine Vorwürfe zu machen. Er hatte kaum einen Augenblick gelesen, als es an seine Tür pochte und ein Student mit einem dicken Buch unterm Arm bei ihm eintrat. Es war dies ein Student von ganz anderer Art wie der, der dort am Schreibtisch saß. Er war verschämt und schüchtern und sah abgearbeitet und ärmlich aus. Es war einer von denen, die sich auf Bücher verstehen, aber auch auf nichts weiter. Es hieß, dass er sehr gelehrt sei, aber er war so scheu und ängstlich, dass er sich nie zu einem Tintamen hatte entschließen können. Alle glaubten, er werde ewiger Student werden, ein Jahr nach dem anderen in Uppsala bleiben und studieren und studieren, es aber nie zu etwas bringen. Er kam nun, um den Kameraden zu bitten, ein Buch zu lesen, das er geschrieben hatte. Es war nicht gedruckt, sondern nur mit der Hand geschrieben. Du würdest mir einen großen Gefallen tun, sagte er, wenn du dir dies hier ein wenig ansehen und mir sagen wolltest, ob es taugt. Der Student, dem das Glück stets lächelte, dachte bei sich, ist es nicht, wie ich vorhin sagte, dass mich alle gern haben? Hier kommt nun dieser Sonderling, der sich nicht hat überwinden können, seine Arbeit irgendjemand zu zeigen und bittet mich, sie zu beurteilen. Er versprach, die Handschrift so schnell wie möglich zu lesen und der andere legte das Buch auf den Schreibtisch neben ihn. Du musst gut Acht darauf geben, sagte er, ich habe fünf Jahre daran gearbeitet und wenn es abhanden käme, kann ich es nicht noch einmal machen. Solange es bei mir ist, wird ihm nichts zustoßen, sagte der Student und dann ging der andere. Der Student nahm das dicke Buch zur Hand. Ich möchte doch wissen, was der Stadt Uppsala, das klingt ja gar nicht übel. Nun liebte dieser Student Uppsala über alle anderen Städte und er war neugierig zu lesen, was der alte Student über die Stadt geschrieben hatte. Wenn ich mir die Sache recht überlege, kann ich seine Geschichte ebenso gut jetzt gleich lesen, murmelte er. Es hat ja doch keinen Zweck hier noch im letzten Augenblick zu sitzen und zu Büffeln, deswegen geht es auch nicht besser, wenn man zum Professor kommt. Der Student las und erhob die Augen nicht von den Blättern, bis er zum letzten gekommen war. Als er geendet hatte, war er sehr vergnügt. Das muss ich sagen, dies ist ja eine ganz kolossale Gelehrsamkeit, sagte er. Wenn dies Buch erscheint, ist sein Glück gemacht. Wie ich mich darauf freue, ihm zu erzählen, wie gut sein Buch ist. Er sammelte alle die losen Blätter zusammen, aus denen die Handschrift bestand, und legte sie auf dem Tisch zurecht. Während er damit beschäftigt war, hörte er die Uhr schlagen. Nun wird es wohl Zeit, dass ich zum Professor gehe, sagte er, und beeilte sich, seinen schwarzen Anzug zu holen, der in einer Kammer oben auf dem Boden hing. Aber wie es so oft zu gehen pflegt, wenn man es eilig hat, waren Schloss und Schlüssel neckisch, und es wehrte eine geraume Zeit, bis er zurück kam. Als er in die Tür kam, stieß er einen Schrei aus. In der Eile hatte er die Tür offen stehen lassen, als er ging, und das Fenster, an dem der Schreibtisch stand, war auch offen, es war Zug entstanden, und nun sah der Student die losen Blätter der Handschrift zum Fenster hinauswirbeln. Mit einem Satz war er am Schreibtisch und legte die Hand auf die Papiere, aber da waren nicht mehr viele zu retten, nur zehn oder zwölf Blätter lagen noch da, all das andere tanzte mit dem Wind über Höfe und Dächer hin. Der Student lehnte sich zum Fenster hinaus und sah den Papieren nach. Auf dem Dach vor dem Mansarden Fenster saß ein schwarzer Vogel und sah ihn mit höhnischer Überlegenheit an. Ist das nicht ein Rabe? dachte der Student. Man sagt ja, Raben Unglück verkünden. Er sah, dass noch einige von den Papieren rings umher auf den Dächern lagen und er hätte sicher einen Teil der Verlorenen retten können, wenn Dingen an seine eigenen Angelegenheiten denken müsse. Es handelt sich ja um eine ganze Zukunft, dachte er. Er kleidete sich schnell an und ging zum Professor. Während der ganzen Zeit beschäftigten sich seine Gedanken mit der verlorenen Handschrift. Das ist eine schlimme Geschichte, dachte er. Es war geradezu ein Unglück, dass ich es so eilig hatte. Der Professor begann mit dem Überhören, aber der Student konnte seine Gedanken nicht von der Handschrift losreißen. Was sagte doch der arme Bursche, dachte er. Sagte er nicht, dass er fünf Jahre an dem Buch gearbeitet habe und nicht die Kraft besitze, es noch einmal zu schreiben? Ich weiß nicht, woher ich den Mut nehmen soll, um ihm zu erzählen, dass sie weg ist. Er war so von dem Geschehenen in Anspruch genommen und so unglücklich darüber, dass er seine Gedanken nicht zu sammeln vermochte. Alle seine Kenntnisse waren wie weggeblasen. Er hörte nicht, wonach ihn der Professor fragte und ahnte nicht, was er selbst antwortete. Der Professor war ganz entsetzt über eine solche Unwissenheit und konnte nicht anders als ihn durchfallen lassen. Als der Student wieder auf die Straße hinaus kam, war er sehr unglücklich. Jetzt habe ich meine Anstellung verscherzt, dachte er, und daran ist der alte Bursche schuld. Warum musste er auch gerade heute mit seiner Handschrift kommen? Aber so geht es, wenn man gefällig ist. Im selben Augenblick sah der Student den, an den er eben gedacht hatte, auf sich zukommen. Er wollte ihm nicht erzählen, dass die Handschrift verloren war, ehe er den Versuch gemacht hatte, sie wieder zu erlangen, deswegen machte er Miene, an ihm vorüber zu gehen, ohne etwas zu sagen. Aber der andere ging da so bekümmert und unruhig und dachte an nichts weiter, als was der Student über sein Buch sagen werde. Und als er ihn mit einem unfreundlichen Nicken vorübereilen sah, wurde er grenzenlos bange. Er packte den Studenten beim Arm und fragte, ob er schon ein wenig in dem Buch gelesen habe. Ich bin zum Tentamen gewesen, sagte der Student und wollte schnell weitergehen, aber der andere glaubte, dass er ihn meiden wolle, um ihm nicht sagen zu müssen, dass ihm das Buch nicht gefalle. Er hatte ein Gefühl, als wenn ihm das Herz brechen solle, bei dem Gedanken, dass das Werk, an dem er fünf Jahre lang gearbeitet hatte, nichts taugte, und in seinem großen Schmerz sagte er zu dem Studenten, vergiss nicht, was ich dir gesagt habe, wenn das Buch nichts taugt, will ich es nicht mehr sehen, lies es so schnell du kannst und sage mir, was du darüber denkst, taugt es aber nicht, so kannst du es gern verbrennen, dann will ich es nicht mehr sehen. Er ging schnell seiner Wege. Der Student sah ihm nach, als wolle er ihn zurück rufen, besann sich aber und ging nach Hause. Dort beeilte er sich, seine Werktagskleider anzuziehen und lief dann hinaus, um nach der Handschrift zu suchen. Er suchte in den Straßen, auf den Plätzen und in den Anlagen. Er ging in die Höfe, ja, er wanderte sogar ganz aufs Land hinaus, aber so hungrig, dass er Verlangen nach Mittagessen empfand. Aber da, wo er zu Mittag zu essen pflegte, traf er den alten Studenten wieder, der ihm gleich entgegen kam, um etwas über das Buch zu hören. Ich komme heute Abend zu dir, um mit dir zu reden, sagte der Student ziemlich abweisend. Er wollte nicht eingestehen, dass die Arbeit weg war, ehe er ganz sicher war, dass sie nicht wieder zu finden sei. Der andere wurde ganz blass. Vergiss nur ja nicht, dass du es vernichten sollst, wenn es nicht taugt, sagte er und ging seiner Wege und war nun ganz sicher, dass das Buch dem Studenten nicht gefallen habe. Der Student eilte wieder in die Stadt hinaus und suchte unermüdlich, bis es dunkel wurde, ohne aber das geringste zu finden. Auf dem Heimwege begegnete er ein paar Kameraden. Wo hast du dich herumgetrieben, da du nicht zum Frühlingsfest gekommen bist? Ach, ist heute Frühlingsfest gewesen? sagte der Student. Das hatte ich ganz vergessen. Während er da stand und mit den Kameraden sprach, kam ein junges Mädchen, das er gern hatte, vorüber. Sie sah ihn nicht an, sondern sprach mit einem anderen Studenten, dem sie unendlich freundlich zulächelte. Da entsann sich der Student, dass er sie gebeten hatte, zum Frühlingsfest zu kommen, damit er sie dort treffen könne, und nun war er selber nicht gekommen. Was musste sie doch von ihm denken? Er fühlte einen Stich in seinem Herzen und wollte ihr nacheilen, aber da sagte der eine von seinen Freunden, mit Steenberg, dem ewigen Studenten steht es offenbar sehr schlecht, er ist heute Abend krank geworden. Es ist doch wohl nichts gefährliches, sagte der Student schnell. Es ist etwas mit dem Herzen. Es war ein schlimmer Anfall, den er hatte, und der kann sich jeden Augenblick wiederholen. Der Doktor meint, dass er irgendeinen Kummer hat, der ihn bedrückt. Es kann nur besser werden, wenn dieser Kummer von ihm genommen wird. Kurz darauf trat der Student in das Zimmer des ewigen Studenten. Er lag bleich und matt in seinem Bett und war noch kaum wieder bei Besinnung nach dem schlimmen Anfall. Ich komme, um mit dir über dein Buch zu reden, sagte der Student. Es ist eine vorzügliche Arbeit, kann ich dir sagen. Ich habe selten etwas so Gutes gelesen. Der ewige Student richtete sich im Bett Warum warst du denn heute Nachmittag so sonderbar? Ich war schlechter Laune, weil ich durchs Zentamen gefallen bin. Ich ahnte nicht, dass du dir so viel aus meiner Meinung machst. Ich habe so viel Freude von deinem Buch gehabt. Der Kranke sah ihn forschend an und es wurde ihm mehr und mehr klar, dass ihm der Student etwas verbergen wollte. Das sagst du nur, weil du ausgezeichnete Arbeit, das versichere ich dich. Hast du sie wirklich nicht vernichtet, wie ich dich bat? Ich bin doch nicht verrückt. So hole sie, zeige mir, dass du sie nicht vernichtet hast, dann will ich dir glauben, sagte der Kranke und sank in die Kissen zurück. Er war so schwach und matt, dass der Student glaubte, der Anfall werde sich wiederholen. Es war ein fürchterlicher Augenblick für den Studenten. Er nahm die Hände des Kranken zwischen die Seinen, erzählte ihm, dass seine Handschrift zum Fenster hinausgeweht sei und sagte, wie unglücklich er den ganzen Tag gewesen war, weil er ihm einen so großen Schaden zugefügt hatte. Als er schwieg, nahm der Kranke seine Hand und streichelte sie. Du bist gut gegen mich, wirklich gut, gib dir aber keine Mühe, Geschichten zu erfinden, um mich zu schonen. Ich verstehe ja, dass du getan hast, wie ich dir sagte, du hast die Handschrift verbrannt, weil sie nichts taugte, und du willst es nun nicht eingestehen. Du glaubst, ich könnte das nicht ertragen. Der Student versicherte ihm hoch und heilig, dass er die Wahrheit rede, der andere aber beharrte bei seiner Ansicht Er wurde immer elender und der Student sah sich schließlich gezwungen fortzugehen, um seinen Zustand nicht noch zu verschlimmern. Als er zu Hause anlangte, befiel ihn eine solche Schwermut und Müdigkeit, dass er sich kaum aufrechthalten konnte. Er machte Tee und ging dann zu Bett. Während er die Decke über sich zog, dachte er daran, wie glücklich er am Morgen gewesen war. Jetzt konnte er ja ertragen. Das Schlimmste ist, dass ich nie im Leben werde vergessen können, dass ich einen Menschen ins Unglück gebracht habe, sagte er. Er glaubte, dass er in dieser Nacht kein Auge werde schließen können, aber wunderbarerweise schlief er ein, sobald er den Kopf auf das Kissen gelegt hatte. Er hatte nicht einmal Zeit gehabt, die Lampe auszulöschen, die auf dem Nachttisch neben seinem Bett brannte. Das Frühlingsfest Nun aber wollte es der Zufall, dass, als der Student sich schlafen legte, ein kleiner Bursche mit gelber Lederhose, grüner Weste und weißer Zipfelmütze auf dem Dach vor seinem Mansardenfenster stand und dachte, wenn er anstelle dessen wäre, der jetzt da drinnen in seinem Bett lag, so würde er sehr glücklich sein. Dass Nils Holgersson, der noch vor ein paar Stunden in einem Büschel gelber Sumpfdotterblumen am Ekelsund weggelegen und gefaulenzt hatte, sich jetzt in Uppsala befand, daran war der Rabe Bataki schuld, er hatte Nils zu dem Abenteuer verlockt. Der Junge selber hatte es sich am allerwenigsten träumen lassen. Er lag in dem Blumenbüschel und starrte zum Himmel empor, als er Bataki oben zwischen den davonziehenden Wolken fliegen sah. Der Junge wollte sich am liebsten vor ihm verstecken, aber Bataki hatte ihn schon gesehen und einen Augenblick später stand er mitten zwischen den Dotterblumen und sprach so, als seien er und der Junge die besten Freunde von der Welt. So finster und feierlich Bataki auch aussah, Nils konnte doch merken, dass er einen Schelm im Auge hatte. Er hatte ein Gefühl, als wenn der Rabe gekommen sei, um sich lustig über ihn zu machen und er hatte beschlossen, sich an nichts zu kehren, was er auch zu ihm sagen werde. Der Rabe begann nun damit zu sagen, er fände, er schulde Däumling einen Ersatz dafür, dass er ihm nicht erzählen könne, wo das Bruderteil war und deswegen sei er nun gekommen, um ihm ein anderes Geheimnis anzuvertrauen. Bataki wisse nämlich, wie jemand, der so verwandelt worden war, wie er wieder zu Menschen werden könne. Der Rabe hatte ganz fest geglaubt, dass der Junge sofort anbeißen würde, wenn er ihm einen solchen Köder auswarf. Stattdessen aber antwortete Nils sehr abweisend, dass er wisse, er könne wieder Mensch werden, wenn er den weißen Gänserich erst glücklich nach Lapland hinauf und dann noch nach schonen zurückbringen könne. Du weißt, es ist keine Kleinigkeit, einen Gänserich glücklich durch das Land zu bringen, sagte Bataki. Es könnte nicht schaden, wenn du noch einen anderen Ausweg wüsstest, für den Fall, dass dir dies misslingen sollte. Machst du dir aber nichts daraus, es zu wissen, so werde ich schon meinen Mund halten. Und dann antwortete der Junge, er habe nichts dagegen, dass ihm Bataki das Geheimnis erzähle. Das will ich auch tun, sagte Bataki, aber erst im rechten Augenblick. Setz dich auf meinen Rücken und gehe mit mir auf eine Reise, dann wollen wir sehen, ob sich nicht eine passende Gelegenheit bietet. Da wurde der Junge wieder bedenklich, sagst wohl nicht dich mir an zu vertrauen, sagte der Rabe. Nils konnte es aber nicht ertragen zu hören, dass es irgendetwas geben sollte, wovor er bange war, und im nächsten Augenblick saß er auf dem Rücken des Raben. Dann flog der Rabe mit ihm nach Uppsala. Auf einem Dach setzte er ihn ab, bat ihn sich umzusehen und fragte ihn dann, was er wohl glaube, wer in dieser Stadt regiere. Der Junge sah über die Stadt hinaus. Sie war ziemlich groß und lag entzückend mitten in einer großen, gut bebauten Ebene. Da waren viele Häuser, die ansehnlich und vornehm aussahen und oben auf einem Hügel lag ein stattlich gebautes Schloss mit zwei schweren Türmen. Da wohnen vielleicht der König und seine Mannen? fragte er. Das ist gar nicht übel erraten, antwortete der Rabe. In alten Zeiten hat der König hier seinen Sitz gehabt, aber nun ist es vorbei mit der Herrlichkeit. Der Junge sah sich noch einmal um und da bemerkte er vor allen Dingen den großen Dom, der in der Abendsonne da lag, mit seinen drei hohen glitzernden Türmen, seinen stattlichen Portalen und den Bischof mit seinen Geistlichen? fragte er. Das ist gar nicht übel erraten, sagte Bataki. Hier haben einst mal Erzbischöfe gewohnt, die so mächtig waren wie Könige und noch heutigen Tages wohnt hier ein Erzbischof, aber der regiert hier jetzt nicht. Dann weiß ich nicht, was ich raten soll, sagte der Junge. Die Gelehrsamkeit wohnt und regiert hier in der Stadt, sagte der Rabe, und die großen Gebäude, die du überall siehst, sind ihr und ihren Leuten zu Ehren errichtet. Das wollte Nils kaum glauben. Komm du nur mit, dann wirst du schon sehen, sagte der Rabe und sie flogen hin und besahen die großen Häuser. An verschiedenen Stellen standen die Fenster offen. Der Junge konnte hier und da zeigte ihm die große Bibliothek, die vom Keller bis zum Boden voller Bücher war. Er führte ihn nach dem stolzen Universitätsgebäude und zeigte ihm die prächtigen Vorlesungssäle. Er flog an dem alten Gebäude vorüber, das Gustavianum heißt, und durch die Fenster sah der Junge ausgestopfte Tiere. Sie flogen über die großen Treibhäuser mit den vielen fremdländischen Pflanzen und sie guckten auf das Observatorium hinab, wo das große Fernrohr zum Himmel hinaufgerichtet stand. Sie schwebten auch an vielen Fenstern vorüber und sahen alte Herren mit einer Brille auf der Nase. Die saßen und schrieben oder lasen in Zimmern, deren Wände ganz mit Büchern bedeckt waren, und sie flogen an Mansardenstübchen vorüber, wo die Studenten, solange sie waren, auf ihren Sofas lagen und über dicken Büchern schwitzten. Schließlich ließ sich der Rabe auf einem Dach nieder. Kannst du nun sehen, dass das, was ich sagte, wahr ist? Die Gelehrsamkeit herrscht hier in der Stadt. Und der Junge musste einräumen, dass er Recht hatte. Wäre ich nicht ein Rabe, fuhr Bataki fort, sondern ein Mensch, so wie du, so würde ich mich hier niederlassen. Ich würde Tag aus, Tag ein in einer solchen Stube voller Bücher sitzen und alles lernen, was darin steht. Hättest du nicht auch Lust dazu? Nein, ich glaube, ich möchte lieber mit den Wildgänsen reisen, antwortete der Junge. Möchtest du nicht einer von denen werden, die Krankheiten heilen können? fragte der Rabe. Ach ja, vielleicht. Möchtest du nicht einer von denen werden, die alles wissen, was sich in der Welt zugetragen hat, die alle Sprachen sprechen und sagen können, was für Bahnen Sonne und Mond und Sterne am Himmel beschreiben? sagte der Rabe. Freilich, das könnte ganz erbaulich sein. Hättest du nicht Lust, den Unterschied von Gut und Böse, Recht und Unrecht kennenzulernen? Das könnte ja ganz nützlich sein, sagte der Junge, das habe ich oft bemerkt. Und hättest du nicht Lust zu studieren und geistlicher zu werden und daheim in der Kirche zu predigen? Vater und Mutter würden sich schrecklich freuen, wenn ich es so weit brächte, antwortete der Junge. Auf die Weise machte der Rabe Nils begreiflich, dass die Menschen, die in Uppsala wohnen und studieren konnten, glücklich seien, aber bisher hatte Däumling noch nicht gewünscht, einer von ihnen zu sein. Dann das alljährlich in Uppsala gefeiert wurde, gerade an diesem Abend stattfand. Es hatte eigentlich am 1. Mai stattfinden sollen, aber da goss es in Strömen vom Himmel herab und das Fest war auf einen anderen Tag verschoben. Und so ging es zu, dass Nils Holgersohn die Studenten zu sehen bekam, als sie nach dem Botanischen Garten hinauszogen, wo das Fest gefeiert werden sollte. Sie kamen in einem großen breiten Zug daher mit weißen Mützen auf dem Kopf und die ganze Straße war wie ein dunkler Fluss voll weißer Wasserrosen. Vor dem Zuge her wurden weiße goldgestickte Fahnen getragen und während des ganzen Marsches sangen sie Frühlingslieder. Nils hatte die Empfindung als Sängen sie nicht selbst, als begleitet der Gesang sie über ihren Köpfen hinschwebend. Ihm war es als Sänge nicht die Studenten zu Ehren des Frühlings, sondern als Sitze der Frühling irgendwo verborgen und singe den Studenten etwas vor. Er hatte nie eine Ahnung davon gehabt, dass Menschengesang so klingen könne. Es war wie ein Sausen in Tannen Wipfeln, wie Klang von Stahl, wie der Gesang wilder Schwäne am Strande. Als die Studenten in den Garten kamen, wo die Rasenplätze mit dem ersten feinen hellgrünen Gras bedeckt waren und die Blätter der Bäume im Begriff standen, die Knospen zu sprengen, stellten sie sich vor einer Rednertribüne auf, die ein alter Mann bestieg, um eine Ansprache an sie zu halten. Die Rednertribüne war auf der Treppe vor den großen Treibhäusern errichtet und der Rabe setzte den Jungen auf das hörte. Der alte Mann auf der Rednertribüne sagte, das Beste im Leben sei, jung zu sein und seine Jugendjahre in Uppsala zu verbringen. Er sprach von der guten, friedlichen Arbeit bei den Büchern und der reichen, lichten Jugendfreude, die nirgend so genossen werden könne, wie in dem großen Kameradenkreis. Das mache die Arbeit so vergnüglich, ließe die Sorgen so leicht vergessen, mache die Hoffnung so licht. Der Junge saß da und sah auf die Studenten herab, die in einem Halbkreis um die Rednertribüne standen und ihm ging das Verständnis dafür auf, dass es nichts Schöneres gäbe, als zu diesem Kreis zu gehören. Das war ein Glück und eine große Ehre. Jeder Einzelne wurde zu etwas mehr, als er sonst gewesen sein würde, wenn er zu einer solchen Schar wieder gesungen und auf den Gesang folgten von neuem Reden. Der Junge hatte nie eine Ahnung oder einen Begriff davon gehabt, dass man Worte so zusammensetzen konnte, dass sie Macht erhielten zu rühren und erfreuen und begeistern, so wie diese. Nils hatte hauptsächlich die Studenten angesehen, aber er bemerkte doch, dass sie nicht die Einzigen im Garten waren. Da waren auch junge wie viele andere Leute, aber es erging ihnen wie dem Jungen, es schien, als seien sie nur gekommen, um die Studenten zu sehen. Hin und wieder entstand eine Pause zwischen den Reden und dem Gesang und da zerstreute sich die Schar über den ganzen Garten. Bald aber stand ein neuer Redner auf der Tribüne und sogleich scharrten sich die Zuhörer wieder um ihn. Und so ging es weiter bis die Nacht hereinbrach. Als das Ganze vorbei war, atmete der Junge tief auf und rieb seine Augen, als erwache er aus dem Schlaf. Er war in einem Lande gewesen, das er noch nie besucht hatte. Alle diese Menschen, die sich des Lebens freuten und der Zukunft siegesstolz entgegensahen, verbreiteten Heiterkeit und Freude um sich wie einen Ansteckungsstoff und der Junge war ebenso wie sie im Reich der Freude gewesen. Aber als die Töne des letzten Liedes hinstarben, fühlte der Junge wie trübselig sein eigenes Leben war und er konnte sich nach dem eben Erlebten kaum überwinden, zu seinen Reisekameraden zurückzukehren. Der Rabe hatte neben dem Jungen gesessen und nun flüsterte er ihm ins Ohr Jetzt will ich dir erzählen, Däumling, wie du wieder Mensch werden kannst. Du musst warten, bis du jemand triffst, der dir sagt, dass er gern an deiner Stelle sein und mit den Wildgänsen reisen wolle. Dann musst du den Augenblick ergreifen und zu ihm sagen Und nun lehrte Bataki den Jungen einige Wörter, die so kräftig und gefährlich waren, dass man sie nicht laut sagen, sondern nur flüstern konnte, bis die Zeit kam, wo man sie allen Ernstes gebrauchen sollte. Ja, mehr gehört nicht dazu, dass du wieder Mensch werden kannst, sagte Bataki schließlich. Nein, das will ich schon glauben, entgegnete der Junge, denn ich treffe natürlich niemals jemand, der sich an meine Stelle wünschen würde. Ach, das ist doch nicht so unmöglich, meinte der Rabe, und dann flog er mit dem Jungen in die Stadt und setzte ihn vor einem Mansarden Fenster auf das Dach. In der Stube brannte eine Lampe, das Fenster war nur angelehnt, und Nils stand lange da und dachte, wie glücklich der Student sein müsse, der da drinnen lag und schlief. Die Probe Der Student fuhr aus dem Schlaf auf und sah, dass die Lampe auf dem Nachttisch stand und brannte. Ach, da habe ich löschen, dachte er und richtete sich auf dem Ellbogen auf, um sie herunter zu schrauben. Ehe er sie aber noch ausgelöscht hatte, gewahrte er, dass sich auf dem Schreibtisch etwas bewegte. Die Stube war ganz klein. Es war nicht weit von dem Bett bis zum Tisch und er konnte deutlich alle die Bücher, Papiere, Schreibsachen und Fotografien sehen, die den Tisch bedeckten. Den Spirituskocher und das Teebrett hatte er ebenfalls stehen lassen und die sah er auch. Das Merkwürdigste aber war, dass er ebenso deutlich wie all das andere einen kleinen Knirps sah, der über die Butterdose gebeugt stand und im Begriff war, sich ein Butterbrot zu streichen. Der Student hatte an diesem Tage so viel erlebt, dass er fast gleichgültig dagegen war, was ihm begegnete. Er war weder verwundert noch bange, fand es hereingekommen und sich einen Bissen Brot holte. Er legte sich hin, ohne die Lampe auszulöschen und lag mit halb geschlossenen Augen da und sah dem Kleinen zu. Der hatte sich jetzt auf einen Briefbeschwerer gesetzt und saß da so seelenvergnügt und hat sich an den Überresten von dem Abendbrot des Studenten zugute. Man konnte sehr wohl merken, dass er die Mahlzeit so sehr wie möglich in die Länge zog. Er saß mit gen Himmel erhobenen Augen da und schmatzte zwischen jedem mundvoll mit der Zunge. Die trockenen Brotscheiben und die alte Käserinde waren offenbar ein seltener Leckerbissen für ihn. Der Student wollte ihn nicht stören, solange er aß. Als es aber schien, als könne er nicht mehr, redete er ihn an. Hallo du, sagte er, was für einer bist denn du? Der Junge zuckte zusammen und lief nach dem Fenster, als er aber sah, dass der Student ruhig in seinem Bett liegen blieb und ihm nicht nachlief, hielt er inne. Ich bin Nils Holgersson aus Wester Wämmenhög, sagte er, und ich bin ein Mensch so wie du, aber ich bin in einen Kobold verwandelt und seit der Zeit reise ich mit den Wildgänsen herum. Das und begann Nils zu fragen und auszuforschen, bis er Bescheid über fast alles erhalten hatte, was der Junge, seit er von Hause wegreiste, erlebt hatte. Du hast es weiß Gott gut, sagte der Student, wer an deiner Stelle wäre und alle Sorgen hinter sich lassen könne. Der Rabe stand draußen vor dem Fenster und als der Student diese Worte sagte, klopfte er mit dem Schnabel an die Fensterscheibe. Der Junge verstand wohl, dass er ihn daran erinnern wollte, die Gelegenheit zu benutzen, falls der Student das rechte Wort sagen sollte. Du brauchst mir nicht einzubilden, dass du mit mir tauschen würdest, sagte der Junge. Wer Student ist, kann sich doch nichts Besseres wünschen. Dasselbe dachte ich noch heute morgen, als ich erwachte, sagte der Student, aber du sollst nur wissen, was mir heute zugestoßen ist. Für mich ist alles aus. Es wäre wirklich das Beste für mich, wenn ich mit den Wildgänsen auf- und davon gehen könnte. Wieder hörte Nils Bataki gegen die Fensterscheibe klopfen. Ihm selber wurde ganz schwindelig und er bekam Herzklopfen, denn es sah ja fast so aus, als wolle der Student die richtigen Worte sagen. Ich habe dir erzählt, wie es mit mir steht, sagte er zu dem Studenten. Erzähle du mir nun, wie es mit dir steht. Und der Student schien froh zu sein, dass er jemand hatte, dem er sich anvertrauen konnte, und er erzählte ganz ehrlich, was ihm heute begegnet war. Das andere ist schließlich einerlei, sagte der Student, als er geendet hatte. Was ich aber nicht ertragen kann, Maraden ins Unglück gestürzt habe. Es wäre viel besser für mich, wenn ich in deinen Kleidern steckte und mit den Wildgänsen herumreiste. Bataki klopfte eifrig an die Fensterscheibe, aber der Junge saß lange still und stumm da und starrte vor sich nieder. Warte ein wenig, du sollst gleich von mir hören, sagte er mit leiser Stimme zu dem Studenten und dann ging er zögernden Schrittes über den Schreibtisch und zum Fenster hinaus. Gerade als er da auf das Dach hinauskam, ging die Sonne auf und Uppsala lag da, gebadet im Licht der Morgenröte. Es blinkte und blitzte von allen Zinnen und Türmen und wieder musste der Junge sich sagen, dass dies eine wahre Stadt der Freude sei. Was hattest du nur einmal, sagte der Rabe, jetzt hast du die Gelegenheit ein Mensch zu werden verpasst. Ich habe keine Lust mit dem Studenten zu tauschen, sagte der Junge, ich würde ja nur Unannehmlichkeiten wegen der weggewehten Papiere bekommen. Um die Papiere brauchst du dich nicht zu beunruhigen, sagte der Rabe, die kann ich zur Stelle schaffen. Ich zweifle nicht daran, dass du das kannst, sagte der Junge, aber ich bin nicht sicher, dass du es tun wirst, die Sache muss ich erst im Reinen haben. Bataki entgegnete kein Wort. Er breitete nur seine Flügel aus, flog davon und kam mit einigen Papierblättern zurück. So flog er nun eine ganze Weile hin und her, so fleißig wie eine Schwalbe, ein Stück Papier nach dem anderen. So, nun glaube ich fest, dass du es alles beisammen hast, sagte er schließlich und setzte sich ganz atemlos auf das Fensterbrett. Hab vielen Dank, sagte der Junge, nun gehe ich zu dem Studenten hinein und rede mit ihm. Im selben Augenblick warf Bataki einen Blick in das Zimmer und sah den Studenten dastehen und die Papiere glätten und ordnen. Du bist doch das größte Rindvieh, das mir jemals vorgekommen ist, fuhr Bataki auf den Jungen ein. Hast du dem Studenten die Handschrift gegeben, dann kannst du dir den Weg zu ihm hinein sparen, jetzt wird er nie im Leben wieder sagen, dass er gerne an deiner Stelle sein möchte. Der Junge stand auch da und starrte den Studenten an. Dann wandte er sich an den Raben. Ich verstehe sehr wohl, Bataki, dass du mich auf die Probe stellen wolltest, sagte er. Du glaubtest wohl, dass, wenn ich selbst es nur gut haben könnte, ich den Gänserich Martin auf dieser beschwerlichen Reise sich selbst überlassen würde. Aber als der Student seine Geschichte erzählte, musste ich daran denken, wie hässlich es sei, einen Kameraden im Stich zu Bataki kraute sich mit dem Fuß im Nacken und sah fast verlegen aus. Er wusste nichts hierauf zu erwidern, sondern flog mit dem Jungen zurück geradewegs zu den Gänsen. Kapitel 35 Daunenfein Die Stadt, die auf dem Wasser schwimmt Freitag, 6. Mai Niemand konnte sanfter und süßer sein als die kleine graue Gans Daunenfein. Alle die wilden Gänse hatten sie lieb und der weiße Gänserich hätte gern sein Leben für sie gelassen. Wenn Daunenfein um etwas bat, konnte nicht einmal Ackernein sagen. Sobald Daunenfein an den Mälarsee kam, erkannte sie die Gegend wieder. Da draußen lag das Meer mit den vielen Scheren und da wohnten ihre Eltern und Geschwister auf einer kleinen Insel. Sie bat die Wildgänse mit nach ihrem Heim zu fliegen, ehe sie weiter nordwärts reisten, damit sie ihrer Familie zeigen könne, dass sie noch am Leben sei. Das würde eine so große Freude für sie sein. Acker sagte ganz offen, sie fände Daunenfeins Eltern und Geschwister seien keineswegs liebevoll gewesen, damals, als sie sie auf Öland zurück ließen, aber darin wollte ihnen Daunenfein nicht recht geben. Was sollten sie wohl anderes tun, als sie sahen, dass ich nicht fliegen konnte, sagte sie, sie konnten doch meinetwegen nicht auf Öland zurück bleiben. Um die Wildgänse zu bewegen, die Reise zu machen, begann Daunenfein von ihrem Heim draußen in den Scheren zu erzählen. Es war eine Felseninsel. Wenn man sie in der Ferne sah, konnte sie aussehen, als sei da nichts weiter als Steine. Kam man aber hin, so entdeckte man das schönste Gras in Schluchten und Felsspalten. Und nach besseren Brutplätzen als die in den Fels Schluchten oder zwischen den Weidebüschen dort konnte man lange suchen. Daunenfein hatte gehört, dass er in seinen jungen Tagen ein eifriger Jäger gewesen war, der immer draußen zwischen den Scheren lag und Vögel schoss. Aber jetzt in seinem Alter, wo seine Frau tot war und die Kinder die Heimat verlassen hatten, so dass er alleine im Nest zurückgeblieben war, hatte er angefangen, die Vögel draußen auf seiner Schere zu beschützen. Er gab nie einen Schuss auf sie ab und erlaubte auch nicht, dass andere es taten. Er ging von einem Vogelnest zum anderen und wenn die Weibchen brüteten, holte er ihnen Futter. Niemand war bange vor ihm. Daunenfein war gar manches Mal in seiner Hütte gewesen und mit Brotkrumen gefüttert worden. Weil nun aber der Fischer so gut gegen die Vögel war, zogen sie dorthin, so konnte es vorkommen, dass alle Brutplätze besetzt waren. Deswegen hatten Daunenfeins Eltern und Geschwister von ihr fortreisen müssen. Daunenfein bettelte so lange, bis sie ihren Willen bekam, obwohl die Wildgänse sehr wussten, dass sie sich verspätet hatten und lieber geradewegs gen Norden reisen sollten. Aber so einen Ausflug nach den Scheren brauchte die Reise ja nur, um einen einzigen Tag zu verzögern. Sie brachen eines Morgens auf, nachdem sie sich mit einer guten Mahlzeit gestärkt hatten und flogen gen Osten über den Mählar. Der Junge war sich nicht klar darüber, wohin sie nun kamen, aber er beobachtete, dass je weiter sie nach Osten kamen, es umso lebhafter auf dem See wurde und die Küste umso dichter bebaut war. Schwer beladene Präme und Schuten, Boote und Fischkutter waren auf dem Wege gen Osten und eine Menge schöner weißer Dampfer kamen ihnen entgegen oder fuhren an ihnen vorüber. Drinnen am Land liefen alle Landstraßen und Eisenbahnschienen demselben Ziel zu. Da draußen im Osten musste irgendein Ort sein, dem sie alle jetzt in der frühen Morgenstunde zustrebten. Auf einer der Inseln sah der Junge ein großes weißes Schloss und ein wenig östlich davor begannen Villen die Ufer zu bedecken. Zu Anfang lagen längere Zwischenräume zwischen den einzelnen Häusern, nach und nach aber wurden sie dichter und schließlich stand da am ganzen Ufer entlang eine Villa neben der anderen. Es waren Gebäude allerlei Art. Hier lag ein Schloss und da eine Hütte. Hier erhob sich ein langer Herrenhof und dort eine Villa mit vielen kleinen Türmen. Einige waren von Gärten umgeben, die meisten aber lagen ohne Gärten in dem Laubwald, der das Ufer umgrenzte. Aber wie verschieden sie auch waren, etwas war ihnen allen eigen. Sie waren nicht einfach und ernsthaft und alltäglich wie andere Häuser, sondern mit schönen, starken Farben, grün und blau und weiß und rot gemalt wie Puppenhäuser. Der Junge saß da und sah hinab auf die lustigen Villen am See, als Daunenfein einen Schrei ausstieß. Jetzt weiß ich, wo wir sind, dort liegt die Stadt, die auf dem Wasser schwimmt. Da sah Nils hinaus, konnte aber anfänglich nichts sehen, als helle Dächer und Dämpfe, die über dem Wasser wogten. Bald aber konnte er hohe Türme unterscheiden und hier und da ein Haus mit vielen Fenstern. Sie tauchten auf und verschwanden wieder, während die Nebel hierhin und dahin trieben. Aber er sah keinen Strand, es schien alles auf dem Wasser zu ruhen. Als sich der Junge der Stadt näherte, sah er die lustigen Puppenhäuser drinnen am Lande nicht mehr. Stattdessen waren die Ufer mit russigen Fabrikgebäuden bedeckt. Hinter und Holzstapel aus und an schwarzen schmutzigen Brücken lagen schwerfällige Frachtdampfer. Über das Ganze aber breiteten sich die schimmernden durchsichtigen Dächer aus und sie bewirkten das alles so groß und gewaltig und fremd aussah dass es fast schön wurde. Die Wildgänse flogen an Fabriken und Frachtdampfern vorüber und näherten sich den nebelumhüllten Türmen. Da sanken plötzlich alle Dächer bis zum Wasser hinab mit Ausnahme von einigen leichten dünnen fein Rosen Farbenen die über ihren Köpfen schwebten. Die anderen lagen da und wogten über Land und Wasser. Sie verbargen vollständig den Grundwall der Häuser und die unteren Teile während man die obersten Stockwerke die Dächer Türme Giebel und Frontispize deutlich sehen konnte. Einige Häuser erschienen dadurch so hoch dass man an den Turm von Babel denken musste. Der Junge konnte ja begreifen dass sie auf Hügeln und Höhenzügen erbaut waren aber die sah er nicht er sah nur die Gebäude die über den Dächern schwebten die Dächer waren schimmernd weiß und die Häuser lagen schwarz und finster da denn die Sonne stand im Osten und beschien sie nicht Nils begriff dass er über eine große Stadt dahin schwebte denn überall sah er Dächer und Türme aus dem Nebel aufragen zu weilen entstand eine Öffnung in den wogenden Nebeln und er sah hinab in einen rinnenden brausenden Strom konnte aber nirgends Land erblicken es war alles schön zu sehen doch fühlte er sich fast beklemmt wie dies der Fall ist wenn man Dingen begegnet die man nicht versteht sobald er die Stadt hinter sich hatte war die Erde nicht mehr von Nebeln verhüllt man konnte wieder deutlich den Strand das Wasser und die Inseln unterscheiden da wandte er sich um in der Hoffnung die Stadt jetzt besser sehen zu können aber das gelang ihm nicht sie sah jetzt nur noch verzauberter aus der Sonnenschein färbte die Dächer so dass sie ganz fein Rosenfarben blau und gelb dahin schwebten die Häuser waren so weiß als seien sie aus Licht gebaut während Fenster und Türme wie Feuer Loten und alles floss auf dem Wasser zusammen so wie vorhin die Wildgänse flogen geradewegs gen Osten Anfang sah es fast so aus wie Amelar zuerst flogen sie über Fabriken und Werkstätten dann sah man eine ganze Weile keine Villen am Ufer es wimmelte von Dampfern und Segelschiffen aber jetzt kamen sie aus dem Osten und gingen nach Westen in die Stadt hinein sie flogen weiter und statt der schmalen Mählar Buchten und der kleinen Inseln breiteten sich eine weitere Wasserfläche und größere Inseln unter ihnen aus das Festland wich zurück bald war es nicht mehr zu sehen der Pflanzenwuchs wurde spärlicher die Laubbäume seltener die Föhren gewannen die Übermacht die Villen hörten ganz auf und statt ihrer sah man Bauerhäuser und Fischerhütten sie flogen noch weiter und jetzt waren da keine von den großen bewohnten Inseln mehr nur eine Unendlichkeit von kleinen Scheren waren über das Wasser ausgestreut das Land dämmte keine Buchten mehr ein groß und unbegrenzt lag das Meer vor ihnen Hier draußen ließen sich die Wildgänse auf einer Felsinsel nieder und als sie festen Boden unter den Füßen hatten wandte sich der Junge an Daunenfein Was für eine große Stadt war es über die wir dahin flogen fragte er Ich weiß nicht wie sie bei den Menschen heißt sagte Daunenfein Wir Graugänse nennen sie die Stadt die auf dem Wasser schwimmt Daunenfein hatte zwei Schwestern Flügelschön und Goldauge Es waren starke und kluge Vögel aber ihr Federkleid war nicht so weich und glänzend wie Daunenfeins und ihr Sinn war nicht so sanft und milde Schon als sie noch kleine gelbe Gössel waren hatten Eltern und Verwandte ja sogar der alte Fischer sie deutlich fühlen lassen dass sie Daunenfein lieber hatten als sie und deswegen hatten die beiden die Schwester immer gehasst Als die Wildgänse auf der Schere landeten weideten Flügelschön und Goldauge auf einem kleinen grünen Fleck in der Nähe des Strandes sie erblickten die Ankömmlinge sofort Siehst du die prächtigen Wildgänse die sich hier auf der Insel niederlassen Schwester Goldauge fragte Flügelschön Selten habe ich Vögel mit einer so stolzen Haltung gesehen und sieh nur sie haben einen weißen Gänserich unter sich sahst du je einen so schönen Vogel man sollte fast glauben es sei ein Schwan Gold Das kann sie doch unmöglich sein. Wie sollte sie in Verbindung mit solchen Leuten kommen? Wir haben sie doch dem Hungertode auf Öland überlassen. Das Schlimmste ist, dass sie uns sicher bei Vater und Mutter verklatschen und erzählen wird, dass wir sie so gestoßen haben, bis ihr Flügel aus dem Gelenk aussetzte, sagte Goldauge. Du sollst sehen, die Sache endet damit, dass wir von der Schere vertrieben werden. Ja, es kommt nichts weiter als Verdruss dabei heraus, dass diese verhätschelte Göre heimkehrt, sagte Flügelschön. Ich glaube, es wird das Klügste sein, wenn wir so tun, als seien wir ungeheuer erfreut, dass sie zurückgekommen ist. Sie ist so dumm, am Ende hat sie gar nicht einmal gemerkt, dass wir sie absichtlich gestoßen haben. Während Flügelschön und Goldauge so sprachen, standen die Wildgänse unten am Strande und ordneten ihre Federn nach der Reise. Dann wanderten sie in einer langen Reihe die Felsklippen hinauf, bis an die Schlucht, wo, wie Daunenfein wusste, ihre Eltern zu wohnen pflegten. Daunenfeins Eltern waren vorzügliche Leute. Sie hatten länger auf der Insel gewohnt als alle die anderen, und sie pflegten allen neuen Bewohnern mit Rat und Hilfe beizustehen. Auch sie hatten die wilden Gänse kommen sehen, doch hatten sie Daunenfein nicht in der Schar erkannt. Es ist doch sonderbar, wilde Gänse hier auf unserer Schere an Land gehen zu sehen, sagte der graue Gänserich. Es ist eine prächtige Schar, das kann man gleich am Fluge sehen, aber es wird nicht leicht sein, einen Brutplatz für so viele zu finden. Bis jetzt ist es hier doch noch nicht so überfüllt, dass wir nicht alle die Kommen aufnehmen könnten, sagte seine Frau. Sie war sanft und milde von Gemüt, so wie Daunenfein. Als Acker dahergegangen kam, gingen Daunenfeins Eltern ihr entgegen und wollten sie gerade auf der Insel willkommen heißen, als Daunenfein von ihrem Platz ganz hinten im Zuge aufflog und sich mitten zwischen den Eltern niederließ. Vater, Mutter, ich bin es ja, kennt ihr den Daunenfein nicht mehr? rief sie. Anfänglich wollten die Alten ihren eigenen Augen kaum trauen, Aber dann erkannten sie die Tochter und waren natürlich unendlich erfreut. Während die Wildgänse und der Gänserich Martin und Daunenfein durcheinander schnatterten, um zu erzählen, wie Daunenfein gerettet wurde, kamen Flügelschön und Goldauge gelaufen. Schon von Weitem riefen sie willkommen und stellten sich so erfreut, Daunenfein wiederzusehen, dass diese ganz gerührt wurde. Die wilden Gänse fühlten sich wohl auf der Insel und es wurde beschlossen, dass sie erst am nächsten Morgen weiterreisen sollten. Bald nach ihrer Ankunft fragten die Schwestern Daunenfein, ob sie nicht Lust habe, mitzukommen und zu sehen, wo sie ihre Nester bauen wollten. Sie ging sogleich mit und sah, dass sie gute, geschützte Brutplätze gewählt hatten. Wo willst du dich denn jetzt niederlassen, Daunenfein? fragten sie. Ich? erwiderte Daunenfein. Ich habe gar nicht die Absicht, mich hier auf der Schere niederzulassen. Ich fliege mit den Wildgänsen nach Lapland. Das ist doch traurig, dass du uns verlassen willst, sagten die Schwestern. Ich würde gern bei euch und den Eltern bleiben, entgegnete Daunenfein. Aber ich versprach dem großen Weißen... Was? rief Flügelschön. Sollst du den schönen Gänserich haben? Das ist doch... Aber Goldauge gab ihr eifrige Winke und sie sagte nichts mehr. Den ganzen Vormittag steckten die bösen Schwestern die Köpfe zusammen. Sie waren ganz außer Sicht darüber, dass Daunenfein einen so feinen Freier hatte. Sie hatten selbst Freier, aber das waren nur ganz gewöhnliche graue Gänse. Und jetzt, wo sie den Gänserich Martin gesehen hatten, fanden sie ihre Freier so hässlich und gewöhnlich, dass sie nichts mehr von ihnen wissen wollten. Ich glaube, ich ärgere mich noch tot, sagte Goldauge. Wärest du es wenigstens noch gewesen, die ihn haben soll, Schwester Flügelschön? Ich wollte, er wäre tot, dann brauchten wir doch nicht den ganzen Sommer daran zu denken, dass Daunenfein einen weißen Gänserich bekommen hat, sagte Flügelschön. Die Schwestern setzten aber ihr freundliches Benehmen gegen Daunenfein fort und am Nachmittag nahm Goldauge sie mit, damit sie den sehen sollte, mit dem die Schwester sich zu verheiraten gedachte. Er ist nicht so schön wie der, den du haben sollst, sagte Goldauge, dafür aber kann man sicher sein, dass er der ist, der er ist. Was meinst du damit, Goldauge? fragte Daunenfein. Goldauge wollte anfänglich nicht mit der Sprache heraus, schließlich aber entfuhr es ihr, dass Flügelschön und sie darüber geredet hätten, ob es mit dem weißen Gänserich wohl seine Richtigkeit habe. Wir haben noch nie gesehen, dass eine weiße Gans mit den Wildgänsen fliegt, sagte die Schwester, und wir haben gedacht, ob er wohl verhext ist. Seid ihr verrückt? Er ist ja ein zahmer Gänserich, sagte Daunenfein gekränkt. Er hat einen bei sich, der verhext ist, da kann er ebenso gut selbst verhext sein. Bist du nicht bange, dass er am Ende eine schwarze Scharbe ist? Sie verlieh ihren Worten den nötigen Nachdruck und machte die arme Daunenfein ganz ängstlich. Du weißt ja gar nicht, was du sagst, entgegnete die kleine graue Gans. Du willst mich nur bange machen. Ich will dein bestes Daunenfein, sagte Goldauge. Ich kann mir nichts Schlimmeres denken, als dich mit einer schwarzen Scharbe wegfliegen zu sehen. Aber nun will ich dir etwas sagen. Versuche ihn dazu zu bringen, dass er einige von den Wurzeln frisst, die ich hier gesammelt habe. Ist er verhext, so wird sich das sofort zeigen. Ist er es nicht, so bleibt er, was er ist. Nils Holgersson saß mitten zwischen den Gänsen und lauschte Ackers und des alten Gänserichs Unterhaltung, als Daunenfein geflogen kam. Däumling, Däumling, rief sie. Martin liegt im Sterben und ich habe ihn getötet. Lass mich auf deinem Rücken sitzen, Daunenfein, und bringe mich zu ihm, rief der Junge. Sie flogen davon, und Acker und die Wildgänse folgten ihnen. Als sie zu dem Gänserich kamen, lag der an der Erde. Er konnte nichts sagen, er schnappte nur nach Luft. Kitzle ihn unter der Kehle und klopfe ihn auf den Rücken, sagte Acker. Das tat der Junge, und im selben Augenblick hustete der große Weiße eine lange Wurzel heraus, die sich ihm im Halse festgesetzt hatte. Hast du davon gefressen? fragte Acker und zeigte auf einige Wurzeln, die an der Erde lagen. Ja, antwortete der Gänserich. Dann ist es ein Glück, dass sie dir im Halse stecken blieben, sagte Acker. Sie sind giftig. Hättest du sie heruntergeschluckt, so wärst du unfehlbar gestorben. Daunenfein hat mich gebeten, sie zu essen, sagte der Gänserich. Ich habe sie von meiner Schwester bekommen, entgegnete Daunenfein und erzählte das Ganze. Du musst dich vor deinen Schwestern in Acht nehmen, Daunenfein, warnte Acker, denn sie haben es sicher nicht gut mit dir im Sinne. Daunenfeins Gemüt war aber so beschaffen, dass sie niemand etwas Böses zutrauen konnte, und als Flügelschön nach einer Weile kam und ihr ihren Liebsten zeigen wollte, ging sie sogleich mit. Ja, er ist nicht so schön wie der, den du bekommst, aber viel tapferer und verwegener. Woher weißt du das? fragte Daunenfein. Hier ist in letzter Zeit großer Jammer unter den Möwen und Enten auf der Schere gewesen, denn jeden Morgen bei Tagesgrauen kommt ein fremder Raubvogel und holt sich eine von ihnen. Was für ein Vogel ist das? fragte Daunenfein. Das wissen wir nicht, sagte die Schwester. Wir haben nie einen seiner Art hier auf der Schere gesehen, und das Merkwürdigste ist, dass er nie eine von uns Gänsen anfällt. Aber nun hat mein Liebster sich vorgenommen, morgen mit ihm zu kämpfen und ihn zu vertreiben. Möchte es ihm doch gelingen, sagte Daunenfein. Ich bin bange, dass die Sache nicht gut abläuft, entgegnete die Schwester. Wäre mein Gänserich nur so groß und stark wie der deine, so könnte ich doch etwas Hoffnung haben. Möchtest du gern, dass ich den Gänserich Martin bitte, gegen den fremden Vogel zu gehen? fragte Daunenfein. Ja, das möchte ich allerdings gern, sagte Flügel schön. Einen größeren Gefallen könntest du mir nicht erweisen. Am nächsten Morgen war der Gänserich vor der Sonne wach, stellte sich oben auf die höchste Spitze der Schere und spähte nach allen Seiten. Bald sah er einen großen, dunklen Vogel von Westen herkommen. Die Flügel waren unendlich lang und es gehörte nicht viel dazu, um zu begreifen, dass es ein Adler war. Der Gänserich war auf keinen gefährlicheren Feind als auf eine Eule gefasst gewesen und nun sah er ein, dass er wohl kaum mit dem Leben davon kommen würde. Aber es fiel ihm auch nicht einen Augenblick ein, dass es ein Unding war, sich auf einen Kampf mit einem Vogel einzulassen, der so viel stärker war als er. Der Adler schoss auf eine Möwe nieder und schlug die Fänge in sie. Ehe er wieder aufsteigen konnte, kam der Gänserich Martin gefahren. Lass sie los, rief er, und komm nie wieder hierher, sonst kriegst du es mit mir zu tun. Was für ein Tollkopf bist denn du, fragte der Adler. Ein Glück für dich, dass es nicht meine Gewohnheit ist, mit Gänsen zu kämpfen, sonst würde es bald aus sein mit dir. Der Gänserich Martin glaubte, dass sich der Adler zu gut halte, um mit ihm zu kämpfen, und fuhr auf ihn ein, biss ihn in die Kehle und schlug ihn mit den Flügeln. Darin konnte sich der Adler natürlich nicht finden, er schlug wieder, doch nicht mit voller Kraft. Der Junge lag und schlief an derselben Stelle wie Acker und die Wildgänse, als er daunenfein rufen hörte, Däumling, Däumling, der Gänserich Martin ist kurz davor, von einem Adler zerrissen zu werden. Lass mich auf deinem Rücken sitzen, daunenfein, und bringe mich zu ihm, sagte der Junge. Als er zur Stelle kam, war der Gänserich Martin blutig und übel zugerichtet, aber noch in vollem Kampf. Der Junge konnte nicht mit dem Adler kämpfen, und da war nichts weiter zu machen, als bessere Hilfe zu schaffen. »Auf und davon, daunenfein!« rief er. »Hole Mutter Acker und die Wildgänse!« In demselben Augenblick, als er das sagte, hielt der Adler auf zu kämpfen. »Wer spricht da von Acker?«, fragte er, und als er nun Däumling erblickte und die Wildgänse gackern hörte, hob er die Schwingen. »Sage Acker, ich hätte nicht gedacht, Sie oder irgendjemand von Ihrer Schar hier draußen auf dem Meere zu treffen,«, sagte er und entschwand in schönem und schnellem Flug. »Das war ja der Adler, der mich einmal zu den Wildgänsen zurücktrug,« sagte der Junge und sah ihm verwundert nach. Die Wildgänse hatten die Absicht, rechtzeitig von der Schere fortzuziehen, vorher aber wollten sie doch ein wenig weiden. Während sie umhergingen und fraßen, kam eine Bergente zu Daunenfein heran. »Ich soll von deinen Schwestern grüßen,« sagte sie. »Sie wagen nicht, sich unter den Wildgänsen sehen zu lassen, aber sie baten mich, dich daran zu erinnern, dass du die Schere nicht verlassen dürftest, ehe du den alten Fischer besucht hast.« »Das ist ja wahr,« sagte Daunenfein, »aber sie war so bange geworden, dass sie nicht alleine dahingehen wagte.« Sie bat den Gänserich und Däumling, sie nach der Hütte zu begleiten. Dort stand die Tür offen. Daunenfein ging hinein, während die beiden anderen draußen blieben. Gleich darauf hörten sie Acker das Signal zum Aufbruch geben und sie riefen Daunenfein. Die Graugans kam aus der Hütte heraus und flog mit den Wildgänsen von der Klippe fort. Sie waren ein gutes Stück in die Scheren hinausgekommen, als Nils verwundert die Graugans betrachtete, die mit ihnen gekommen war. Daunenfein flog sonst so leicht und lautlos, diese aber arbeitete sich mit schwerem, brausendem Flügelschlag vorwärts. »Kehre um, Acker,« rief er sofort. »Da ist eine Fremde in der Schar, wir haben Flügelschön mitbekommen.« Kaum hatte er das gesagt, als die Graugans einen so hässlichen und wütenden Schrei ausstieß, dass niemand daran zweifeln konnte, wer sie war. Acker und die anderen wandten sich nach ihr um, sie aber floh nicht sofort. Stattdessen stürzte sie sich auf den großen Weißen los, packte Däumling und flog mit ihm im Schnabel davon. Nun folgte eine hitzige Jagd über den Scheren. Flügelschön flog schnell, aber die Wildgänse waren ihr hart auf den Fersen und sie hatte nicht die geringste Aussicht zu entkommen. Plötzlich sahen sie einen feinen weißen Rauch unten vom Meer aufsteigen und der Knall eines Schusses ertönte. In ihrem Eifer hatten sie nicht bemerkt, dass sie gerade über einem Boot waren, in dem ein Fischer saß. Niemand wurde jedoch von dem Schuss getroffen, aber gerade mitten über dem Boot öffnete Flügelschön den Schnabel und ließ Däumling ins Wasser fallen. Kapitel 36 Stockholm Sonnabend, 7. Mai Vor einigen Jahren wohnte auf der Schanze in dem großen Park bei Stockholm, wo man so viele merkwürdige Dinge gesammelt hat, ein altes Männchen namens Clement Larsson. Er stammte aus Helsingland und war nach der Schanze gekommen, um Volkstänze und andere alte Melodien auf seiner Violine zu spielen. Als Spielmann trat er hauptsächlich des Nachmittags auf, am Vormittag hatte er in der Regel die Aufsicht in einem der kleinen Bauerhäuser, die aus allen Teilen des Landes nach der Schanze geschafft sind. Zu Anfang fand Clement, dass er in seinen alten Tagen besser gestellt sei, als er es sich jemals hätte träumen lassen, aber nach einiger Zeit fing er an, sich entsetzlich zu langweilen, namentlich, wenn er die Aufsicht führen sollte. Es ging allenfalls an, wenn Leute kamen, um das Haus anzusehen, aber es konnte geschehen, dass Clement viele Stunden ganz allein da saß. Dann befiel ihn ein solches Heimweh, dass er fürchtete, er werde sich gezwungen sehen, seine Stellung aufzugeben. Er war aber sehr arm und wusste, dass er daheim ins Armenhaus kommen würde, daher suchte er so lange wie möglich auszuhalten, obwohl er mit jedem Tage, der verging, unglücklicher wurde. Eines schönen Nachmittags in den ersten Maientagen hatte Clement einige Stunden frei und war auf dem Wege, der über einen steilen Hügel von der Schanze abwärts führt, als er einem Scherenfischer begegnete, der einen Kasten auf dem Rücken trug. Es war ein junger, rüstiger Mann, der nach der Schanze zu kommen pflegte, um Seevögel feil zu bieten, die er lebendig gefangen hatte, und Clement hatte schon oft mit ihm geplaudert. Der Fischer hielt Clement an, um zu fragen, ob der Vorsteher auf der Schanze zu Hause sei, und als Clement hierauf geantwortet hatte, fragte er seinerseits, was denn der Fischer in seinem Kasten habe. Du darfst sehen, was ich habe, sagte der Fischer, wenn du mir dafür einen guten Rat geben und mir sagen willst, was ich für meinen Fang fordern kann. Er reichte Clement den Kasten. Der guckte erst einmal hinein und dann noch einmal und zog sich darauf schleunigst ein paar Schritte zurück. Was in aller Welt ist denn das, Asbjörn? fragte er. Wo hast du den gekapert? Er musste daran denken, dass ihm seine Mutter, als er noch klein war, von den Männlein erzählt hatte, die unter dem Estrich der Scheune wohnten. Er durfte nicht weinen und nicht unartig sein, denn dann wurden die Männlein böse. Als er erwachsen war, glaubte er, die Mutter habe dies mit den Männlein ersonnen, um ihn in Schock zu halten. Das war also nicht der Fall gewesen, denn dort in Asbjörns Kasten lag so ein Männlein. Es war etwas von der Angst des Kindes bei Clement zurückgeblieben und es lief ihm kalt den Rücken hinab, sobald er ihn in den Kasten sah. Asbjörn merkte, dass er bange war und fing an zu lachen, Clement aber nahm die Sache sehr ernst. Erzähle mir doch, wo du ihn gefunden hast, Asbjörn, sagte er. Ich habe ihm nicht aufgelauert, sagte Asbjörn. Er ist zu mir gekommen. Ich fuhr heute Morgen in aller Frühe hinaus und nahm meine Flinte mit ins Boot. Kaum war ich auf offener See, als ich einige Wildgänse erblickte, die mit lautem Geschrei von Osten kamen. Ich sandte ihnen einen Schuss nach, traf aber keine. Stattdessen stürzte dieser kleine Kerl herab und fiel so dicht bei dem Boot ins Wasser, dass ich nur die Hand auszustrecken brauchte, um ihn zu fangen. Du hast ihn doch nicht verletzt, Asbjörn. Nicht die Spur, er ist munter und gesund. Aber gleich nachdem er angeflogen kam, war er nicht bei Besinnung und das benutzte ich, um ihm Hände und Füße mit einem Stück Bindfaden zusammenzubinden, damit er mir nicht entfliehen sollte. Denn ich dachte mir ja gleich, dass es etwas für die Schanze sein würde. Während der Fischer erzählte, wurde Klement merkwürdig unruhig. Alles, was er in seiner Kindheit von den Männlein gehört hatte, von ihrer Rachsucht gegen Feinde und ihrer Güte gegen Freunde, fiel ihm wieder ein. Wer einen von ihnen gefangen hatte, dem war es nie im Leben gut ergangen. Du hättest ihm sofort seine Freiheit schenken sollen, Asbjörn, sagte er. Fast hätte ich ihn wirklich wieder laufen lassen müssen, sagte der Fischer. Denn denk nur, Klement, die Wildgänse verfolgten mich bis nach Hause und den ganzen Morgen flogen sie über der Schere hin und her und schrien, als verlangten sie, dass ich ihn zurückgeben sollte. Und nicht genug damit. Auch das ganze Vogelvolk draußen bei uns, Möwen und Seeschwalben und alle die anderen, die keinen ehrlichen Schuss pulverwert sind, kamen und ließen sich auf der Schere nieder und machten einen fürchterlichen Spektakel. Und sobald ich aus dem Hause ging, umflatterten sie mich, sodass ich wieder umkehren musste. Meine Frau bat mich, ihn laufen zu lassen, aber ich hatte es mir in den Kopf gesetzt, dass er hierher nach der Schanze sollte. Und da stellte ich denn eine von den Puppen der Kinder ins Fenster, versteckte den Kleinen ganz unten im Kasten und machte mich auf den Weg. Und die Vögel glaubten offenbar, dass er da am Fenster stünde, denn sie ließen mich gehen, ohne mich zu verfolgen. Sagt er denn gar nichts? fragte Klement. Ja, zuerst versuchte er den Vögeln etwas zuzurufen, aber davon wollte ich nichts wissen, da hab ich ihm einen Knebel in den Mund gesteckt. Aber Aspjörn, sagte Klement, wie kannst du nur so gegen ihn handeln? Begreifst du denn nicht, dass er etwas Übernatürliches ist? Ich weiß nicht, welcher Art er ist. Das auszutüfteln, überlasse ich anderen. Ich bin zufrieden, wenn ich nur gut für ihn bezahlt bekomme. Sag du mir jetzt, Klement, was, meinst du, wird mir der Doktor auf der Schanze für ihn geben? Klement besann sich lange, ehe er antwortete. Aber es hatte ihn eine so sonderbare Unruhe um des kleinen Willen befallen. Es war ganz, als stünde seine Mutter neben ihm und sagte, er müsse immer gut gegen die Männlein sein. Ich weiß nicht, was es dem Doktor da oben belieben mag, dir zu bezahlen, Aspjörn, sagte er. Aber wenn du ihn mir lassen willst, so will ich dir 20 Kronen dafür bezahlen. Als der Spielmann die große Summe nannte, sah Aspjörn ihn mit grenzenlosem Staunen an. Er dachte, Klement glaube, dass der Kleine eine heimliche Macht besitze und ihm von Nutzen sein könne. Er war keineswegs sicher, dass der Doktor eine so hohe Meinung von seinem Fang haben und ihm einen so hohen Preis dafür bezahlen werde. Und so nahm er den Clemens anerbieten an. Der Spielmann steckte seinen Kauf in eine seiner geräumigen Taschen, gärte nach der Schanze zurück und ging in eine der Sennhütten, wo weder Besuch noch Aufsicht war. Er zog die Tür hinter sich zu, nahm den Kleinen heraus und legte ihn vorsichtig auf eine Bank. Der war noch an Händen und Füßen gebunden und sein Mund war zugestopft. Höre jetzt, was ich sage, begann Klement. Ich weiß sehr wohl, dass Leute deiner Art nicht gern von Menschen gesehen werden, sondern lieber still umhergehen und die Dinge auf eigene Hand ordnen mögen. Darum habe ich gedacht, dir deine Freiheit zu geben, jedoch nur unter der Bedingung, dass du hier im Park bleibst, bis ich dir erlaube, von hier fortzugehen. Gehst du darauf ein, so nicke dreimal mit dem Kopf. Klement sah den Kleinen erwartungsvoll an, der aber rührte sich nicht. Du sollst es schon gut haben, sagte Klement. Ich will dir jeden Tag Essen hinstellen und ich glaube, du wirst hier viel zu tun bekommen, sodass dir die Zeit nicht lang wird. Aber du darfst nirgends hinreisen, ehe ich dir die Erlaubnis dazu gebe. Wir können ein Zeichen verabreden. Solange ich dir Essen in einer weißen Schale hinsetze, sollst du hierbleiben. Stelle ich dir aber eine blaue Schale hin, so darfst du reisen. Wieder schwieg Klement und er wartete, dass der Kleine sein Zeichen geben sollte. Der aber rührte sich nicht. Ja, sagte Klement, dann bleibt mir wohl nichts weiter übrig, als dich dem Herrn hier zu zeigen und dann wirst du in einen Glasschrank gesetzt und alle Menschen in ganz Stockholm kommen, um dich zu sehen. Dies schien den Kleinen jedoch zu erschrecken und kaum hatte Klement ausgeredet, als er das Zeichen gab. Das ist recht, sagte Klement, nahm sein Messer und durchschnitt die Schnur, mit der die Hände des Kleinen gebunden waren. Dann ging er schnell auf die Tür zu. Der Junge löste das Band um seine Knöchel und nahm den Knebel aus dem Munde, ehe er an etwas anderes dachte. Als er sich dann nach Klement Larsson umwandte, um ihm zu danken, war der schon verschwunden. Klement war kaum zur Tür hinausgekommen, als er einem schönen und vornehmen alten Herrn begegnete, der sich offenbar auf dem Wege nach einem herrlichen Aussichtspunkt dort in der Nähe befand. Klement konnte sich nicht entsinnen, den vornehmen alten Herrn schon früher gesehen zu haben, der aber hatte Klement offenbar einmal bemerkt, als er Violine spielte, denn er hielt ihn an und ließ sich auf ein Gespräch mit ihm ein. »Guten Tag, Klement«, sagte er, »wie geht es dir? Du bist doch nicht krank? Ich finde, du bist in letzter Zeit so mager geworden.« Der alte Herr hatte etwas so unbeschreiblich Freundliches, dass Klement mutfasste und ihm erzählte, wie sehr er unter dem Heimweh leide. »Aber hör einmal«, sagte der vornehme Herr, »du sehnst dich nach Hause, wenn du in Stockholm bist? Das kann doch nicht möglich sein.« Und der vornehme alte Herr sah beinahe beleidigt aus. Aber dann mochte ihm wohl einfallen, dass der, zu dem er sprach, nur ein unwissender, alter Bauersmann aus Helsingland war, und da wurde er wieder so wie vorher. »Du hast wohl noch nie gehört, wie Stockholm entstanden ist, Klement. Wüsstest du das, so würdest du verstehen, dass es nur eine Einbildung von dir ist, wenn du dich von hier weg sehnst. Komme mit mir nach der Bank da, dann will ich dir ein wenig von Stockholm erzählen.« Als der vornehme alte Mann sich auf die Bank gesetzt hatte, sah er erst eine Weile auf Stockholm hinab, das in all seiner Pracht unter ihm ausgebreitet lag, und dann atmete er tief auf, als wolle er die ganze Schönheit der Stadt einatmen. Darauf wandte er sich an den Spielmann. »Sieh einmal, Klement«, sagte er, und während er sprach, zeichnete er in dem Kiesgang zu ihren Füßen eine kleine Karte. »Hier liegt Upland, und hier schiebt es nach Süden zu eine Landzunge vor, in die eine Menge Buchten einschneiden. Und hier kommt Sörmland mit einer anderen Landzunge, die ebenso eingeschnitten ist und schnurgerade nach Norden geht. Und hier kommt ein See von Westen her, der ist voller Inseln, das ist der Mählar. Und hier kommt von Osten her ein anderes Gewässer, das vor lauter Inseln und Scheren kaum weiterkommen kann, das ist die Ostsee. Und hier, Klement, wo Upland sich mit Sörmland begegnet und der Mählarsee mit der Ostsee zusammentrifft, läuft ein kleiner Fluss, der heißt Nordström, und mitten im Nordström liegen drei Werder. Anfangs waren diese Werder nichts weiter als gewöhnliche Werder mit ein paar Bäumen darauf, von der Art, wie sie noch heute zahlreich im Mählar liegen, und sie lagen lange Zeit ganz unbewohnt da. Eine gute Lage hatten sie ja freilich, da sie mitten zwischen zwei Gewässern und zwei Landschaften lagen, aber das beachtete niemand. Ein Jahr nach dem anderen ging dahin. Die Leute siedelten sich auf den Mählar-Inseln und draußen in den Scheren an, aber die drei Werder im Strom bekamen keine Einwohner. Ausnahmsweise konnte es wohl einmal geschehen, dass ein Schiffer bei einem von ihnen anlegte und sein Zelt für die Nacht dort aufschlug. Niemand aber blieb dauernd dort. Es war schon spät im Sommer und das Wetter war noch schön, obwohl die Abende bereits anfingen dunkel zu werden. Der Fischer zog sein Boot an Land, legte sich daneben, den Kopf auf einem Stein und schlief ein. Als er erwachte, war der Mond schon lange aufgegangen. Er stand gerade über seinem Kopf und leuchtete gar prächtig, sodass es fast ganz hell war. Der Mann fuhr in die Höhe und wollte eben das Boot ins Wasser schieben, als er eine Menge schwarzer Punkte sich draußen auf dem Meer bewegen sah. Es war eine große Schar Seehunde, die in voller Fahrt auf den Werder zukamen. Als der Fischer sah, dass die Seehunde scheinbar an Land kriechen wollten, duckte er sich nieder, um nach seinem Spieß zu suchen, den er immer im Boot bei sich hatte. Als er sich aber wieder aufrichtete, waren keine Seehunde mehr zu sehen. Statt ihrer standen am Ufer des Sees die schönsten jungen Mädchen in schleppenden, grünen, seidenen Gewändern und mit Perlenkränzen im Haar. Da begriff der Fischer, dass es Meerjungfrauen waren, die auf den öden Scheren weit draußen im Meer wohnten und die nun Seehundkleider angelegt hatten, um an Land zu schwimmen und sich im Mondschein auf den grünen Werdern zu belustigen. Ganz leise legte er den Spieß wieder hin und als die Meerjungfrauen auf den Werder hinaufkamen, um zu spielen, schlich er hinten drein und betrachtete sie. Er hatte gehört, dass die Meerjungfrauen so schön und anmutig sein sollten, dass niemand sie sehen könne, ohne von ihrer Schönheit bezaubert zu sein und er musste zugeben, dass dies keine Übertreibung war. Als er ihrem Tanz unter den Bäumen eine Weile zugesehen hatte, ging er an den Strand hinab, nahm eines der Seehundkleider, die dort lagen, und versteckte es unter einem Stein. Dann kehrte er nach seinem Boot zurück, legte sich daneben und stellte sich schlafend. Bald darauf sah er die Meerjungfrauen an den Strand hinabkommen, um die Seehundkleider anzuziehen. Anfangs war alles Spiel und Fröhlichkeit, bald aber verwandelte es sich in Jammer und Klagen, weil eine von ihnen ihr Gewand nicht finden konnte. Sie liefen alle am Ufer hin und her und halfen ihr suchen, keine aber fand es. Während sie so liefen und suchten, sahen sie, dass der Himmel hell wurde und dass der Tag nahe war. Da schien es, als könnten sie nicht länger bleiben. Sie schwammen alle davon, bis auf diejenige, die kein Seehundkleid hatte. Die blieb am Strande sitzen und weinte. Der Fischer hatte ja freilich großes Mitleid mit ihr, aber er zwang sich, ruhig liegen zu bleiben, bis es heller Tag geworden war. Da stand er auf und schob das Boot in die See hinaus, und als er die Ruder schon erhoben hatte, tat er so, als erblicke er sie ganz zufällig. Sie stürzte auf ihn zu und fragte, ob er nicht ihr Seehundkleid gesehen habe. Der Fischer aber tat so, als verstehe er nicht einmal, wonach sie ihn fragte. Da setzte sie sich wieder hin und weinte, aber nun schlug er ihr vor, zu ihm in sein Boot zu kommen. Komm mit nach Hause in meine Hütte, sagte er, dann kann meine Mutter sich deiner annehmen. Du kannst doch nicht hier auf dem Werder sitzen bleiben, wo du weder ein Bett noch einen Bissen Essen bekommen kannst. Und er sprach so gut, dass sie sich überreden ließ, zu ihm in das Boot zu kommen. Der Fischer wie auch seine Mutter waren unbeschreiblich gut gegen die arme Meerjungfrau und sie schien sich sehr wohl bei ihnen zu befinden. Mit jedem Tage wurde sie fröhlicher. Sie half der Alten bei der Arbeit und war ganz so wie ein Fischermädchen, nur dass sie viel schöner war als alle die anderen. Eines Tages fragte der Fischer sie, ob sie seine Frau werden wolle und dagegen hatte sie nichts einzuwenden. Sie sagte sogleich ja. Da rüstete man zur Hochzeit und als die Meerjungfrau als Braut geschmückt werden sollte, zog sie ihr grünes, seidenes Kleid an und focht den schimmernden Perlenkranz in ihr Haar. So wie sie gekleidet gewesen war, als der Fischer sie zum ersten Mal gesehen hatte. In jenen Zeiten gab es in den Scheren weder Pfarrer noch Kirche. Die Brautleute setzten sich in ein Boot und ruderten auf den Mählar und ließen sich in der ersten Kirche trauen, zu der sie kamen. Der Fischer hatte seine Braut und seine Mutter im Boot und er segelte so gut, dass er allen anderen voraus war. Als er so weit gekommen war, dass er den Werder im Strom sehen konnte, wo er seine Braut gewonnen hatte, die nun so stolz und geschmückt an seiner Seite saß, konnte er sich eines Lachens nicht erwehren. »Worüber lachst du?«, fragte sie. »Ach, ich denke an die Nacht, als ich dein Seehundkleid versteckte,« antwortete der Fischer, denn nun fühlte er sich ihrer so sicher, dass er meinte, er brauche ihr nichts mehr zu verbergen. »Was sagst du da?«, fragte die Braut. »Ich habe doch nie ein Seehundkleid besessen.« Es war, als habe sie alles vergessen. »Weißt du denn nicht mehr, wie du mit den Meerjungfrauen getanzt hast?«, fragte er. »Ich weiß nicht, was du meinst,«, sagte die Braut. »Ich glaube, du hast über Nacht einen wunderlichen Traum gehabt.« »Wenn ich dir nun dein Seehundkleid zeige, wirst du mir dann glauben?«, fragte der Fischer und steuerte im selben Augenblick auf die Insel zu. Sie gingen an Land und sie fanden das Gewand unter dem Stein, wo er es versteckt hatte. Kaum aber sah die Braut das Seehundkleid, als sie es ihm entriss und sich über den Kopf warf. Es umschloss sie, als sei es lebend und sie stürzte sich sofort in den Strom. Der Bräutigam sah sie davon schwimmen. Er sprang ihr nach ins Wasser, konnte sie aber nicht erreichen. Als er sah, dass er sie auf keine andere Weise zurückhalten konnte, griff er in seiner Verzweiflung nach dem Spieß und warf ihn nach ihr. Er traf besser, als er gewollt hatte, denn die arme Seejungfrau stieß einen klagenden Schrei aus und verschwand in der Tiefe. Der Fischer blieb am Strande stehen und wartete darauf, dass sie wieder zum Vorschein kommen würde. Da aber sah er, dass sich ein milder Schein ringsumher über das Wasser verbreitete. Es strahlte in einer Schönheit, wie er nie zuvor etwas Ähnliches gesehen hatte. Es schimmerte und glitzerte rosenrot und weiß, so wie die Farben im Inneren einer Muschel schillern. Als die glitzernden Wellen gegen das Ufer schlugen, war es dem Fischer, als wenn auch die sich veränderten. Sie waren voller Blumen und Duft, ein milder Glanz lag über ihnen, sodass sie eine Schönheit erhielten, wie sie nie zuvor besessen hatten. Und er verstand, woher dies alles kam. Denn mit den Seejungfrauen verhält es sich so, dass wer sie sieht, sie schöner finden muss als alle anderen. Und als sich nun das Blut der Meerjungfrauen mit dem Wasser vermischte und an den Ufern hinaufschlug, ging ihre Schönheit auch auf die Ufer über. Und fortan mussten alle, die sie sahen, sie lieben und sich von Sehnsucht zu ihnen hingezogen fühlen. Als der vornehme alte Herr in seiner Erzählung so weit gekommen war, wandte er sich nach Klement um und sah ihn an. Und Klement nickte ihm ernsthaft zu, sagte aber nichts, um die Erzählung nicht zu unterbrechen. Nun musst du Acht geben, Klement, fuhr der alte Herr fort, und es kam auf einmal ein schelmisches Aufblitzen in seine Augen, dass seit jener Zeit die Leute anfingen, sich auf den Werdern niederzulassen. Zuerst waren es nur Fischer und Bauern, die sich da draußen ansiedelten, aber eines schönen Tages kamen der König und sein Jarl den Strom hinaufgefahren. Sie sprachen sogleich von den drei Werdern und sie machten einander darauf aufmerksam, dass jedes Schiff, das in den Mälersee hineinsegeln wollte, an ihnen vorüberfahren müsse. Und da Jarl sagte, hier müsse man ein Schloss vor das Fahrwasser legen, das man nach Belieben öffnen und schließen könne. Die Handelsschiffe müssten hineingelassen und die Seeräuberflotten ausgeschlossen werden. Und siehst du, daraus wurde ernst, sagte der alte Herr und erhob sich und begann wieder mit seinem Stock im Sand zu zeichnen. Auf der größten von den Inseln hier baute der Jarl eine Burg mit einem großen Wachtturm, der Kernan genannt wurde. Und rings um den Werder baute er Mauern, wie du es hier siehst. Und hier nach Süden zu setzte er ein Tor in die Mauer und einen starken Turm darüber. Er baute Brücken zu den anderen Werdern hinüber und versah auch die mit hohen Türmen. Und draußen im Wasser, rings um all das herum, errichtete er einen Kreis von Pfählen mit Schlagbäumen, die geöffnet und geschlossen werden konnten, sodass keine Schiffe ohne seine Erlaubnis vorübersegeln konnten. Du siehst also, Klement, dass die drei Werder, die hier so lange unbeachtet gelegen haben, sehr bald eine starke Festung wurden. Aber nicht genug damit. Diese Küsten und Sunde ziehen Menschen an und bald kamen von allen Seiten Leute herbei und siedelten sich auf den Werdern an. Um dieser Menschenwillen erbaute der Jarl eine Kirche, die bald den Namen Storkirka erhielt. Sie lag hier, dicht neben der Burg und hier innerhalb der Mauern lagen die kleinen Hütten, die sich die Ansiedler zimmerten. Viel Staat war nicht damit zu machen, aber mehr war zu jener Zeit nicht erforderlich, um als Stadt zu gelten. Und die Stadt wurde Stockholm genannt und so heißt sie noch heutigen Tages. Und dann kam die Zeit, Klement, wo der Jarl nach seiner großen Arbeit zur Ruhe gehen musste und doch sollte es Stockholm nicht an Baumeistern fehlen. Es kamen Mönche ins Land, Schwarze Brüder nannten sie sich und Stockholm zog sie an sich, sodass sie um Erlaubnis warten, sich dort ein Kloster bauen zu dürfen. Es wurde auch auf dem Stadtholm auf der anderen Seite der Storkirka erbaut. Und es kamen andere Mönche, die sich die Grauen Brüder nannten. Auch sie baten um Erlaubnis in Stockholm zu bauen, aber es war wohl kein Platz zu ihrem Kloster auf dem großen Werder. Deswegen wurde es auf einem der Kleineren errichtet, auf dem, der nach dem Mälar hinausliegt und der seit jener Zeit Gramunkeholmen heißt. Der dritte Werder wurde von frommen Brüdern bebaut, die sich Heilige Geistbrüder nannten und sich hauptsächlich mit Krankenpflege beschäftigten. Sie bauten hier ein Krankenhaus und nach ihnen heißt der Werder Helgansholm. Sie, nun waren die drei Werder schon voller Häuser, Klement, aber es strömten noch immer Leute herbei, denn diese Küsten und Sunde sind, wie du weißt, so, dass sie die Menschen anziehen. Da kamen fromme Frauen vom St. Klara-Orden und baten um Baugrund. Ihnen blieb nichts weiter übrig, als sich am nördlichen Ufer anzusiedeln, auf Nörrmalm, wie es hieß. Sie waren sicher nicht übermäßig zufrieden damit, denn über Nörrmalm läuft ein hoher Bergrücken und dort hatte die Stadt ihren Galgenberg, sodass dies eine verachtete Gegend war. Trotzdem bauten die Klara-Schwestern ihre Kirche und ihr großes Klostergebäude an dem Ufer, gerade unter dem Bergrücken. Und als sie sich erst in dieser Gegend niedergelassen hatten, bekamen sie bald Nachahmer. Ein gutes Stück nördlich von der Stadt, oben auf dem Bergrücken selbst, baute man ein Krankenhaus mit einer Kirche, die St. Jürgen geweiht wurde und gerade unterhalb dem Bergrücken wurde eine Kirche für St. Jakob errichtet. Auch auf Södermalm, wo sich die Felsenklippe steil aus dem See erhebt, begann man zu bauen. Dort errichtete man eine Kirche zu Ehren der Jungfrau Maria. Aber du musst nicht glauben, dass nur Klosterleute nach Stockholm zogen, Clement. Da waren auch viele andere. Vor allem waren da eine Menge deutscher Kaufleute und Handwerker. Sie waren tüchtiger als die schwedischen und wurden gut aufgenommen. Sie ließen sich in der Stadt innerhalb der Mauer nieder, rissen die armseligen kleinen Häuser herunter, die schon dort standen, und bauten neue, prächtige, steinerne Häuser. Aber es war nur wenig Platz in den Häusern, sie mussten sie dicht nebeneinander legen, mit den Giebeln nach den schmalen Gassen hinaus. Ja, du siehst, Clement, Stockholm übte eine große Anziehungskraft auf die Menschen aus. Jetzt ward ein anderer Herr sichtbar, der schnell den Gang hinabgegangen kam, gerade auf die beiden zu. Aber der Herr, der mit Clement sprach, winkte mit der Hand und der andere blieb in einiger Entfernung stehen. Der vornehme alte Herr kam wieder nach der Bank und setzte sich neben den Spielmann. Jetzt sollst du mir einen Gefallen tun, Clement, sagte er. Ich habe keine Zeit länger mit dir zu sprechen, aber ich will dafür sorgen, dass dir ein Buch über Stockholm zugeschickt wird, und das sollst du von Anfang bis zu Ende durchlesen. Nun habe ich sozusagen den Grund von Stockholm für dich gelegt, Clement. Studiere nun selbst weiter und mache dich bekannt damit, wie die Stadt gelebt und sich verändert hat. Lies, wie die kleine, enge, mauerumschlossene Stadt auf den Werdern sich ausbreitete und zu diesem großen Häusermeer wurde, das wir hier unter uns sehen. Lies, wie der dunkle Turm Karnan das schöne, helle Schloss hier unten geworden ist, und wie die Kirche der Grauen Mönche die Grabstätte der schwedischen Könige wurde, Lies, wie der eine Werder nach dem anderen sich mit Gebäuden füllte, Lies, wie die Kohlgärten auf Södermalm und Nörrmalm zu Parks oder zu bebauten Stadtvierteln wurden, Lies, wie die Bergrücken abgetragen und die Sunde ausgefüllt wurden, Lies, wie der abgesperrte Tierpark der Könige die liebste Zufluchtsstätte des Volkes wurde. Du musst sich bemühen, vertraut mit Stockholm zu werden, Klement. Diese Stadt ist nicht nur die Stadt der Stockholmer, sie gehört dir und ganz Schweden. Und wenn du dann von Stockholm liest, Klement, so denke daran, dass ich die Wahrheit gesprochen habe und dass die Stadt die Kraft besitzt, alle an sich zu ziehen. Zuerst zog der König hierher, dann bauten die vornehmen Herren ihre Paläste hier. Darauf ward einer nach dem anderen angezogen, so dass Stockholm jetzt, wie du siehst, nicht mehr eine Stadt für sich selbst oder die nähere Umgegend ist, es ist eine Stadt für das ganze Land geworden. Du weißt ja, Klement, dass in jeder Landgemeinde ein Gemeinderat abgehalten wird, in Stockholm aber wird der Reichstag für das ganze Volk abgehalten. Du weißt, dass im ganzen Lande in jeder Harde Richter angestellt sind. In Stockholm aber ist ein Gericht, das über alle die anderen das Urteil spricht. Du weißt, dass überall im Lande Reserven und Truppen sind, in Stockholm aber sitzen die, die den Befehl über das Ganze her haben. Überall im Lande gehen Eisenbahnen, von Stockholm aus wird aber das Ganze geleitet. Hier ist die Oberhoheit für Geistliche, für Ärzte, für Lehrer, für Hartes Vögte und Ortsvorsteher. Hier ist der Mittelpunkt dieses Landes, Klement. Von hier kommt das Geld, das du in deiner Tasche hast. Von hier kommen die Briefmarken, die wir auf unsere Briefe kleben. Von hier kommt für einen jeden Schweden etwas. Und hier haben alle Schweden etwas zu tun. Hier braucht sich niemand fremd zu fühlen und sich nach Hause zu sehnen. Hier sind alle Schweden zu Hause. Und wenn du von alledem liest, was hier in Stockholm vereint ist, Klement, so vergiss nicht das Letzte, was diese Stadt an sich gezogen hat. Da sind diese alten Bauerhäuser auf der Schanze, da sind Spielleute und Märchenerzähler. Alles, was alt und gut ist, hat Stockholm hier nach der Schanze hinauf gezogen, um es zu ehren und damit es draußen im Volke zu ehren kommen soll. Vor allen Dingen aber, Klement, vergiss nicht, dass, wenn du von Stockholm liest, du hier an diesem Platz sitzen musst. Du sollst das muntere, glitzernde Spiel der Wellen und die strahlenden grünen Küsten anschauen. Du musst dafür sorgen, dass du von diesem Zauber erfasst wirst, Klement. Der schöne alte Herr hatte die Stimme erhoben, sodass sie stark und gebieterisch klang und seine Augen blitzten. Nun erhob er sich, machte eine Bewegung mit der Hand und verließ Klement. Und im selben Augenblick wurde es Klement klar, dass es ein sehr vornehmer Herr sein müsse, der mit ihm geredet hatte und er verbeugte sich, so tief er konnte. Am nächsten Tag kam ein königlicher Brief an Klement und in dem Briefe stand, dass das Buch vom König sei. Von diesem Augenblick an war der kleine alte Klement Larsson viele Tage lang ganz aus dem Häuschen und es war fast unmöglich ein vernünftiges Wort aus ihm heraus zu bringen. Als eine Woche vergangen war, ging er zu Dr. Hagelius und kündigte seine Stellung. Er sei gezwungen nach Hause zu reisen. Was hast du da zu suchen? Plagt dich noch immer das Heimweh? fragte der Doktor. Ach nein, sagte Klement, damit hat es jetzt nichts mehr auf sich, aber ich muss trotzdem nach Hause. Klement war sehr mit sich zu Rate gegangen, denn der König hatte gesagt, er solle sich mit Stockholm vertraut machen und suchen, sich dort zurecht zu finden, aber Klement konnte es hatte, dass der König ihm dies gesagt habe. Er konnte nicht anders, er musste daheim auf dem Kirchenhügel stehen und vornehm und gering erzählen, dass der König so gut gegen ihn gewesen sei, dass er auf derselben Bank mit ihm gesessen und ihm ein Buch geschenkt und sich Zeit gelassen habe, mit ihm, einem armen alten Spielmann eine ganze Stunde zu reden, um ihn von seinem Heimweh zu kurieren. Es war etwas Großes, es den Lappen und den Mädchen aus Darlarna hier auf der Schanze zu erzählen, aber das war doch nichts dagegen, es daheim zu erzählen. Wenn Klement auch im armen Hause stranden sollte, so würde das nach diesem nicht so hart sein. Er war jetzt ein ganz anderer Mann als vorher und würde auf ganz andere Weise geachtet und geehrt Klement zu stark. Er musste zum Doktor und ihm sagen, dass er gezwungen sei zu reisen. Kapitel 37 Der Adler Gorgo Im Felsental Hoch oben im lapländischen Gebirge auf einem Felsen Vorsprung, der über eine schroffe Bergwand hinausragte, lag ein alter Adlerhorst. Das Nest bestand aus Tannenzweigen, die schichtenweise quer übereinander gelegt waren. Jahr für Jahr war es erweitert und erhöht worden und lag nun dort auf seinem Felsgesims mehrere Ellen breit und fast so hoch wie eine Lappenhütte. Der Grat, auf dem das Adlernest lag, türmte sich über einem ziemlich hohen Tal auf, das im Sommer von einer Schar Wildgänse bewohnt wurde. Das Tal war ein ausgezeichneter Zufluchtsort für sie. Es lag so gut versteckt zwischen den Bergen, dass nur vereinzelte Leute davon wussten, selbst von den Lappen kamen nur wenige dorthin. Mitten im Tal lag ein kleiner runder See, der reichlich Nahrung für die jungen Gänse lieferte und an den Ufern, die voll von Erderhöhungen waren und an denen niedriges weidige Stripp und verkrüppelte Birken wuchsen, gab es die besten Brutplätze, die sich die Gänse nur wünschen konnten. Seit undenklichen Zeiten hatten Adler dort oben auf dem Felsgrat gewohnt und Wildgänse unten im Tal. Jedes Jahr raubten die Adler einige von den Wildgänsen, sie hüteten sich jedoch so viele zu rauben, dass die Wildgänse aus dem Tal verscheucht worden wären. Die Wildgänse ihrerseits hatten auch keinen geringen Nutzen von den Adlern. Räuber waren sie freilich, aber sie hielten andere Räuber fern. Einige Jahre vor der Zeit, als Nils Holgersson mit den Wildgänsen umherreiste, stand die alte Führer ganz Acker von Knebe Keiße eines Morgens unten in dem Felsental und sah zu dem Adlerhorst hinauf. Die Adler pflegten kurz nach Sonnenuntergang auf die Jagd hinaus zu ziehen und in allen den Sommern die Acker in dem Tal gewohnt hatte, war sie jeden Morgen auf dem Posten gewesen und hatte acht gegeben, ob die Adler im Tale bleiben würden, um dort zu jagen oder ob sie nach anderen Jagdgefilden hinaus flogen. Sie brauchte nicht lange zu warten, bis die beiden stattlichen Vögel die Felsplatte verließen. Schön, schwebten sie in die Luft hinaus. Sie schlugen die Richtung nach dem Flachlande ein und Acker atmete erleichtert auf. Die alte Führerganz war jetzt zu alt, um Eier zu legen und Junge auszubrüten und sie pflegte sich im Sommer die Zeit damit zu vertreiben, dass sie von einem Gänsenest zum anderen ging und Ratschläge in Bezug auf das Ausbrüten und Aufziehen der Jungen erteilte. Sie hielt außerdem Ausguck nach den Adlern wie auch nach den Bergfüchsen, den Eulen und all den anderen Feinden, die möglicherweise den Wildgänsen und ihrer Brut nachstellen konnten. Um die Mittagszeit spähte Acker abermals nach den Adlern aus. Das hatte sie nun alle die Sommer, die sie dort im Tal gewohnt hatte, jeden Tag getan. Sie konnte es ihrem Fluge immer gleich ansehen, ob sie eine gute Jagd gehabt hatten und dann fühlte sie sich in Bezug auf ihr Volk beruhigt. Heute aber sah sie die Adler nicht zurückkehren. Ich muss alt und stumpfsinnig geworden sein, dachte sie, nachdem sie eine Weile gewartet hatte. Jetzt müssen die Adler doch längst nach Hause gekommen sein. Am Nachmittag lugte sie wieder zu der Felswand hinauf und erwartete, die Adler auf dem schroffen Vorsprung sitzen zu sehen, wo sie ihre Nachmittagsruhe zu halten pflegten. Und am Abend, um die Zeit, wo sie ihr Bad im Bergsee zu nehmen pflegten, spähte sie wieder nach ihnen aus, aber es gelang ihr nicht, sie zu entdecken. Wieder jammerte sie, dass sie alt werde. Sie war es so gewohnt, dass die Adler auf dem Felsgrat über ihr hausten, daher konnte sie es sich gar nicht denken, dass sie nicht wieder zurückgekehrt sein sollten. Am nächsten Morgen war Acker rechtzeitig wach, um nach den Adlern auszulugen, aber auch jetzt gewahrte sie sie nicht. Dahingegen vernahm sie in der Morgenstille einen Schrei, der wütend und klagend zugleich klang und aus dem Adlerhorst zu kommen schien. Ob da oben im Adlernest wirklich ein Unglück geschehen sein sollte, dachte sie. Sie breitete die Flügel aus und stieg so hoch, dass sie in das Adlernest hineinsehen konnte. Da oben entdeckte sie nichts von dem Adlerpaar. In dem ganzen Nest war nur ein halbnacktes Junges, das dalag und nach Nahrung schrie. Acker senkte sich langsam und zögernd zu dem Adlerhorst hinab. Es war ein In dem Nest und auf der Felsenplatte lagen gebleichte Knochen, blutige Federn, Hasenköpfe, Vogelschnäbel und mit Federn bekleidete Schneehühnerfüße. Auch der junge Adler, der mitten in allen diesen Überbleibseln lag, sah widerlich aus mit seinem großen, weit aufgesperrten Schnabel, seinem plumpen, flaumigen Körper und seinen unfertigen Flügeln. Schließlich überwand Acker ihr Grauen und ließ sich auf den Rand des Nestes nieder, sah sich dabei aber unruhig nach allen Seiten um, denn sie erwartete jeden Augenblick die alten Adler heimkehren zu sehen. Gut, dass endlich jemand kommt, rief der junge Adler, schaff mir gleich was zu essen. Na, na, so große Eile hat es wohl nicht, sagte Acker, erzähle mir erst, wo dein Vater und deine Mutter sind. Ja, wenn ich das nur wüsste, sie sind gestern morgen fortgeflogen und haben mir als einzige Nahrung für die Zeit ihrer Abwesenheit nur eine Wanderratte dagelassen. Dass die längst verzehrt ist, kannst du dir doch wohl denken. Es ist unverschämt von Mutter mich so liegen und hungern zu lassen. Nun begriff Acker, dass die alten Adler wirklich erschossen sein mussten und sie dachte bei sich, wenn sie das Junge jetzt verhungern ließe, so würde sie in Zukunft die ganze Räuberbande los sein. Aber sie konnte sich doch nicht entschließen, so ein verlassenes Junges elendiglich umkommen zu lassen, wenn es in ihrer Macht stand, ihm zu helfen. Was sitzt du da und glotzt? fragte der junge Adler. Hörst du nicht, dass ich etwas zu fressen haben will? Acker breitete die Flügel aus und flog nach dem kleinen See unten im Talgrund hinab. Nach einer Weile kehrte sie mit einer Lachsforelle im Schnabel nach dem Adlerhorst zurück. Der junge Adler geriet ganz außer sich vor Wut, als sie ihm den Fisch ins Nest legte. Glaubst du, dass ich sowas fresse? schrie er, stieß den Fisch beiseite und hieb mit seinem scharfen Schnabel nach Acker. Schaff mir Aber nun streckte Acker den Kopf vor und zwickte den jungen Adler gehörig in die Nackenhaut. Dass du es weißt, sagte die Alte, wenn ich dir in Zukunft Futter verschaffen soll, so musst du zufrieden sein mit dem, was ich dir geben kann. Dein Vater und deine Mutter sind tot, von denen kannst du also keine Hilfe mehr erwarten. Wenn du aber Lust hast, hier zu liegen und zu verhungern, während du auf Schneehühner und Wanderratten wartest, so soll es mir recht sein. Nachdem Acker das gesagt hatte, flog sie gleich davon und ließ sich erst nach einer ganzen Weile wieder bei dem Adlerhorst sehen. Da hatte der junge Adler den Fisch verzehrt und als Acker ihm einen neuen Fisch hin legte, verschlang er ihn sofort, obwohl man Es wurde ein schweres Stück Arbeit für Acker. Die alten Adler ließen sich nie wieder blicken und sie musste nun allein dem Jungen alle die Nahrung beschaffen, die es nötig hatte. Sie brachte ihm Fische und Frösche und diese Kost schien ihm nicht schlecht zu bekommen, denn es wurde groß und kräftig. Bald vergaß es seine Eltern die Adler und glaubte, dass Acker seine Erziehung und gab sich Mühe, ihm seinen wilden Sinn und seinen Hochmut abzugewöhnen. Nachdem ein paar Wochen vergangen waren, merkte Acker, dass die Zeit kam, wo sie mausere und folglich nicht im Stande sein würde, nach dem Horst hinauf zu fliegen. Da konnte sie dem jungen Adler während eines ganzen Monats kein Fressen hinauf bringen und er musste elendiglich verhungern. Hör einmal, Gorgo, sagte Acker eines Tages zu dem jungen Adler. Jetzt kann ich nicht mehr mit Fischen zu dir hinauf kommen. Es handelt sich nun darum, ob du den Mut hast, dich ins Tal hinunter zu wagen, sodass ich dir auch ferner Nahrung verschaffen kann. Du musst jetzt wählen, ob du hier oben verhungern oder dich ins Tal hinunter werfen willst. Freilich kann dich auch das dein Leben kosten. Ohne sich auch nur einen Augenblick zu besinnen, stieg der junge Adler auf den Rand des Nestes. Er nahm sich nicht einmal die Mühe, die Entfernung mit dem Blick zu messen, sondern breitete die kleinen Flügel aus und flog hinunter. Er überschlug sich ein paar Mal in der Luft, wusste aber doch seine Flügel so geschickt zu verbrachte nun Gorgo seinen Sommer zusammen mit den kleinen Gösseln und wart ihnen bald ein guter Kamerad. Da er sich selbst für einen Gössel hielt, gab er sich alle Mühe so zu leben wie sie und wenn sie in den See hinausschwammen, wartete er hinter ihnen her, bis er nahe daran war, zu ertrinken. Er schämte sich ganz schrecklich, dass er nicht schwimmen fragte er. Du hast zu krumme Zehen und zu große Klauen bekommen, während du da oben auf dem Fels Vorsprung lagst, sagte Acker, aber darum brauchst du dich nicht zu grämen, du wirst trotzdem ein tüchtiger Vogel werden. Die Flügel des jungen Adlers wurden bald so groß, dass sie ihn tragen konnten, aber es währte doch noch bis zum Herbst, wo die jungen Gänse fliegen lernen sollten, ehe es ihm einfiel, dass er die Flügel zum Fliegen gebrauchen konnte. Aber dann kam eine stolze Zeit für ihn, denn bei diesen Übungen war er bald der Erste. Seine Gefährten blieben nie länger oben in der Luft als sie mussten, während er sich fast den ganzen Tag dort oben aufhielt und sich in der Kunst des Fliegens übte. Noch war es ihm nicht klar geworden, dass er von anderer Art war als die jungen Gänse, aber er konnte nicht umhin mancherlei zu bemerken, was ihn erstaunte und er kam immer wieder mit Fragen zu Acker. Warum laufen die Schneehühner und Wanderratten davon, sobald sich mein Schatten über dem Felsen zeigt? fragte er. Vor den anderen jungen Gänsen sind sie doch nicht so bange. Deine Flügel sind zu groß geworden, während du da oben auf dem Fels Vorsprung lagst, sagte Acker. Das jagt den kleinen Tieren Furcht ein. Kräme dich aber deswegen nicht, du wirst doch ein tüchtiger Vogel werden. Nachdem der Adler Fliegen gelernt hatte, übte er sich auch, Fische und Frösche zu fangen, bald begann er aber auch darüber nachzugrübeln. Woher kommt es, dass ich von Fischen und Fröschen lebe? fragte er. Das tut ja keins von meinen Geschwistern. Das kommt daher, weil ich dir keine andere Nahrung bringen konnte, als du da oben auf dem Fels Vorsprung lagst, sagte Acker. Aber deswegen brauchst du dich nicht zu grämen. Du wirst trotzdem ein tüchtiger Vogel werden. Als die Wildgänse ihre Herbstreise antraten, flog Gorgo mit ihrer Schar. Er betrachtete sich beständig als zu ihnen gehörig. Aber die Luft war voll von Vögeln, die sich auf dem Wege nach Süden befanden und es entstand eine große Bewegung unter ihnen, als Acker mit einem Adler in ihrem Gefolge erschien. Scharen von Neugierigen umkreisten fort während das Volk der Wildgänse und gaben ihre Verwunderung kund. Acker bat sie schalten. Warum nennen sie mich einen Adler? fragte Gorgo wieder und wieder. Er fühlte sich tief beleidigt. Können sie denn nicht sehen, dass ich eine Wildgans bin? Ich bin kein Vogelräuber, der seinesgleichen auffrisst. Wie kommen sie nur einmal auf den Einfall mir einen so hässlichen Namen zu geben? Eines Tages flogen sie über einen Bauernhof hin, wo eine Menge Hühner auf dem Misthaufen scharrten. Ein Adler, ein Adler, riefen alle Hühner und liefen davon, um Schutz zu suchen. Gorgo aber, der von den Adlern immer als von wilden Bösewichtern hatte Reden hören, vermochte seinen Zorn nicht zu meistern. Er faltete die Flügel zusammen, stieß mit Blitzes Geschwindigkeit hinunter und schlug die Fänge in eins von den Hühnern. Ich will dich lehren, dass ich kein Adler bin, rief er wütend und hieb mit dem Schnabel auf sein Opfer ein. Im selben Augenblick hörte er Acker hoch oben aus der Luft nach ihm rufen. Er gehorchte sofort und flog hinauf. Die alte Wildgans kam ihm entgegen geflogen und erteilte ihm eine Züchtigung. Was fällt dir ein, rief sie, während sie mit dem Schnabel nach ihm schlug. Hattest du etwa die Absicht, das arme Huhn zu zerreißen? Du solltest dich schämen! Als aber der Adler die Züchtigung ohne sich zu wehren hinnahm, erhob sich unter den großen Vogelscharen rings umher ein Sturm von hohen und spöttischen Bemerkungen. Der Adler hörte es und wandte sich mit einem zornigen Blick gegen sich mit starkem Flügelschlag in die Luft hinaus, stieg so hoch empor, dass kein Ruf ihn erreichen konnte und segelte da oben umher, solange die Wildgänse ihn noch sehen konnten. Drei Tage später erschien er wieder in der Schar der Wildgänse. Jetzt weiß ich, wer ich bin, sagte er zu Acker, und wenn ich ein Adler bin, so muss ich auch leben, wie es sich für einen Adler geziemt, aber deswegen meine ich, können wir doch gute Freunde bleiben, dich oder eine aus deiner Schar werde ich niemals angreifen. Aber Acker hatte ihren ganzen Stolz darin gesetzt, dass es ihr gelingen würde, einen Adler zu einem frommen und friedlichen Vogel zu erziehen und sie konnte sich nicht darin finden, dass er auf seine eigene Art leben wollte. Glaubst du, dass ich Freundschaft mit einem Vogel Räuber halten werde? sagte sie, lebe so, wie ich es dich gelehrt habe, dann darfst du wie bisher mit unserer Schar fliegen. Sie waren beide stolz und unbeugsam und keines von beiden wollte nachgeben. So endete es denn damit, dass Acker dem Adler verbot, sich in ihrer Nähe blicken zu lassen. Ja, sie war so böse auf ihn, dass niemand es wagte, in ihrer Gegenwart seinen Namen zu nennen. Seit dieser Stunde zog Gorgo im Lande umher, einsam und von allen gescheut, wie es große Räuber sind. Ihm war oft finster zu sinnen und sicherlich sehnte er sich gar manches Mal nach der Zeit zurück, wo er sich für eine Wildgans gehalten und mit den munteren jungen Gösseln gespielt hatte. Unter den Tieren erlangte er einen großen Ruf wegen seines Mutes und seiner Kühnheit. Sie pflegten zu sagen, er fürchte sich vor niemand außer vor seiner Pflegemutter Acker. Sie wussten auch von ihm zu erzählen, dass er sich nie an einer Wildgans vergriffen habe. In Gefangenschaft Gorgo war erst drei Jahre alt und hatte noch nicht daran gedacht, sich eine Frau zu nehmen und einen Hausstand zu begründen, als er eines Tages von einem Jäger gefangen und nach dem Freiluftmuseum Skansen verkauft wurde. Dort waren bereits zwei Adler. Sie wurden in einem Käfig aus eisernen Stangen und Stahldraht gefangen gehalten. Dieser Käfig stand im Freien und war so groß, dass man darin ein paar Bäume hatte Pflanzen sich dort heimisch fühlen sollten. Trotz alledem aber gediehen die Vögel nicht. Sie saßen fast den ganzen Tag regungslos auf dem selben Fleck. Ihr schönes dunkles Federkleid war zerzaust und glanzlos und ihre Augen starrten mit hoffnungslosem Sehnen in die Luft hinaus. In der ersten Woche, nachdem Gorgo in die Gefangenschaft geraten war, fühlte er sich noch kräftig und lebendig, allmählich aber befiel ihn eine dumpfe Schlaffheit. Er blieb still auf dem selben Fleck sitzen wie die anderen Adler, starrte in die Luft hinaus, ohne etwas zu sehen und wusste nichts davon, dass die Tage vergingen. Eines Morgens, als Gorgo wie gewöhnlich in seinem Halbschlaf dasaß, hörte er, dass ihn jemand außerhalb des Käfigs anrief. Er war so stumpfsinnig, dass er sich kaum entschließen konnte, die Augen dahin zu wenden, woher der Laut kam. Wer ruft mich? fragte er. Aber Gorgo, kennst du mich denn nicht mehr? Ich bin es ja, Däumling, der mit den Wild Gänsen flog. Ist Acker auch gefangen? fragte Gorgo in einem Ton, als strenge er sich an, nach einem langen Schlaf seine Gedanken zu sammeln. Nein, Acker und der weiße Gänserich und die ganze Schar fliegen jetzt wahrscheinlich wohlbehalten oben in Lapland herum, antwortete der Junge. Nur ich bin hier gefangen. Während der Junge sprach, sah er, dass Gorgo den Blick von ihm abwandte und in die Luft hinaus starrte, so wie vorher. Königsadler, rief der Junge, ich habe nicht vergessen, dass du mich einmal zu den Wildgänsen zurückgetragen und dass du das Leben des weißen Gänserich geschont hast. Sage mir doch, ob ich dir nicht auf irgendeine Weise helfen kann. Gorgo erhob kaum den Kopf. Störe mich nicht, Däumling, sagte er. Ich sitze hier und träume, dass ich frei oben in der Luft umher schwebe. Ich mache mir nichts daraus zu erwachen. Du solltest dich ein wenig bewegen und Acht geben, was um dich her vorgeht, ermahnte der Junge, sonst fürchte ich, wirst du bald ebenso elendig aussehen wie die anderen Adler. Ich wollte, ich wäre schon so wie die. Sie gehen so völlig in ihren Träumen auf, dass sie nichts mehr stören kann, sagte Gorgo. Als die Nacht anbrach und alle Adler schliefen, vernahm man ein leises Kratzen an dem Stahldrahtnetz, das den Käfig überdachte. Die beiden alten, stumpfsinnigen Gefangenen ließen sich nicht durch das Geräusch stören, Gorgo aber erwachte. Wer ist da? Wer ist da oben auf dem Dach? fragte er. Ich bin es, Gorgo, Däumling, antwortete der Junge. Ich sitze hier und feile den Draht durch, damit du hinausfliegen kannst. Der Adler hob den Kopf und konnte in der hellen Nacht sehen, wie der Junge dasaß und an dem Netz feilte, über den Käfig gespannt war. Einen Augenblick huschte ein Schimmer von Hoffnung über sein Gesicht, gleich aber gewann die Hoffnungslosigkeit wieder die Überhand. Ich bin ein großer Vogel, Däumling, sagte er. Wie glaubst du nur, dass du so viele Maschen durchfallen kannst, dass ich entweichen könnte? Es ist am besten, wenn du aufhörst und mich in Frieden lässt. Schlafe du nur weiter und kümmere dich nicht um mich, erwiderte der Junge. Ich werde weder heute Nacht noch morgen Nacht fertig, aber Runde Gorgu schlief wieder ein, aber als er am nächsten Morgen erwachte, sah er gleich, dass eine Menge Maschen durchgefeilt waren. An dem Tage fühlte er sich nicht ganz so schläfrig wie an den vorhergehenden Tagen. Er schlug mit den Flügeln und hüpfte auf den Ästen der Bäume umher, um die Steifheit aus den Gliedern zu vertreiben. Eines Morgens in aller Frühe, gerade als das erste Morgen Licht am Himmel angezündet wurde, weckte Däumling den Adler. Versuch jetzt einmal Gorgu, sagte er. Der Adler sah in die Höhe. Däumling hatte wirklich so viele Maschen durchgefeilt, dass ein großes Loch in dem Stahldrahtnetz entstanden war. Gorgu schlug mit den Flügeln und schwang sich empor. Ein paar Mal misslang der Versuch und er ins Freie. In stolzem Flug stieg er hoch über die Wolken empor. Der kleine Däumling saß da und sah ihn mit wehmütiger Miene nach und wünschte, dass jemand käme und ihm die Freiheit schenkte. Nils Holgersson war jetzt ganz heimisch aufs Kansen. Er hatte Bekanntschaft mit allen Tieren gemacht, die da waren und hatte viele Freunde unter ihnen und er musste ja einräumen, dass hier viel zu sehen und zu lernen war, so dass es ihm nicht schwer wurde, sich die Zeit zu vertreiben. Trotzdem wanderten seine Gedanken jeden Tag voll Sehnsucht hinaus zu dem Gänserich Martin und den anderen Reise Gefährten. Wäre ich nur nicht durch mein Versprechen gebunden, dachte er, so würde ich schon einen Vogel finden, der mich zu den Wildgänsen Trüge. Es mag vielleicht wunderlich erscheinen, dass Clement Larsson dem Jungen seine Freiheit nicht wiedergegeben hatte, aber man muss bedenken, wie verwirrt der kleine Spielmann war, als er Skansen verließ. An dem Morgen, an dem er abreiste, hatte er allerdings daran gedacht, dem Jungen sein Essen in einem blauen Napf hin zu stellen, unglücklicherweise konnte er aber keinen solchen finden. Dann kamen alle die Leute von Skansen, die Lappen, die Dalle Karlia, die Zimmerleute und die Gärtner, um ihm Lebewohl zu sagen, und da hatte er keine Zeit mehr gehabt, einen blauen Napf zu beschaffen. Die Stunde zur Abreise kam heran, und schließlich wusste er keinen anderen Ausweg, als einen der Lappen zu bitten, ihm behilflich zu sein. Du musst nämlich wissen, sagte Clement, stellen. Hier hast du ein paar Groschen. Willst du mir den Gefallen tun, einen blauen Napf dafür zu kaufen und ihn morgen früh mit etwas Grütze und Milch unter die Treppe der Bollnes Hütte stellen? Der Lappe machte ein erstauntes Gesicht, aber Clement hatte keine Zeit, ihm die Sache näher zu erklären, denn er musste nach dem Bahnhof. Der Lappe ging auch wirklich in ihm für den Zweck passend erschien, kaufte er einen weißen und darin stellte er gewissenhaft jeden Morgen Milch und Grütze hin. So kam es denn, dass Nils Holgersson nicht von seinem Versprechen entbunden wurde. Er wusste, dass Clement fort war, aber er selbst durfte nicht weg gehen. In dieser Nacht sehnte er sich noch mehr als sonst nach der Freiheit und das kam daher, sehr unter Sturm und Regen gelitten und in der ersten Zeit aufs Kansen hatte er oft gedacht, es sei am Ende gar nicht so übel, dass die Reise unterbrochen war, denn er würde gewiss erfroren sein, falls er im Mai mit nach Lapland hinauf gekommen wäre. Jetzt aber war die Luft warm, die Erde war mit frischem Grün bedeckt, Birken und Pappeln trugen ein Die Stachelbeerbüsche hatten schon ganz kleine grüne Beeren, die Eichen wickelten mit großer Vorsicht ihre Blätter aus, Erbsenkohl und Bohnen wuchsen üppig auf den Gemüsebeeten. Jetzt ist es gewiss auch da oben in Lapland gut und warm, dachte der Junge. In einer so schönen Morgenstunde wie heute möchte ich wohl auf Gänserich Martins Rücken sitzen. Es muss herrlich sein, jetzt in der warmen stillen Luft umherzureiten und auf die Erde hinab zu sehen, die nun mit grünem Gras und bunten Blumen geschmückt da liegt. Er saß da und dachte an dies alles, als der Adler plötzlich aus der Luft herunter stieß und sich neben ihn auf das Dach des Käfigs nieder ließ. Ich wollte nur meine Flügel einmal versuchen, um zu sehen, ob sie zurücklassen wollte. Setz dich jetzt auf meinen Rücken, dann will ich dich zu deinen Reisegefährten zurückbringen. Nein, das ist unmöglich, sagte der Junge. Ich habe mein Wort gegeben, dass ich hier bleiben wolle, bis man mich freigibt. Was für Dummheiten sind das, entgegnete Gorgo. Erst hat man dich gegen deinen Willen hierher gebracht und dann hat man dich gezwungen, hierzu bleiben? Du kannst doch begreifen, dass man so ein Versprechen nicht zu halten braucht. Das muss ich aber doch tun, sagte der Junge. Hab Dank, dass du es so gut mit mir meinst, aber helfen kannst du mir nicht. Kann ich dir nicht helfen? erwiderte Gorgo. Das will ich dir bald beweisen. Und im selben Augenblick packte er Nils Holgersson mit seinen großen Fängen, schwang sich mit ihm zu den Wolken empor und verschwand in nördlicher Richtung. Kapitel 38 Über Gestrigland dahin Der kostbare Gürtel Mittwoch, 15. Juli Ohne Aufenthalt flog der Adler nordwärts, bis er ein gutes Stück über Stockholm hinausgekommen war. Dort ließ er sich auf einen Hügel hinab und lockerte den Griff, mit dem er den Jungen hielt. Aber kaum fühlte sich dieser frei, als er, so schnell er nur konnte, nach der Stadt zurück lief. Da machte der Adler einen langen Sprung, holte Nils ein und legte seine Klaue auf ihn. Ist es deine Absicht, wieder in dein Gefängnis zurück zu kehren? sagte er. Was der Junge und versuchte zu entschlüpfen. Da packte ihn der Adler fest und sicher mit seinen starken Fängen, hob die Flügel und flog wieder nordwärts. Nun flog der Adler mit dem Jungen über ganz Upland hin und machte nicht eher Halt, als bis er an einen großen Wasserfall bei Elfkarleby kam. Er ließ sich auf einem Stein nieder, der gerade unter dem brausenden Wasserfall lag und ließ dann seinen Gefangenen wieder los. Nils erkannte sogleich, dass es ganz unmöglich war, dem Adler hier zu entkommen. Von oben her kam die weiße Schaumwand auf sie herabgestürzt und rings um sie brauste der Elf. Er war sehr erbost, dass er auf diese Weise gezwungen wurde, wortbrüchig zu werden. Er wandte dem Adler den Rücken zu und wollte kein Wort mit ihm reden. Aber jetzt, wo der Adler den Jungen an eine Stelle niedergesetzt hatte, wo er ihm nicht entweichen konnte, erzählte er ihm, dass er von Acker von Knebe Keise aufgezogen worden sei, dass aber jetzt Feindschaft zwischen ihm und seiner Pflegemutter herrsche. Und nun verstehst du wohl, Däumling, weshalb ich dich zu den Wildgänsen zurückbringen will, sagte er schließlich. Ich habe Sagen hören, du stündest in hoher Gunst bei Acker und nun wollte ich dich bitten, den Frieden zwischen uns beiden zu vermitteln. Sobald der Junge begriff, dass ihn der Adler nicht nur aus Eigensinn fortgetragen hatte, wurde er wieder freundlich gegen ihn. Ich würde dir gern in dieser Angelegenheit helfen, sagte er, aber ich nun erzählte er seinerseits dem Adler, wie er in die Gefangenschaft geraten war und dass Clement Larsons Kanzen verlassen hatte, ohne ihm seine Freiheit zu schenken. Aber der Adler wollte seine Pläne nicht aufgeben. Hör einmal, was ich dir sagen werde, Däumling, begann er. Meine Flügel können dich tragen, wohin du willst, und meine Augen können erspähen, was du auch suchst. Erzähle mir, wie der Mann aussah, der dir das Versprechen abgenommen hat, und ich will ihn aufsuchen und dich zu ihm bringen. Dann ist es deine Sache, dass du ihn dazu bringst, dich freizugeben. Nils Holgersson fand, dass dieser Vorschlag gut war. Man kann merken, dass du in Acker einen guten Vogel als Pflegemutter gehabt hast, Gorgo, sagte er. Dann beschrieb er Clement Larsson gehört, der kleine Spielmann sei aus Helsingeland. Gut, dann suchen wir ganz Helsingeland ab, von Lingbo bis zum Mellernsee, von Storberg bis Hornsland, sagte der Adler. Morgen, noch bevor es Abend ist, sollst du mit dem Mann reden. Jetzt versprichst du gewiss mehr, als du halten kannst, meinte der Junge. Ich wäre ein schlechter Adler, wenn ich das nicht vermöchte, entgegnete Gorgo. Als Gorgo und Däumling von Elf Karlebi aufbrachen, waren sie gute Freunde und Nils setzte sich zum Reiten auf den Rücken des Adlers zurecht. Auf diese Weise hatte er wieder Gelegenheit, etwas von den Gegenden zu sehen, über die sie dahin flogen. Solange der Adler ihn in seiner Klaue gepackt hatte, war ihm das unmöglich gewesen. Es war eigentlich ein Glück für ihn gewesen, dass er nicht gewusst hatte, wo er war, denn wenn ihm jemand erzählt hätte, dass er an jenem Tage über so schöne Orte wie die Upsalaer Hügel, die große Österbier Fabrik, die Grube von Danemora und das alte Schloss Erbihus hingeflogen war, so würde er sich gewiss sehr gegrämt haben, dass er von allen diesen nichts zu sehen bekommen hatte. Der Adler trug ihn nun in schnellem Flug über Gestrickland hin. In dem südlichen Teil war nicht viel zu sehen, was seinen Blick hätte fesseln können. Dort breitete sich eine Ebene aus, die fast überall mit Tannenwäldern bestanden war. Aber weiter nach Norden zu zog sich quer durch das Land von der Dala-Grenze bis an die botnische Bucht ein schöner Landstrich mit Seen und brausenden Flüssen. Hier lagen dichtbevölkerte Kirchspiele rings um ihre weißen Kirchen herum, Landstraßen und Eisenbahnen kreuzten sich, grüne Bäume umgaben traulich die Häuser und blühende Gärten sandten liebliche Düfte bis hoch in die Luft hinauf. An den Ufern der Flüsse lagen mehrere große Eisenhämmer, wie sie Nils im Bergwerk Distrikt gesehen hatte, in ungefähr gleichen Zwischenräumen in einer Reihe bis zum Meer hin. Dort aber breitete eine große Stadt ihre weißen Häusermassen aus. Nördlich von dieser dichtbevölkerten Gegend setzten die dunklen Wälder wieder ein. Hier war jedoch das Land nicht flach, es erhob sich zu Hügeln und fiel in Tälern ab, gleich einem aufgeregten Meer. Dies Land hat einen Rock aus Tannen und eine Jacke aus Feldsteinen, dachte der Junge bei sich. Um die Taille aber trägt es einen Gürtel, der an Kostbarkeiten seinesgleichen nicht hat, denn er ist mit blauenden Seen und blumigen Hügeln bestickt, die großen Eisenhämmer schmücken ihn wie eine Reihe edler Steine und als Schnalle dient ihm eine Stadt mit Schlössern und Kirchen und großen Häuser Gruppen. Als die Reisenden eine Strecke in die nördliche Waldgegend hineingelangt waren, ließ sich Gorgo oben auf dem Gipfel eines kahlen Felsens nieder und sobald der Junge von seinem Rücken heruntergesprungen war, sagte der Adler, hier im Walde gibt es Wild und ich glaube, ich kann die Gefangenschaft nicht vergessen und mich so recht frei fühlen, ehe ich nicht einmal wieder auf Jagd gewesen bin. Du wirst doch nicht bange, wenn ich fortfliege? Nein, das glaube ich nicht, sagte der Junge, du kannst herumlaufen so viel du willst, aber um Sonnenuntergang musst du wieder hier sein, sagte der Adler und flog davon. Nils Holgersson fühlte sich recht einsam und verlassen, als er da auf einem Stein saß und über die kahlen Felsen und die großen Wälder, die ihn umgaben hinschaute, aber er hatte noch nicht lange da gesessen, als er von unten aus dem Walde Gesang war sich bald klar darüber, dass es eine blau-gelbe Fahne war und aus dem Gesang und den fröhlichen Stimmen schloss er, dass die Fahne an der Spitze eines Zuges von Menschen getragen wurde. Es wehrte jedoch lange, ehe er sehen konnte, was für eine Art von Zug es war. Die Fahne wurde auf gewundenen Wegen getragen und er saß da und war sehr gespannt, welchen Weg sie und die Leute, die ihr folgten, einschlagen würden. Er konnte sich doch nicht denken, dass sie auf die hässliche öde Bergebene, auf der er saß, hinaufkommen würden, aber das taten sie dennoch. Jetzt tauchte die Fahne am Waldsaum auf und hinter ihr dreinflutete ein Gewimmel von Menschen, denen sie den Weg gewiesen hatte. Auf dem ganzen Berge entstand Leben und Bewegung und an diesem Tage hatte der Junge so viel zu sehen, dass er sich keinen Augenblick langweilte. Der große Tag des Waldes Auf dem breiten Gebirgsrücken auf dem Gorgo-Däumling zurückgelassen, hatte vor ungefähr zehn Jahren ein Waldbrand gewütet. Die verkohlten Bäume waren gefällt und weggefahren worden und da, wo der große Brandplatz an den frischen Wald stieß, fing es schon wieder an zu grünen. Der größte Teil des Felsens aber lag unheimlich öde und kahl da. Schwarze Baumstümpfe waren zwischen den Steinen stehen geblieben als Zeugen dafür, dass einst ein großer und prächtiger Wald hier gestanden hatte, aber keine jungen Schösslinge sprosten aus dem Brandplatz hervor. Die Leute wunderten sich darüber, dass es so lange dauerte, bis sich der Berg wieder mit Wald bekleidete, aber sie dachten nicht daran, dass es dem Erdboden, gerade als der Waldbrand wütete, nach einer langen Dürre an Feuchtigkeit gefehlt hatte. Daher waren nicht nur alle Bäume verbrannt und alles, was auf dem Waldboden wuchs, Heidekraut und Maiblumen und Moos und Preiselbeeren geströp verschwunden, sondern auch die schwarze Fruchterde, die den Felsengrund bedeckte, war nach dem Brande trocken und lose wie Asche geworden. Jeder Windhauch, der kam, wirbelte sie in die Luft auf und da der Berg durch seine Lage dem Wind sehr ausgesetzt war, wurde eine Felsplatte nach der anderen reingefegt. Das Regenwasser trug natürlich dazu bei, die Erde weg zu schwemmen und nachdem nun Wind und Wasser sich zehn Jahre lang redlich bemüht hatten, den Berg reinzufegen, sah er so kahl aus, dass man im Grunde denken musste, er würde bis an den letzten Tag der Welt so öde daliegen. Aber eines Tages zu Anfang des Sommers versammelten sich alle Kinder aus dem Kirchspiel, in dem der abgebrannte Berg lag, vor einer der Schulen. Jedes Kind trug eine Hacke oder einen Spaten auf der Schulter und ein Päckchen Butterbrot in der Hand. Sobald alle versammelt waren, zogen sie in einem langen Zuge nach dem Wald hinauf. Die Fahne wurde vorausgetragen, Lehrer und Lehrerinnen gingen nebenher und den Beschluss machten ein Paar Waldwärter und ein Pferd, das eine Fuhre kleiner Tannen und Tannensamen zog. Dieser Zug hielt in keinen der Birkenwälder, die dem Dorf zunächst lagen, nein, es ging hoch oben in den Wald hinauf auf alten Sennpfaden und die Füchse steckten die Köpfe aus ihrem Bau den krummen Schnabel dem Zuge zu und konnten nicht begreifen, was für Köhler das waren, die da in den Wald eindrangen. Dann kam der Zug endlich nach der großen abgesenkten Bergebene. Da lagen die Steine ganz nackt, ohne die feinen Linneenranken, die sie einstmals bedeckt hatten, und die Felsplatten waren ihres schönen silberweißen Moses und der feinen niedlichen Renntierflechten schwarzen Wassertümpeln, die sich in Felsspalten und Vertiefungen angesammelt hatten, wuchsen weder Kallerblätter noch Sauerklee. In den kleinen Fleckchen Erde, die noch zwischen den Steinen und den Rissen zurückgeblieben waren, standen keine Farnkräuter, keine Sternblumen, keine weißen Pyrolas, nirgends etwas von all dem grünen und roten und weichen und sanften und feinen, das sonst den Waldboden bedeckt. Es war, als Husche heller Schimmer über die graue Hochebene, als alle die Kinder aus den umliegenden Dörfern sich darüber ergossen. Das war doch wieder etwas Fröhliches und Feines, Frisches und Rosiges, etwas Junges, das im Wachsen begriffen war. Vielleicht konnten sie der armen verlassenen Gegend wieder etwas Leben schenken. Als die Kinder ausgeruht und gegessen hatten, griffen sie nach Hacken und Spaten und Altwärter zeigte ihnen, wie sie es machen mussten und dann steckten sie ein kleines Pflänzchen nach dem anderen in alle die kleinen Fleckchen Erde, die sie entdecken konnten. Während die Kinder pflanzten, schwatzten sie ganz altklug miteinander darüber, wie die kleinen Pflanzen, die sie in die Erde hineinstecken, das Erdreich festhalten würden, sodass es nicht weggeweht werden könne. Und nicht genug damit, denn es würde sich auch neue Fruchterde unter den Bäumen bilden und da hinein fiel dann der Same und in wenigen Jahren würden sie hier, wo jetzt nichts war als kahles Felsgestein Himbeeren und Heidelbeeren pflücken können und die kleinen Pflanzen, die sie hier einsetzten würden so nach und nach zu großen Bäumen werden. Man konnte vielleicht einstmals große Häuser und stolze Schiffe daraus bauen. Wären aber die Kinder nicht jetzt auf den Berg hinaufgekommen und hätten gepflanzt, solange noch ein wenig Erde in den Felsspalten lag, so hätten der Wind und das Wasser jede Möglichkeit zerstört und es würde nie wieder ein Wald auf dem Berge gewachsen sein. Ja, es war wirklich Zeit, dass wir heraufgekommen sind, sagten die Kinder. Es war die höchste Zeit und sie kamen sich ungeheuer wichtig vor. Während die Kinder oben auf dem Berge arbeiteten, waren Vater und Mutter daheim und als eine Weile vergangen war, sehnten sie sich danach zu erfahren, wie es den Kindern wohl gehen möge. Es war ja natürlich nur Unsinn, dass Kinder einen Wald pflanzen sollten, aber es konnte doch auf alle Fälle ganz lustig sein zu sehen, wie es damit ging. Und siehe da, auf einmal waren Vater und Mutter auf dem Wege zum Walde hinauf. Als sie auf den Sendpfad kamen, begegneten sie mehreren von ihren Nachbarn. Wollt ihr zum Brandplatz hinauf? Ja, dahin wollen wir. Und euch nach den Kindern umsehen? Ja, wir wollen einmal sehen, was sie treiben. Es wird natürlich nichts als Spielerei sein. Viele Bäume werden sie doch nicht pflanzen können, sonst müssten sie ja den ganzen Tag von trockener Kost leben. So kamen den Vater und Mutter auf den Berg hinauf und zuerst dachten sie an nichts weiter, als wie hübsch es doch aussah mit den roten Wangen auf dem grauen Berge. Aber dann beobachteten sie, wie die Kinder arbeiteten, wie einige die Pflanzen hineinsetzten, während andere Furchen zogen und Samen säten und wieder andere das Heidekraut herausrissen, damit es die jungen Bäumchen nicht ersticken sollte und sie sahen, dass die Kinder es ernsthaft mit der Arbeit nahmen und so eifrig waren, dass sie kaum Zeit hatten aufzusehen. Der Vater stand eine Weile da und sah zu, dann fing auch er an, Heidekraut herauszureißen, nur zum Scherz natürlich. Die Kinder waren die Lehrmeister, denn jetzt kannten sie die Kunst und sie mussten Vater und Mutter zeigen, wie sie es zu machen hatten. Es endete damit, dass alle Erwachsenen, die gekommen waren, um nach den Kindern zu sehen, Teil an der Arbeit nahmen. Nun wurde es natürlich noch lustiger als vorher und es währte nicht lange, da bekamen die Kinder noch mehr Hilfe. Sie brauchten mehr Gerätschaften da zu holen. Als sie an den Häusern vorbeirannten, kamen die Leute, die daheim saßen, heraus und fragten, Was ist da los? Ist ein Unglück geschehen? Nein, nein, aber das ganze Dorf ist da oben auf dem Brand Platze und pflanzt Wald. Wenn das ganze Dorf dort oben ist, dann wollen wir auch nicht daheim bleiben. So strömten sie denn alle zusammen nach dem abgesenkten Berg hinauf. Anfänglich standen sie nur da und sahen zu, dann aber konnten sie es nicht lassen, sich an der Arbeit zu beteiligen, denn es kann ja vergnüglich sein, im Frühling auf das Feld zu gehen und die Saat auszustreuen und daran denken, wie sie nun aus dem Boden aufsprossen wird, aber dies hier war doch noch viel verlockender. Aus dieser Saat sollten nicht nur schwache Halme entporsprossen, sondern starke Bäume mit hohen Stämmen und mächtigen Zweigen. Hier rief man nicht nur die Ernte eines Sommers hervor, sondern Wachstum für viele Jahre. Es handelte sich darum, Insekten Gesumm und Drossel Gesang und Auerhahn Balzen und zahlloses Leben auf dem öden Brandplatze wach zu rufen. Und außerdem war es gleichsam ein Denkmal, das man für die kommenden Geschlechter errichtete. Man hätte ihnen einen kahlen, nackten Berg als Erbe hinterlassen können, stattdessen erhielten sie nun einen stolzen Wald. Und wenn die Nachkommen das einst erkannten, dann würden sie verstehen, dass ihre Vorfahren gute und kluge Leute gewesen waren und sie würden mit Ehrfurcht und Dankbarkeit ihrer Gedenken.